hallo leute und ein herzliches willkommen wieder zu einem neuen karl heinz real life online live stream wir sind wieder back in the house und liebe leute heute werden wir schauen dass wir mit karl heinz zusammen den lkw führerschein machen ob das so funktioniert ob das so hinhaut weiß ich nicht weil so ganz egal ist das ja nicht mit 14 lkw führerschein zu machen aber egal wir schauen ob wir es durchdrücken karl heinz möchte nämlich heute mal lkw fahren leute ich habe mich stoppen da perfekt willkommen zum neuen stream karl heinz real life online live ich habe nichts geöffnet wieder back in the house mit wem rede ich da war ein tab auf ein zweiter opala ich dachte wer redet da ist auf einmal doppelt geworfen okay alles gut der vorbereitungshund genau und zu spät sind wir auch wieder das ist jedes mal super vorbereitet so muss das sein ich freue mich drauf so auf jeden fall leute wer es noch nie wusste das kostenlos ein abo da würde mich auch sehr hart freuen wenn ihr abonnieren könntet glock aktivieren könntet kostet mich nix und wie gesagt lasst schon mal ein like damit mich auch freuen und das wird direkt am anfang schon mal werbung rein schallern hier wichtig und richtig immer merch shop ist jetzt nämlich endlich das xymp lüsch draußen bzw es ist vorbestellbar es haben schon viele vorbestellt es gibt noch gratis autogramm karten dazu also wer jetzt auch vorbestellen möchte mit der autogramm karte gratis dazu unten der link in der beschreibung bzw jetzt sogar angepinnt im chat so und jetzt startet irgendwie durch perfekt ich brauche nur ganz schön mein ich brauche ein auto oder sowas irgendwo wo ich wegkomme ich hoffe die polizei ist nicht ensmed auf mich schau mal bitte nicht mitnehmen galado viper mit was fahre ich am besten wisst du was ich fahre wieder mit diesem 50 kubik ding auf ganz entspannt weil ich halt die wenigsten probleme bis jetzt hatte ich damit rumgurke passt so ne passt so dankeschön an der syf and we came wieder vor drei minuten mit am start florin adam auch am start vielen dank auch für zwei euro guten abend und rorisu core dank fürs dp werden vielen vielen dank haut da raus ja heute mal auf ganz entspannt den führerschein machen das kann nur gut gehen oder tätowieren lassen damit er vielleicht ein bisschen älter wirken ich weiß ja nicht erstmal tanken fahren und dann in die stadt bisschen mal gucken und wir können mal gucken ob wir vielleicht ein bisschen geld kriegen fürs rasen mähen wir machen schon eigentlich mal rasen mähen das heißt dass wir erstmal geld macht fürs rasen mähen dass ich mir einen truck leisten weil die trucks müssen wir jetzt ja selber kaufen das heißt ich gehe ein bisschen ja wisst ihr was ich schaue dass ich ein bisschen rasen mähen gehe ich schaue ob die vor geld auch schon mal da ist dann gehen wir rasen mähen dann holen wir uns ein bisschen geld ab und ja dann gucken wir mal was los ist ne da hoffentlich klappt das so wie ich mir das gerade vorstelle wenn nicht dann nicht oh gtr yo so boah voll cool boah gefällt dir der wagen der ist aus dem film oder der ja ja der ist aus dem film der ist aus dem film das auto voll cool boah boah midnight purple ähm ne tatsächlich mit blau und fair effect pink boah cool ja ich darf vielleicht nur sowas fahren hier vorne weil ich da 50 kubik drin habe naja ich sag mal so wenn es nicht schneller wird dann kannst du auch sowas hier fahren nö ich fahr heute lkw kannst du überhaupt schon über das linkrad schauen keine ahnung können sie mit dem hut eigentlich den himmel sehen das ist eine gute frage ne touché 1 tonne für dich kalt dank man sieht sich tschüss Ich hab immer einen Konterapparat, immer. So, jetzt erstmal nochmal die Rubellose holen und dann... Müssen Sie auch einkaufen? Ich muss Geld abheben. Achso, was kaufen Sie denn schönes? Ich muss tanken. Einen Elefanten? Nein. Ich muss tanken. Achso, tanken. Ich hab verstanden. Sie kaufen jetzt einen Elefanten. Da wäre ich gern dabei gewesen. Da wäre ich gern dabei gewesen. Dann hätte ich mich den LKW gleich mal für was verwenden können, wenn ich den dann später gekauft hätte. Oh, gewonnen. Cool. Ja, so ein Elefant-Transport. Wissen Sie? Irgendwie muss man einen Elefanten ja von Punkt A nach Punkt B bringen. Man kann auch einfach auf den Elefanten reiten. Aber es dauert doch 50 Stunden. Aber du reitest auf einem Elefanten. Das stimmt. Du hast eine gute Idee Geld zu machen. Elefanten reiten anbieten. Ich hab schon gehört, du hast schon mit deinem Pocket-Bike ordentlich Geld gemacht. Ja, vielleicht das nächste Elefanten reiten anbieten. In der Wüste. Da komm ich auf jeden Fall vorbei. Ja, dann kommen sie vorbei dann. Gute Idee eigentlich. Elefanten reiten anbieten in der Wüste. Jenny, servus. Bin auch wieder dabei. Dankeschön, Jenny, für 2 Euro. Grüße draus, Schmidi. Nach der Woche endlich wieder Karl-Heinz. Jawohl. Still, wir waren lange nicht mal als Karl-Heinz unterwegs. Eine Woche lang nicht mehr, ne? Aber ich hab jetzt wirklich oft gestreamt, muss man sagen. Oder war es eine Woche her? Oder fünf Tage? Vier Tage? Fünf Tage? Sechs Tage? Keine Ahnung. Aber, ähm, ich bin jetzt, ich bin jetzt, muss ich sagen, mit dem Streamen echt gut dabei. Also ich mach, ich mach jetzt fast wirklich täglich von. Also fast. Ich glaub ich hab einmal einen Tag ausgelassen. Und mal zwei Tage ausgelassen. Seit einem Monat oder so. Oder seit, doch seit einem Monat muss das sein. Seit einem halben Monat. Irgendwie so. Ich zieh jetzt ja voll durch. Aber ich muss mehr Videos machen. Weil ich, ich komm nie dazu Videos zu produzieren. Weil ich möchte auch auf RLO Videos machen. Äh, das Problem ist auf RLO, wenn ich dann Videos mache und streame, klappt das ja nicht. Weil immer so um 18 Uhr, 18.30 Uhr ist meistens was los. Und da streame ich dann halt, ne? Und später oder davor ist ja nicht so viel los. Oh, das ist halt ein bisschen blöd dann. Für Videos zu recorden. Aber ja, kriegen wir auch irgendwie hin. Kriegen wir irgendeinen Unterneppich. Das kriegen wir schon wieder hin. Weißt du, sieben Rasen, wie ein Taschengeld von Papa abholt? Stimmt, wir können ja, wir haben jetzt einen Papa. Wir haben ja jetzt Papa Wolfi, haben wir ja jetzt. Hahaha. Papa Wolfi, der jetzt für alles zuständig ist, wenn ich Scheiße bau. Perfekt. Hab ja ganz vergessen, dass der Wolf hier da ist. Alex, der Baum, danke schön für's. Wir Pieper und Mixing sind heute auch wieder am Start. Dark Knight 34, danke auch für 1 Euro. Gruß geht raus. Und wer war die gestern? Ich spende dir ab jetzt den GTA 5 Euro. Bist du dabei? Soll ich jetzt jeden Tag einen GTA 3 machen? Bist du da? Hahaha. Kannst du mal ausrechnen. Das wird teuer. So. Aber dankeschön, wer war die gestern? Heißt wirklich einfach, wer war die gestern? Komisch geschrieben. So. So. Kennt ihr YouTube? Danke für's Hip werden. Vielen Dank für's VIP werden. Und Inohrmuskel ist auch schon das 34. Mal ein Resub, der Bruder. Der ist schon echt lang dabei. Einfach schon 34. Resub. Heftig. Wenn man drüber nachdenkt. 34 Mal. Was habt ihr? Alexander Baum. Danke für den Sistenten. Und sie für den BK auf einen schönen Stream. Mein bester. Also sieben Karl-Heinz. Ja. Ich fahr wie gesagt zuerst zur Frau. Geld auf den Markt. Schau, ob die da ist. Irgendwo vom... Ja doch. Na, ist es keiner da. Aber vielleicht kriegt das irgendwie hin. Die kommen doch erst später meistens. Na. Ich brauch Geld für den Dings. Ah. Wobei ich hab auch was auf dem Konto noch. Na. Ich hab ja über eine Million auf dem Konto. Was muss ich mir sagen? Über Geld. Wir haben ja letztes Mal so gute Sachen verkauft. Hab jetzt viel Geld gemacht. Ja komm dann. Äh. Ah, wirst du was? Wir machen jetzt einen Führerschein schnell. Best Idee ever. Ich fahr noch schnell zum Hautplatz. Schau, was da los ist. Aber ich muss dann beim Hauptloser den Führerschein vorbeifahren. Aber ich mach das erst den LKW-Führerschein. Weil wenn mich die Polizei anhält, ich den vorweisen kann. Dass ich den gemacht habe. Bringt sich höchstwahrscheinlich eh nix. Aber ich will einfach gemacht haben. Wisst du? Ja, nehm ich in der Stadt schön mit 80 fahren, Karl-Heinz. Bist du mir sonst viel zu schnell unterwegs? Ja, ja, ja. Was mich jetzt auch interessieren würde, ob die mir das abgenommen haben. Die Lizenz jetzt für das Auto hier. Weil ich gesagt hab, der hat 50 Kubik. Ich darf den fahren. Und dann haben sie gesagt, äh, nö. Da schaut er noch, dass ich den nicht mehr fahren darf. Ist jetzt die Frage, ne? Boah, ich mach da ne lustige Hupe. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Okay, dann halt nicht. Da, 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 da. Ba, ba, ba. Einmal eins, sechs. Bitte, bitte, bitte. Und drei macht neune. Ah, ja, mein Führerschein. Sekunde. Aha. Ich mach mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Bene, da kommt dein Vater. Ah, hallo. Gut. Er muss gerade eins. Ah, schau, wer da ist. Ja. Hey, Pipi Langstrumpf. Tralale. 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 Hey, das war Gegenverkehr, Zuckerpöppchen. Hey, Pipi Langstrumpf. Ich mach, was ihr gefällt. Ich hab's gerade gekauft, ja. Haben sie das Fahrzeug gerade gekauft, oder? Ja. Gerade gekauft. Zu Bellis und wollt's dann einpacken. Wofür kommt jetzt? Ey, ich hau doch nicht mal ab, Jungs. Ja, ich bin extra auch hergekommen. Also, ich kann nur sagen, ich hab niemanden herbestellt. Ja, du. Also, ich hab grad SMS bekommen, dass es da gratis Donuts gibt. Deswegen bin ich da hergekommen. Das ist ein ganz süßiger, ne? Tatsächlich gibt's ja gratis Donuts. Echt? Wo gibt's denn die? Kommen Sie her, ich hab noch was für Sie. Oha. Dankeschön. Dankeschön. Da bleiben nämlich keine Geschenke an. Slash Heal also. Ja, weißt du warum Slash Heal? Ich kann dir sagen, warum. Ich muss, wenn ich Karl-Heinz spiele, vor jedem Stream Slash Heal machen. Weil, Karl-Heinz hat 75%, ähm, Health. Wenn ich jetzt rein scheune als MP-Pet, der eigentlich 100 Health hat, ähm, hab ich dann immer minus 75. Das heißt, ich muss mir jedes Mal Health geben, dass ich wieder auf 100 bin. Weil, äh, als Pad, als Karl-Heinz hast du nur 75. Und sonst wär da 100. Deshalb muss ich immer vor dem Stream Slash Health machen. Also, das ist sehr schön. Weil du dir die Ansage gemacht hast. Nee. Weil sonst spawne ich mit 75%. Und wenn ich dann das Karl-Heinz spawne, bin ich aber eh wieder normal. Aber ich mach das immer, damit ich dich irgendwie abbrecke oder so. Weil sonst das Wundenskript angeht. Was dann irgendwie unnötig wäre. Und vielleicht nicht sagen, dass ich ne Stunde Zeit hab, das Ding zu kommen. Aber nicht er cheatet, sondern muss man leider machen, wenn man so ein Patch spielt. Weil sonst, äh, spawnt man leider mit Wunden, was nicht gut ist. Obwohl man davor keine Wunden hatte. Wie viel Kaps jetzt? Ja. Auf 3.0 gefixt, das Problem. Aber es hat ja sonst keiner, äh... Wie viel Kaps jetzt noch von den Teilen? Es hat ja sonst keiner, äh, Karl-Heinz oder so als Charakter. Wie viel Kaps jetzt noch? Ein zweites Ding. Ein zweites Kompik. Ja, aber du hast jetzt grad drei Autos gehabt. Achso. Ja. Ist jetzt genug oder noch welcher? Tschuldigung. Tschuldigung. Ich such einen Polizisten, der eine fette Glatze hat. Eine fette Glatze? Ja. Äh... Ja. Der wollte mir nämlich letztes Mal die Lizenz weggeben, dass ich das Ding hier hinten fahren darf, weil wir da eine Diskussion über Buggys hatten, die 50 Kubik haben. Ein Kollege mit einer fetten Glatze? Ja, fette Glatze. Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht. Nee, doch, glaub schon. Ich glaub, da war alles. Ich hab ne Vermutung, wer es ist. Ja, der ist da gefahren und der hat mich angehalten und dann hat er gesagt, ja, wegen dem Dokument und dann haben wir diskutiert und der meinte, er wird gucken, dass ich das Ding mal fahren darf. Jetzt ist die Frage, jetzt weiß ich nicht, er hat mich nicht angerufen oder so. Weil ich will jetzt nicht, dass... Dann schreib doch einfach mal einen Dispatch ans PD und fordern jemand höheren. Ja, dann fordere ich jemanden höheren. Danke. Da vorne in Weste steht jemand Höheres. Hä, wo ist mit der Weste jemand Höheres? Ja, schreib den Werner für in Weste voll hinter dir. Der Karl-Heinz. Nein, ich bin jetzt, äh, Karl... Karl Kolumbus. Der Fünfte. Ah, okay. Ich hab meinen Namen geändert, lass den Spaß. Hallo. Hallo Karl-Heinz. Gut. Ich hab ne Frage. Ey, Karl, willst du mal ein Großmotor ausprobieren? Und dann geht der Edin. Ja. Kannst mal fahren, ist offen. Edin. Nur auf dem Parkplatz. Nur auf dem Parkplatz. Nur auf dem Parkplatz. Nur auf dem Parkplatz. Ich kann mich überfahren. Ah, ja. Ich muss weg. Verdammt. Njumm. 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 Er haftet für sich selbst. Cool hat funktioniert. Ich bin nicht die Schuld und leid auf die Straße fort. Zig scheiße. Ich kann, ich kann das. Ich hab damals viel Motorrad gefahren, wie ich klar war. Njumm. Njumm. Er ist ganz schon braver Bub. Aber bisschen schwer zum Handeln. Sie ist nur, weil der dicker Eddin, der dicker Ancredit drauf gesessen ist. Entschuldigung. Ich hab ne Frage an Sie. Es ist ganz wichtig. Gerne. Es geht um ein Kfz da hinten. Und zwar folgendes. Ich hatte letztes Mal eine Diskussion mit einem glatzköpfigen Polizisten, der mir gesagt hat, wegen dem Dokument, da steht, ich darf halt alles fahren, was so 50 Kubik hat und und. Ähm. 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 Enduro mäßig ist. Und dann haben wir diskutiert, dass das ja auch ein Enduro gefährt ist. Weil Enduro heißt ja Gelände. Und dann meinte er so, nee. Du meinst jetzt den Strand Buggy da hinten, ne? Genau. Das ist ja ein Enduro Strand Buggy. Mhm. Ja. Und dann haben wir die Diskussion gehabt, dass ich den nicht fahren darf. Und ich hab gesagt, doch, da steht ja Enduro drin. Und er meinte, nee, das ist ein Enduro Motorrad. Hab ich gesagt, das steht aber nicht im Dokument fest drin. Und jetzt hat er gesagt, er will gucken, dass er das irgendwie wegbekommt. Dass ich nur noch Enduro Motorräder fahren darf. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mit dem Ding fahren darf. Weil er davor gesagt hat, er möchte mir das irgendwie abnehmen. Und wenn ich jetzt damit rumfand angehalten werde, hab ich das Problem, dass vielleicht jemand kommt und sage, ich darf damit nicht mehr fahren, obwohl ich davor damit fahren durfte. Und dann hab ich ein großes Problem. Wissen Sie, was ich mein? Ich weiß, was du meinst. Aber Karl-Heinz, ich kann dir so viel sagen, dass diesen Strand Buggy hab ich auch. Und das Ding hat definitiv mehr als 50 Kubik. Ja, sein Sie ist ja gedrosselt. Meins ist ja gedrosselt. Ich darf ja nur 80. Fähr denn nicht schneller. Du bist nur 80? Ja, das fährt nur 80. Warte, ich will irgendwas mit 60 kmh. Nur 80. Es ist ja ganz einfach. Und ich darf nicht auf der Autobahn fahren. Das ist auch was. Ich darf nicht auf der Autobahn fahren. Wir können das nicht so machen lassen. Doch einfach mit dem Ding sein Spaß. Haben schon Schleim meins? Jan. Ich fahr ja nur 80 damit. Also schneller geht's mit dem Roller theoretisch. Ich muss am Motorradkurs anmelden gehen und dann muss ich zum Gericht. Dann würde ich jetzt auch mit dem Motorrad fahren. Ne, das ist das Angemeldete. Und so. Du kannst ja dann zum Gericht kommen, wenn du möchtest. Was ist denn am Gericht? Ich hab Gerichtsverhandlungen. Perfekt, dann weiß ich, dass wer da ist. Weil ich musste heute rasen, um ihm ein bisschen Geld zu machen. Perfekt, cool. Und wie viel Uhr ist das? 19 Uhr Karl-Heinz. Perfekt. Dann weiß ich, dass wer da ist und nicht dort rasen wir um die Uhrzeit. Ich schau mal den hohen Chart auf Song Melodies. Perfekt. Gut, dann fahr ich mal. Aber das Ding hat 50 Kubik. Ich zeig ihnen warum. Gucken Sie, was da drauf steht. Herr Officer, da steht 50 Kubikarmot da drauf. Sehen Sie? Sehen Sie? Ich hab recht. Ich hab recht. Mhm. Also ich bin mir schon sicher, dass das nur 50 Kubik hat. Ich hab recht. Mhm. Ja. Okay, da sind Drosseldinger drauf. Gebe ich dir recht. Das ist nur die Frage, ob die anderen Kollegen das auch sehen, wenn sie genau hingucken. Also bis jetzt hatte ich nie Probleme damit. Bis auf das letzte Mal mit einem Polizisten, wo wir diskutiert haben, bezüglich Enduro-Gefährte. Weil da drin steht im Dokument Enduro. Und für mich war das Enduro, weil ich damit ja Enduro fahren kann. Weil es ja Offroad-fähig ist. Weil da hat man in der Diskussion, und er meinte, er möchte das wegnehmen. Ich weiß auch nicht warum, weil so schnell ist das jetzt nicht. Magst du mir das Dokument einmal zeigen? Natürlich. Dass du mir das einmal durchlesen kannst? Natürlich. Dann suche ich schnell durch. Ähm. Ah, das ist der Vormund. Sagst du hast ein paar mehr Dokumente deswegen. Äh. Das ist, äh. Genau. Ähm. Ähm. Bitteschön. Danke. Danke. Mhm. Ja. Gebe ich dir recht. Da steht Enduro-Maschinen drin. Ja, der Noah steht noch neben mir. Mhm. Es steht nicht explizit Motorrad drin. Oder so wie Enduro-Maschinen. Ja, Enduro-Maschinen. Das ist halt echt, sagen wir mal mal bescheiden formuliert. Noah? Eben. Ja. Was heißt, gibt Kette, darf er Vollstoff geben? Nein. Er hat gesagt ja. Cool, dann ist das geklärt mit ihm. Nee, er hat gesagt, nein. Du sollst nochmal fahren. Dann fahr ich mal los. Äh. Aber ich fahr langsam. Ich fahr damit nur 80. Also mehr geht ja nicht. Tschüss. Dann bin ich um 19 Uhr bei euch. Komm. Ich hoffe, dass du wirklich nur so 80 fährst. Ja, ich darf ja nur. Wenn ich damit angehälte, dann hab ich ja Probleme. Tschüss. Hat toll funktioniert. Okay, also laut ihm darf ich. Ich darf. Er bringt sich aber eh nichts, weil ich jetzt hier gleich ein Ding machen möchte. Ähm. Einen Führerschein für LKW. Das wird richtig lustig. Da freu ich mich drauf. Ja. So. Da der Name, den ich aussprechen kann. Ähm. Ich soll Schurik grüßen. Ich grüße, grüße Schurik. Jawoll. Ihr Freund. Fofi M6. Kolon. Dank für 1 Euro auch. Louis W. Dank fürs Resum. Vielen, vielen Dank. Auf geht's, Leute. Zur Fahrschule LKW-Schein machen. Soll ich dann gleich mit dem LKW dort ankommen und einfach fragen, was los ist? Sie sind doch los. Meine Güte. Ja, fahr halt über die Dings drüber. Ich werde sicher beobachtet. Ey, das ist ein großes Problem. Wobei es fällt ja nicht so auf, ich Führerschein mache, weil es ist ja erstmal nichts zurückzuführen auf das Fahrschulfahrzeug, oder? Eigentlich. Also wenn wir es jetzt so sehen. Eigentlich kannst du es nicht zurückführen auf mein Fahrschulfahrzeug, weil es steht ja nicht da drauf, wer das fährt, das Ding. Also Fahrschule wird erstmal easy für mich. Muss nur aufpassen, dass mich kein Kopf verfolgt, wie ich da reingehe und in die Prüfung mache. Dann verstecke ich das Ding hier am besten, weil sonst wissen sie... Oh nee, da ist sie noch. Ich verstecke das dem Buggy hier irgendwo nach hinten. Dann sieht ihn nämlich keiner. So, machen wir mal den Führerschein. Wer ist ready für den Führerschein? Eins in den Chat? Lasst mal ein Like da. Drückt mir die Däumchen, dass wir den Führerschein machen. Das kleine Bub, darfst du überhaupt schon den Elke-Führerschein machen? Natürlich. Mach schon Motorrad. Oh, was ist denn hier los? Upsi. Und... Da war auch alles normal. Ah. Ja, zur Not melde ich dich nachher mal, ähm... Ja, ich schaue einfach, ob es funktioniert. Schaue... Alles klar. Ja, gut. Eigentlich sollte es aber gehen, wenn du neue RAMs geholt hast. Mh, ja, es ist halt wunderschön. Mhm. Ich glaube halt, dass die Megahertz nicht mehr aus dem Zimmer brauchen. Ja, glaube ich aber auch. Die neuen sind 3200er. Ist ja ein PC-Geschäft, gibt's ja PC-Teile zu kaufen. Cool. Ich hab auch 3200er drin, aber keine... Ich muss hier noch ganz schnell her. Ich bring gleich wieder weg. Ich bring gleich wieder weg. Homeland ist da. Das ist wahrscheinlich ein Fall. Ja! Wir fahren LKW. Ich freue mich. Vince Karl-Heinz, Alter. Wenn die sehen, dass ich den LKW-Schein gemacht habe. Ey, aber der Scania LKW ist ja richtig geil. Ich weiß nicht, kann man den kaufen? Ich muss mich da informieren, welchen LKW wir kaufen. Ich... Wir müssen uns informieren, Leute. Lastkraftwagenfahrer. Der Tacho ist ein bisschen broke da drin, sehe ich gerade. Der ist ein bisschen kaputt. Der macht nicht das, was er machen sollte. Oh, wirklich. Ach komm. Ja, hier. Ja, schaue auf den Verkehr und achte auf die Ampel. Ja, das werde ich denn wohl machen gerade. Überrot fahren natürlich. Matze! Hier ist alles 80 immer noch. Und dann hier vorne ist dann gleich 100. Ah ne, gehts ja direkt auf 130. Stimmt. Da fahre ich jetzt voll aus den Gorn. So, war mal rechts. Ja! Und los gehts! 131 maximal. Sieh mal. Ohne 30 setze ich drauf. Lebt denn. Alter, halt mich hier nach, halt mich hier nach. Oh, ich habe noch einen LKW-Fahrer. Und den verpasse ich immer, den hier. So. Jetzt überholen wir den aber. Gehen die Blinker bei dem Auto? Ne. Ne, da geht gar nix. Perfekt. Fahren ohne Blinker. Na, nicht mal vorne die Blinker gehen. Das ist alles nur hell. Ne. Mal zu vergessen. Aber ich glaube, der fährt auch keine 130 der Wagen. Guck mal. Ich fahre jetzt 100. Kann man damit überhaupt noch 130 hin? Dass ich überhaupt auf die Geschwindigkeit komme. Ja. Weil ey, das war ja richtig geil. So fetten LKW-Fahren mit Tuning, mit Anhänger hinten drauf. Das fühle ichs. Oh doch, 130 haben wir geschafft. Schaut mal. Also er fährt schon 130, wenn man's möchte. Also einmal bergauf geht's nicht 130, bergab geht's aber 130. Hier ist ein Getunter, glaube ich. Ja, der ist getunt. Ist schon... Aber ich kann übers Lenkrad ein bisschen drüber gucken, siehst du? Es geht schon. Schaut mal. Schaut mal. Karl-Heinz guckt... Wobei Karl-Heinz guckt direkt aufs Lenkrad, also er sieht relativ wenig. Ja. Karl-Heinz guckt aufs Lenkrad. Wenn wir es sich mal angucken. Schaut mal. Aber er kann links rausschauen. Das ist schon mal... Das ist schon mal ein Vorteil. Ich denke dann, Jan der Knob noch für das PP-Wert auch nochmal. Vielen, vielen Dank. New Sub. Warst du nicht schon mal Sub irgendwie bei mir? Ich hoffe, du warst schon mal Sub. So hier Unterbremsen auf 80. Wichtig und richtig. Ich hoffe jetzt halt nur, dass der Plan jetzt aufgeht. Dass ich jetzt hier, wenn ich hier fahre, nicht die Polizei kommt. Weil ich fahre gleich Richtung... Richtung Stadt einwärts. Da könnte natürlich Polizei auf mich warten und mich festnehmen mit dem Ding. Weil die sagen, ich darf damit auch nicht fahren. Aber wir werden gucken. Werden gucken. Jetzt ist auch endlich die Weihnachtsbeleuchtung unten. Jetzt haut man sich nicht mehr den LKW an der Weihnachtsbeleuchtung unten an. Guck mal. Und wir normal durchfahren. Ohne Probleme. Komm, den schafft man aber schon. Den schafft man schon. Den Führerschein nächstes bestehen. Ich habe 4000 Dollar dafür bezahlt. 4000 Dollar. Dann werde ich das jetzt wohl bestehen hier. Mit Karl 1. Ich hoffe einfach, dass jetzt keiner mir hier aufkreuzt und mich festnimmt oder so. Und dann machen wir fette LKW Ladung. Erstmal für 1 zu 7 arbeiten. Und fette LKW Ladungen annehmen. Das wärs doch. Dann habe ich Auto und LKW Führerschein bestanden. Das ist schön. Wait a second. Ich kann ja auch anders dorthin fahren, oder? Oder muss ich da den Weg fahren? Ich bin mir grad unsicher, ob ich auf den anderen Weg fahren könnte dorthin. Schau mal. Ich glaube, ich könnte auch den anderen Weg fahren. Weil es ist ja nur noch der eine Punkt zum Abfahren. Na, schauen wir mal. Ich krieg das schon so hin. Das schaff ich so schon. Die ist ja auch mal so. Die ist alles. Tschüssi. Warum mach ich ein Orbe von dem? Hast ich da durch? Ja. Stimmt, das hätte sich sicher schon wer beschwert, dass er hier nicht durchpasst mit dem LKW. Ich soll sicher ein Ticket immer mal bekommen. Okay. Ich hab's gleich. Keine Polizei. Oh, hab ich ein Glück. Keine Polizei weit und weit. Ich kann einfach den Führerschein fertig machen. Das heißt, keine Probleme mehr bei Polizei kontrollen. Oh, ein Fehlerpunkt. Weil ich ein Schild überfahren habe. Und jetzt aber. Wait a second. Und. Bestanden. Bestanden. Ja, ich hab mein LKW Führerschein. Guckt mal. Brieftasche. Noch 1 zu 7. Nico Oxenhofer. Haut 1 zu 7 raus. Haut 1 zu 7 raus. Vielen Dank. Alter, vielen, vielen herzlichen Reiz haben. Nico. Er schreibt einfach nix dazu, der Manchi. Er schreibt nix dazu. Er schreibt nix dazu. Weißt du, er könnte alles dazu schreiben. Er haut einfach nix dazu. Alter, Nico. Vielen, vielen herzlichen Dank. 107 Euro im Superchat. Leute, lasst mal alle ein Hashtag 1 zu 7 da. Oder haut mal 1 zu 7 rein. Ich muss jetzt gleich vor Gericht. Ja, ich muss jetzt gleich vor Gericht. Also wir holen uns den LKW später. Aber ich muss eigentlich hier vor Gericht noch arbeiten. Das finanziert sich nie von alleine, das Ding. Alter, vielen herzlichen Reiz haben. Und Jana, Knobloch, danke auch für 10 Euro. Superchat. Vielen, vielen, vielen Dank. Haut auch hier nochmal ein 10 heraus. Vielen, vielen Reiz da. Bin ich liebe und kust getraust an euch zwei. Jetzt hauen wir nochmal einen fetten Like halt raus hier dafür. Auch nochmal für Nico. Bruder, vielen, vielen Dank. Der ist für dich. Der ist für dich. Oh, mein Auto hat sich verdoppelt. Perfekt. Ja, no admin. Auf geht's. Richtung Court. Zum Kurt. Zum Kurt Court. Ha, Nico, Charlotte raus. Einfach so random. Komplett random Charlotte heraus. Und get on my fan. Danke fürs TRP werden. Vielen, vielen Dank. Ist grad frisch Mitglied geworden. Warte mal. Sag dir an, dass du zweimal Mitglied geworden bist. Warte mal. Warte mal. Mag man bei YouTube grad rum? Dann sag ich mir grad an, du bist zweimal Mitglied geworden. Gibt mich eigentlich gar nicht. Ah, jetzt ja. YouTube hat grad bei mir rumgepackt. Jetzt sehe ich es wieder normal. Danke YouTube. Danke, ich muss dann einmal die Zeit reloaden. Perfekt. YouTube wieder buggy. Buggy. Äh. 19 Uhr geht die Verhandlung los. Das heißt, ich schaue, ob die Vollgeldtomat da ist. Frag sie, ob ich einmal fahren darf. und dann, äh, schauen wir mal. Schauen wir uns das mal an. Hallo, die Lade klappst du heute bei Ende. Kannst du mich bitte mit dem Bruder Marvin grüßen? Ich grüße den Marvin, ja, und ich grüße dich auch gleich mit. Vielen, vielen Dank an, äh, Marvin. Auch. Bitte sind wir gut aus, an Marvin. Wie er komplett lost. Also wir fahren zum Chor drüber und ich, 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 ich frag's einfach mal. Wenn du da bist, ist es da, wenn nicht, dann nicht. Weil wenn, wenn wir Rasenbienen kommen sollen, dann hol ich vielleicht einen Traktor oder so. So ein Anhänger hinten dran. Weißt du, was ich meine? Aber das ist ja geil. Und dann kaufen wir einen LKW mit dem Geld. Wobei 100.000 kostet ein LKW, ne? Und ich, wenn ich mir das überlege. Oh Gott, so bin ich da gerade langsam gefahren, ne? Zum Glück bin ich hier gerade alles langsam gefahren. Wenn wir es uns anhalten können, wieder sagen können, nein, 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 Karl-Heinz, das geht aber so nicht. So. Samuel, danke fürs Zipwerden und Friendjax. Aktiv, kennst du mich noch? Friendjax, kenn ich noch? Jawohl, es geht draußen an dich. Und Diana Berger ist auch wieder am Start. Die kenn ich auch noch. Wie gesagt, Diana. Gucken wir mal, ob er da ist. Wolf ist da, ja. Sehen wir schon. Gehen wir mal rein hier. Und fragen wir mal, ob sie jetzt noch was brauchen, weil sonst... Ich habe hier keine Waffen, ne? Ich habe eh nichts Illegals dabei. Oder habe ich was Illegals dabei? Angeln? Ne, alles gut. Alles legal. Ich habe immer Angst, dass ich was Illegals dabei habe. Aber die müssen wir jetzt ab. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin hier wegen einem Angebot fürs Rasenmähen. Wegen einem Angebot fürs Rasenmähen. Würdest du einmal ganz kurz hier warten? Ich würde dir die Frau Harris vorschicken, ja? Ich warte zwei Minuten. Er hat gesehen und ich wusste, es ist sehr leid. Hallo. Hi. Ich wäre wieder bereit fürs Rasenmähen. Mhm. Weil sie sich jetzt mal beschwert haben, dass der Rasen wieder so hoch ist. Das ist der Sound, aber ich springe. Dann würde ich jetzt gleich anfangen. Okay. Dann hole ich den Rasenmäher. Ich bin dann später gleich wieder hier. Das ist der Sound, aber ich springe. Geht das soweit klar? Ja, das ist okay. Cool. Dann bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Oh, cool. Funktioniert. Ich kriege Geld, ich kriege Geld, ich kriege Geld. Rasenmähen aktiv, Rasenmähen. Ich will schauen, ob das, äh, ist das Ding offen? Er hat offen lassen. Ja. Ja, er hat's offen lassen. Ich liebe ihn. Sein neues Motorrad ist jetzt einfach weg. Ja, aber hey, wenn er's schon offen stehen lässt, ist es ja für mich gedacht gewesen, dass ich nicht doppelt fahren muss, wisst ihr? Ich bring's ja wieder zurück, Leute, ich bring's ja wieder zurück. Es ist einfach offen. So. Wenn du jetzt fragen, wo ist mein Motorrad hin? Äh, wo ist das Ding? Wenn wir nochmal Park wissen, dass, dass, äh, Rasenmähtdingsbums, wo ist denn nochmal der Rasenmäher? Da vorne irgendwo, ne? Ah, da ist er, ja. Hier. An dem Häuschen. Dann packen wir mal Rasenmäher aus. So. Ich bring mal das Ding hier ab. So. Jetzt schließe ich's aber ab. So. Äh, starten. Ja. Oh. Hä? Ähm. Bruder, das Motorrad hab ich jetzt hier aber nicht... Warte mal. Hab ich das Motorrad genau da geparkt, wo, wo das Ding rauskommt? Oh, nee, oder? Oh, doch hab ich. Ich hab's einfach am Spawn ausgeparkt. Ich glaub's nicht. Ich bin so, ich bin so ein Trottel, ey. Wie, wie, wie schaff ich das, dass ich das, das Ding genau dorthin stelle? Aua, au, jetzt hat mir weh getan. Perfekt. Weißt du, wie kann das sein, dass ich das Ding genau dorthin stelle? Wo dieser Traktor ausparkt. Das kann ja nicht... Das ist halt so Karma, ne? Das ist halt wieder so heftig Karma, Bruder. Jetzt krieg ich das Ding auch nicht mehr, was jetzt beschädigt ist. Krieg ich das nicht mehr weg. Das ist halt dickes Karma, das ich gerade hier bekomme. Live on stream. Richtig heftig. Ich krieg das Ding nicht mehr raus. Also, jetzt. Jetzt haben wir's so. Boah, Alter, was war das denn gerade für Karma? Ich glaub, ich krieg das so oder so nicht mehr raus, weil ich das feststecke, oder? Bin ich jetzt hier nicht stuck? Mal gucken. Alter, was kann man für ein Pech haben, Bruder? Was kann man für ein Pech haben? Gebt euch das. Ich steck hier fest, weil... Bruder, ich hab so ein Pech. Das kann halt echt nicht wahr sein. Das kann halt echt nicht mehr wahr sein, dass ich mit einem Rasenmäher hier ausparke und ich jetzt hier nicht mehr rauskomme, weil das hier feststeckt. So, ach, das funktioniert. Wartet. Ein bisschen weiter. Das kann ja echt nicht wahr steinern. So, jetzt aber, komm. Fahr, 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 fahr. Ey, bitte. Leute, es sind vielleicht ein paar Millimeter. Ich krieg das Ding nicht raus. Aber ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich werde dieses Motorrad jetzt benutzen. Ja, komm, schau, nicht so blöd. Und werde jetzt das Ding hier einfach an. Ja, perfekt. Schau, ich schieb das hier einfach an. So, jetzt haben wir's, oder? Jetzt geht's aber, oder? Ja. So, jetzt fahr ich das Ding wieder zurück ein und hol mal ein neues, weil das Ding jetzt kompletter Totalschaden ist. Hallo? Äh, verkaufen, ja. Ach, du bist... Warte, dann muss ich einmal fahren, so einmal gemäht und jetzt. So, passt. Zack, drei Dollar hab ich jetzt gemacht und jetzt hol ich's noch mal raus. Ja, weißt du, ich hab halt genau das Bike am Ausparkpunkt hingestellt. Das ist halt echt so unnötig. Jetzt bin ich aber fertig. Jetzt fahren wir. Und dann fahr ich gleich wieder mit meinem Auto. Also mit dem LKW dann. LKW wird dann finanziert vom Start, tatsächlich. Die Dieke Basch. Servus und schönen guten Abend, Kudl. Wie wäre es mal mit einem Mähdrescher zu mähen? Das wäre geil. Aber ich habe schon mal nach einer Mähdrescher-Mod gesucht, ich habe keine gefunden. In GTA San Andreas gab es ja so einen Mähdrescher. In der GTA 5 Beta gab es auch einen Mähdrescher. Da gibt es sogar ein Foto davon. Kann ich euch dann zeigen, wo das Foto ist. Aber in GTA 5 gibt es leider keinen richtigen Mähdrescher, ne? Leider. Aber in der Beta gab es anscheinend einen Mähdrescher in GTA 5. Das finde ich schade, dass sie das rausgeschnitten haben. Bei den San Andreas gab es ja diesen fetten Mähdrescher mit vorne diesen... bei diesen Dreschern halt dran. Das vermisse ich so ein bisschen in GTA 5. So, äh... Xenobay, bedankt fürs VP-Werden. Yes. Und Marvel auch da. Danke Marvel fürs VP-Werden. Report Clips. Gönn dir das Geld und kennst du mich noch? Mein Account, äh, QueenChalk. Kenne ich jetzt nicht. Kenne ich jetzt wirklich nicht. Aber vielen Dank, Brudi. Vielen Dank. Report Clips. Na, Donnerblitz ist auch wieder am Start. Donnerblitz ist ein zu sieben. Ich will, dass du auch wieder am Start bist. Das ist immer da, der Donnerblitz. Da Moritz, danke. Moritz, 1190. Auch danke, dass du auch in meinem Start bist. Jonas Freimuth, wie geht es dir so? Sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ist das, was mir aufgefallen ist? An meinem PC. Ähm... Ich habe gestern geschaut wegen meinem PC, weil wir FPS verglichen haben. Äh... Meine CPU ist schon so alt, dass die meine Grafikkarte um ein paar Prozent runter drosselt, dass ich so 20, 30 FPS weniger habe. Ich habe jetzt nämlich eine 380er... Ne, 390er habe ich ja drin derzeit. Ähm... Jetzt muss ich eigentlich eine CPU neu aufrüsten. Weil ich mir gedacht habe, wird eh langsam wieder Zeit. Ja, es wird es demnächst einen neuen PC geben. Ich weiß nicht. Ich werde ihn vielleicht... Ich werde ihn dann vielleicht in die Insta-Story tun. Ich baue ja meinen PC mal selber zusammen. Und äh... Ich habe schon so ein richtig, richtig geilen, so richtig geiles Gehäuse gefunden. Äh... Bin ich schon richtig gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn ich damit fertig bin. Aber ich werde mir zuerst wahrscheinlich mein Setup neu bauen. Dass ich ein bisschen mehr Leistung habe. Ähm... Ja... Meine CPU, die ist jetzt schon etwas älter. Jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wenn ich jetzt nochmal wieder upgraden will, vielleicht immer mal zu 194 oder so, dann ist auch mal wieder Zeit, die CPU neu zu machen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich gleich alles neu, ne? Bis auf Windows 10 bleibt es drauf. Windows 11 mag ich nicht. Die 4,90 kostet ja eine Niere. Ja, das einzig Gute ist, ich kann es ja von der Steuer absetzen. Das ist das einzig Gute. Ich kann, ähm... Alle Komponenten, weil ich ja... Das in die Firma nehme. Ich brauche das ja eigentlich nur zum Arbeiten, so gesehen. Kann ich das ja komplett absetzen. Das ist das einzig Gute, wenn du eine Firma hast. Dass du die PC-Teile absetzen kannst. Aber ich bin gespannt, wie das wird. Ich liebe nämlich, PC selber zu bauen. Und ich habe schon so ein richtiges, so ein richtiges Bild davon, wie der dann aussehen wird. Ich weiß auch schon so circa, was ich hier einbauen werde. Aber ihr werdet dann sehen, das wird ein richtiges Monster. Richtiges Monstrum. Das ist aber auf Instagram folgen, wenn ich es dann posten. So, auf geht's. Dann gehen wir mal Rasen mähen. CPU, eher Intel oder AMD? Ich bin ein Intel-Fanboy. Ich bin von AMD abgeneigt, weil ich damals ATI, wo es auch ATI geheißen hat, und AMD, als sie dann den Umschwung hatten. Hatte ich mal Grafikkarten von denen. Und die wurden immer sehr heiß. Und seitdem bin ich immer so auf Intel und Nvidia. Also Grafikkarte, Nvidia-Grafikkarte und CPU immer Intel. Ähm, hatte ich auch nie Probleme mit, mit den Produkten, von dem her. Ich bleib dabei, weil ich mir denke, ähm, ich damit noch nie Probleme hatte. Und von der anderen Firma hatte ich halt schon Probleme genug gehabt. Dann bleib ich halt bei denen, ne. Ich weiß, das passt. Kann man denn nie auch von der Steuer absetzen, ja. Ja, Steuern zahlen, das ist wie, ach, schau mal, da kommt die Konkurrenz, guck. Ich fahre mal. Hallo. Moin. Sind Sie Konkurrenz von mir? Sie machen hier das Ding sauber und ich mal hier, oder wie? Ja, ist ja keine Konkurrenz, ne. Du möchtest einen Rasen, ich mach... Ja, genau meine ich doch. Aber, aber, kriegen Sie auch Geld dafür? Ich krieg da auch Geld für. Wie viel kriegen Sie? Hallo? Ja, ich krieg da auch Geld für. Ja, aber wie viel kriegen Sie dafür? Oh, das... Wie viel genau weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das muss ich mir mal ausrechnen. Ja, perfekt. Ich geh auch mal arbeiten, rechne hier zusammen, was ich Ausgaben hab. Und lass mich dann einfach bezahlen, so ganz auf easy. Na, ich krieg... Ich trag das ein und krieg das ausgezahlt. Ach so, von der Firma oder was? Ja, ja, von der Firma. Also, ich dachte, die bezahlen Sie hier drin, in dem Haus. Nee, nee, ich krieg das vom Chef ausgezahlt. Also, ich krieg das von hier drin ausgezahlt. Aber gut, ich hab auch keine Firma. Ich mach das hier, ähm... So halb ehrenamtlich. Bisschen Taschengeld, wa? Bisschen Taschengeld, ja. So 50.000, 70.000, so. Oh. Ja. Das ist schon, das ist schon schön, ne? So viel... Bisschen Taschengeld halt, ne? Ja. Ja. Gut, dann mach ich ja den Mähdings. Wenn ich irgendwas verliere, dann müssen Sie es aufsaugeln mit Ihrem Dingsenbums. Jo, machen wir so. Cool. Wir können dann später auch tauschen. Nee, danke. Wollen Sie nicht? Nee, wir haben die Dinger ja auch. Ich mag die Teile nicht. Ach so, okay. Cool. Ja, dann mach ich mal weiter. Jo. Die Konkurrenz ist eingetroffen. Guck mal, was ich steuern bezahlt, ist halt auch das andere Ding, ne? Also ich würde lieber Sachen kaufen mit kompletter Steuer und dafür kann ich Steuern zahlen. Das wäre schöner. Das wäre schöner. So, hier machen wir noch schön sauber. Genau, hier fahren wir rein. Er macht draußen den Gang sauber und ich mach hier, und er macht hier draußen sauber. Ich mach hier drinnen den Meer. Siehste? War ich hier rum. Aber das einzig Gute, was auch ist, dann habe ich eine Ausgabe. Es ist auch immer so, wenn du eine Firma hast, musst du ja Ausgaben haben. Und ich habe, ich muss euch sagen, für meine Firma habe ich relativ wenig Ausgaben. Ich meine, ich habe, ich hatte in dem Fall einen Angestellten fix bei mir. Sonst habe ich eigentlich keine richtige Firma Ausgabe. Ich habe nicht mal einen Filmwagen oder so. Ich habe höchstens mal, dass ich, ja, Elektronik-Sachen oder so, oder, oder, oder sowas, oder, wenn ich ein, 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 ein... Das ist halt immer das Problem. Man schaut so viel Ausgaben wie möglich zu machen, um die Steuern zu drücken. Das macht halt jeder so. Aber bei mir geht es halt schwer, weil ich halt kaum auch so Ausgaben habe. Also, sobald du alles gekauft hast, so... Wobei doch, Ausgaben-Server, das ist, das ist noch das einzig Große, was ich habe. Die Server-Ausgaben, die sind noch da. Also, die Unterhaltungskosten vom Server, oder wenn wir Sachen kaufen für, für den Server. Das sind noch die Sachen. Das ist auch noch als Ausgabe drin, aber sonst... Wie heißt deine Firma? Klutsch-Klöten-Brot-GmbH. Nee, keine Ahnung. Die MeLife-Online-Firma. Das soll ich hier jetzt auch nicht sagen, wie meine Firma heißt. Denke ich mir so, warum soll ich das sagen? Wäre doof. Ich würde meine Firma niemals irgendwie so benennen, dass es irgendwie auffällig wäre, weißt du? Wäre ja dumm, wenn ich so privat leben möchte, weißt du? Wäre ja blöd, wenn ich meine Firma einen Namen geben würde, wie zum Beispiel MeLife-Online oder sowas. Oder einfach Xion geben wäre oder sowas nennen würde, wäre es ja mega auffällig. Also, deshalb heißt meine Firma auch nicht so. Was macht eine Firma Schönes? Ja, wie man sieht, Videoproduktion im Fall. Also, die Leute verstehen nicht, dass man eine Firma braucht, wenn man YouTube macht, professionell YouTube macht. BZW, wenn man mit YouTube Geld verdient. BZW-Unternehmen, sag mal nicht Firma, ein Unternehmen. Firma ist das andere, aber gut, ich habe jetzt ja auch Angestellten. Aber du musst halt ein Unternehmen aufmachen, wenn du die Absicht hast, mit etwas Geld zu verdienen. Und ich verdiene ja mit YouTube Geld, das ist ja meine Haupteinnahmequelle. Dann musst du ja ein Unternehmen gründen, das musst du. Das ist ja das Ding. Ob es jetzt ein Kleinunternehmen ist, wenn du anfängst, oder ein Einzelunternehmen, dann gibt es doch GmbH. Da steht ja alles offen, ne? Außer du verdienst mehr, dann kannst du irgendwann nicht mehr Einzelunternehmen sein. Ah ja. Aber wenn ihr wenig verdient und irgendwann mal anfängt, ich glaube, die meisten YouTuber starten mit so einem kleinen Unternehmen. Und irgendwann wird es dann zum Einzelunternehmen und dann wird es irgendwann eine GmbH vielleicht. Je nachdem, ob es sich rentiert oder nicht. Muss man halt selber wissen, ne? Aber was die Leute halt nicht wissen, eigentlich jeder große YouTuber hat halt ein Unternehmen. Geht ja nicht anders. Du bist ja selbstständig, so gesehen. Man macht das ja selbstständig und du musst das ja auch anmelden, musst ja Steuern dafür zahlen. Also alles, was man ja YouTube auszahlt, muss ich ja auch nochmal zusätzlich versteuern. Das ist ja nicht so, dass man das einfach einstecken kann und gut ist. Das verstehen leider sehr viele nicht, dass das bei YouTube ja dasselbe Thema ist. Sobald man irgendwo Geld verdient, ist egal wie, will der Staat ja seinen Happen abhaben, ne? Das ist egal, wie, wo, was, ne? Daru hat ein Mitarbeiter. Ne, Daru ist bei mir nicht Festangestellter. Daru hat bei mir Aufträge gehabt. Daru wurde aber auch ausbezahlt, aber da haben wir immer Rechnungen gemacht. Das heißt, Daru hat mir eine Rechnung gegeben und ich habe die dann bezahlt. Das war was anderes. Daru hat so gesehen, äh, ein eigenes Unternehmen. Ist ein Unternehmen Stoffregenmedien? Nein, ist es nicht. Das ist, äh, das Unternehmen von meinem Freund, äh, in Deutschland, der für mich die Website auch hostet. Das ist mein Host da. Da hoste ich meine Website. Der Stoffregen. Der ist ein guter alter Kollege. Den kenne ich, seitdem ich 13 bin oder so. Ja, bei dem habe ich damals mal Minecraft-Server gehostet. So lange ist das her einfach, der Stoffregen. Aber ja, auf meiner Website steht ja auch Stoffregenmedien in Zusammenarbeit, weil er die Seite auch hostet bei sich. Das ist, äh, ja. Warum kann man dich nicht auf Discord anschreiben? Ja, Bruder, wenn ich Discord offen habe, meine DMs, dann habe ich nach einem Tag 30, 40 Nachrichten in meiner DM drin. Äh, mit Hallo, schön, wie geht's dir? Und dann ist, ich habe ja gar keinen Überblick mehr. Oh, ja, wir müssen eine Rumpe GmbH aufmachen. Das wäre es. Richtig unauffällig. Die Mark-Rumpe GmbH. Oder eine Saugstauber GmbH. Das könnten wir theoretisch, das könnte ich in WeLife ja auch aufmachen. Saugstauber GmbH. Wäre richtig unauffällig. Hat nicht Mois die Keller-GmbH gegründet? Also, der hat ja, seine GmbH hieß ja wirklich Keller-GmbH, ne? Wenn es mich nicht ganz irrt. Flauschige Hunde-GmbH. Also, Dario, dein Zwangsarbeiter. Nein. Nein, der Arme Dario. Schau, Dario wird immer gemobbt, egal wo. Der Arme Dario. Was für 30, 40. Ne, 30, 40 Nachrichten würde ich bekommen, wenn ich es nicht sagen würde, dass es offen ist. Ich habe nämlich mal Folgendes gemacht. Wenn ich mir auf Discord schreibe, habe ich mal aufmachen müssen. Und ich habe keinem erzählt, dass meine DMs offen sind, weil man kann mir eigentlich schreiben. Nach einem Tag hatte ich 30, 40 Nachrichten. Das meinte ich damit. Wenn ich jetzt den Leuten sagen würde, dass meine DMs offen sind, dann wären es natürlich viel mehr, glaube ich. Oder die 1 zu 7 GmbH wäre doch auch geil. Stell dir mal vor, mach die 1 zu 7 GmbH auf. Das wäre es doch. Dario wird gezwungen. Robert GmbH. Die Flachdach GmbH, ja. Das ist aber richtig geil. Ey, das wäre so geil, wenn man das machen könnte. Ich meine, wäre mir die Privatsphäre nicht wichtig, würde ich, glaube ich, wirklich irgendwie sowas nehmen. Da würde ich echt sowas nehmen wie die Flachdach GmbH oder die 1 zu 7 GmbH oder so. Das wäre schon lustig. Das wäre schon lustig, wenn du auf einer Rechnung drauf hast. Ja, hier 1 zu 7 GmbH. Hat ihnen, äh, hat ihnen gerade so und so viel, äh, abgebucht. Die offizielle 1 zu 7 GmbH. Das wäre, das wäre geil. Also, sollte ich mir mal irgendwo mal zeigen, dann werde ich das irgendwie mal machen. Da werde ich das so, äh, ich will die Firma so benennen, hundertprozentig. Deine Firma steht in der Kanal-Info. Ne, das ist nicht meine Firma, das ist, äh, mein Netzwerk ist das. Das ist was anderes, mein YouTube-Netzwerk. Das ist nicht meine Firma. Klo GmbH, Beton-Dach GmbH, ja, Alter. Aber Saugshop GmbH wäre eigentlich das Beste von allen Sachen. Genauso, die Web-Bedia Gaming GmbH, das ist mein Netzwerk, das ist mein Management, was drin steht. Fußraumspinne GmbH, Alter, aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, du machst das und jemand muss das eintragen für dich. Äh, der wird sich so denken, was zum Teufel mache ich da gerade, was tue ich denn da gerade eintragen? Was tragt der da ein? Die Reizdame GmbH. Karl-Heinz GmbH, alles. Alter, stell dir mal vor, du trägst das ein und jemand muss das halt irgendwie machen. Ja, voll lustig. Ey, das Beste ist ja eh immer, wenn du den Leuten erklären musst, was du arbeitest. Das ist ganz schlimm. Vor allem in Österreich checkten das auch viele nicht, weil in Österreich gibt es nicht sehr viele Let's Player oder sowas. Wobei, es gibt noch einen Chaos-Flow gibt es noch als Let's Player. Wen gibt es noch aus Österreich? Let's Player aus Österreich. Also, mir fällt jetzt nur Chaos-Flow ein. Okay, S-Freak hat früher mal Let's Plays gemacht mit COD. Was sonst jetzt so mittlerweile, also, mir fällt gerade niemand mehr ein. Oder, kennt ihr einen Let's Player aus Österreich, einen größeren? Hallo. Grüß dich. Muss uns ja auch tagen. Hört auch Rasen mehr unterwegs? Ja. Ja, ich muss auch, weil ich habe jetzt fertig gemäht drüben. Heute kein Autohändler? Wie, heute kein Auto. Achso, nee, heute nicht. Nee, nee. Finde ich gut. Ja. Ah, genau, die Two-Buddies zocken, oder wie die hießen. Veni gibt es ja auch noch. Stimmt, Veni. Venicraft gab es ja auch noch. Pass auf dich auf, ne? Bitte? Pass auf dich auf. Ebenfalls. Und schöne Wagenfarbe. Dankeschön. Bitteschön. Stimmt, Veni gab es ja auch noch. Glaubst du auch? Und die Buddies zocken, aber machen die Buddies zocken überhaupt noch was? Ja, hungriger Hugo macht ja keine Let's Plays. Der macht ja nur Ausschnitte von Monte. Aber, ähm, es gibt nicht so viele in Österreich. Veni, dann die Venicraft, dann Chaos Flow und in dem Fall noch hier Dings, äh, wie wir es gesagt haben. Aber so Sinn, es gibt halt nicht so viele Let's Player in Österreich. Das ist aber immer sehr schwer, den Leuten zu sagen, was man, ähm, arbeitet. Weil, da gibt es vielleicht drei, vier Stück, die so eine Größe haben, dass du sagen kannst, äh, ja, hallo. So, ich arbeite dies und das und das ist immer so lustig, den Leuten das zu erklären, wie das funktioniert. So, welche Grafikmod benutzt du für GTA meine eigene? Das ist wirklich meine eigene Grafikmod tatsächlich, die kann man nirgends ziehen. Andel, ja gut, Andel gibt's, gut, für mich ist Andel kein anderer YouTuber, für mich ist Andel ein Freund. Das ist halt... Ach nee, jetzt steck ich da fest, Alter. Oh, das ist so assi, da hochzukommen, ey, Bruder. Dass wir das ja geschafft haben. Aber stimmt, der Andel gibt's ja auch noch. Da war ja noch ein Andel. Ja, Sascha Huber macht der Let's Plays. Nein, da schreibt Sascha Huber rein. Ja, Sascha Huber erstmal in GTA RP, kennt man. So, auf geht's. Ja, also, wie gesagt, dann kennt man nur die, die Two Buddies zocken, Beni, ähm, Chaosfloh und mich so und halt ein Andel noch. Aber sonst gibt's halt in Österreich nicht so viele. Das ist halt so, in Österreich hast du ganz selten Leute, die Let's Plays machen. Also, ich kenne jetzt nur uns so. In Deutschland ja, gibt's ja so viele, wenn ich mir denke, äh, eigentlich fast wie Sand am Meer, die größer sind in Deutschland. Also wirklich viele. Da gibt's, äh, ja, paar Looten gibt's, Standardskill, iCrymax. Dann gibt's noch alles. Gronkh. Ach, schlag mich tot, was haben die Deutschen noch alles für Let's Player? Ja, gut, Cisco, klar, ich will euch ja jetzt auch als Let's Play betiteln, der macht ja Let's Play. Ne Symex, Montana Black. Haha, Adlerson macht Let's Plays, genau. Ach, stimmt, Pukki gibt's noch. Pukki, den hab ich voll vergessen, der kommt aus Graz, stimmt. Pukki hab ich noch vergessen in Österreich. Der ist, äh, der ist auch Grazer, der macht so, ähm, auf, auf dem Handy die Sachen. Also so eher Handy-Apps. Genau, Gomme gibt's noch, German Let's Play, Bust, die, das ist halt, äh, schau mal wie groß, äh, wie viele Let's Player es gibt. Un, 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 mengen viele in Deutschland. Wirklich un, mengen viele. Und wie gesagt, in, in, in Österreich hast du eine Handvoll größeren Streamern, die Let's Plays machen. Genau, TriMax gibt's ja auch noch, äh, aber jetzt so die größten, würde ich fast sagen, sind so GLP, Gronkh, paar Looten, das sind so auch die größten. Und ein I-Crimex ist ja auch riesig. Oder ein Standard-Skill. In der Songmail gibt's ja noch, Hand of Blood gibt's. Alter, es ist, es gibt so viele. Elo-Tricks, genau. Hapa-Platte, Let's Hugo. Wobei, Let's Hugo kommt, glaub ich, gar nicht aus, äh, kann sein. Irgendwann hat vorhin geschrieben, Let's Hugo kommt aus, äh, Luxemburg, wenn's mich nicht irrt. Habt vorhin mal geschrieben. Aber wie gesagt, Deutschland ist halt viel, viel größer, dass das viel mehr verbreitet, als in Österreich. Das ist aber immer so schwer, Leuten zu erklären, dass man arbeitet in Österreich. Ich hab mich verfahren, ich glaub, wir müssen hier hin. Ich glaub, ich hab, warum sieht man das Icon nicht mehr? Ich hab mich wirklich verfahren gerade. Dauri, wie gibt's ja auch noch, Alter, ist, ja gut, Knossi, ja doch, Knossi macht ja auch ein paar Let's Plays. Luca, ja, ist das halt, äh, also ihr seht, ähm, wenn man dann die Namen vergleicht zwischen Deutschland und Österreich, Let's Player, ist halt ganz anderes, ganz anderes Thema. Das ist halt schon heftig. Dann machen wir einfach das österreichische Ufo auf, irgendwie. Ah, stimmt, ich hab ja ganz vergessen, es gab ja noch, ähm, Dena gab's ja damals noch. Stimmt, der hat voll vergessen. Der war ja auch im Ufo drin. Das ging aber nicht lang, das Ufo, ne, das war nur ganz kurze Zeit. Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, ein Unge hat ja damals auch Let's Played ganz viel. Wobei, der spielt ja, derzeit ja auch wieder, so, WoW spielt das auf Twitch, hab ich mal gesehen. Aber so ein Unge, so ein, so ein Dena, da sieht, da, ja gut, die sind halt jetzt nicht mehr so krass auf, auf Minecraft wie damals, aber, die sind damals auch schon riesig, so. So, haben wir das jetzt auch geschafft. Verkaufen. 309 Dollar bekommen. So, und jetzt fahr mal rüber und ich hoffe, dass das Motorrad steht noch da. Wir tun so, als wäre nie was passiert mit dem Motorrad, okay? Wir tun es einfach so, als wäre nie was passiert. Ich hoffe, dass jetzt keine Polizei kommt, weil wenn jetzt Polizei kommt, haben wir ein großes Problem, weil ich mit dem Ding nicht fahren darf. Ich hab das ja auch geklaut, ich hab nicht gefragt, ob ich es ausborgen darf. Ich glaub, da fahr das Polizei, ne, doch nicht. Du, das Herzstillstand, ich dachte nämlich grad wichtig, dass das Polizei ist. Ich fahr das mit 30. Was, wenn ich jetzt gesehen werde, dass ich sagen kann, ja, ich muss das nur zurückbringen. Wird sie 30. Oha, einfach Schandl vergessen. Naja, Schandl macht derzeit kein YouTube so wirklich. Die ist gerade wie vom Erdboden verschluckt, so ein bisschen. Was YouTube betrifft. Oh, ich hab das wirklich grad geschafft, dass ich mit dem Fahrzeug hier ohne Probleme das gerade geklaut habe. Oh mein Gott, ich bin so sneaky, ich hab das Ding geklaut, bin damit hochgefahren. Es hat keiner bemerkt, dass ich es geklaut hatte. Wie geil ist das denn? Jetzt weiß ich, dass ich fertig bin. Und hoffentlich hat das geklappt. Haben die das gesehen, dass ich damit jetzt hierhin gefahren bin? Ich hoffe nicht. Ach, die haben das gesehen. Hallo. Hallo. Ähm, ich war jetzt fertig. Ich hab alles gemacht, was ging. Ich hol mal die Frau Harris. Ja. Hey, da ist der Herr Glatzi ist da. Warten Sie, da muss ich hin. Herr Glatzi. Ne, ich muss dir was fragen. Hallo. Ja. Fanden Sie das letztes Mal wegen dem Buggy, ne? Wegen dem Buggy? Haben Sie sich nicht wegen dem Buggy aufgeregt oder war das für andere? Ne, das war jemand anders. Das war wahrscheinlich ein... Aber der sieht fast aus wie Sie mit der Glatze. Es gibt einige dieser Eischen wie ich. Boah, das war ganz schön blöd. Das hat seine Vorteile. Das hat seine Vorteile, da haben Sie vielleicht recht. Ja, er wäre fertig. Ach so. Warum geht er denn jetzt wieder zurück? Mögen Sie einen Job oder mögen Sie den nicht so? Ich mag meinen Job, ja. Ich würde auch gerne den ganzen Tag rumstehen, dafür bezahlt werden. Hallo. Du bist fertig, Karl-Heinz. Ich bin fertig. Ich habe vorne, hinten, links, rechts gemacht und der Kollege hat nochmal geholfen, den Fußgängerweg zu machen, genau. Mhm. Ist alles jetzt clean. Gut. Dann. Hat auch ziemlich dann gerade gedauert, muss ich ehrlich zugeben. Du hast aber ein bisschen wenig. Ich mache nur Spaß, danke schön. Ich frage sie noch. Nein, ist alles gut. Es war nur Spaß, vielen Dank. Ja, bitte schön. Sie haben aber auch Geld ohne Ende. Was verdienen Sie denn im Monat? Hier? Mhm. Ich habe einen Paycheck von 5000. Boah, das hätte ich aber auch gern. Was kriegen Sie für einen Paycheck im Gegensatz? Wissentlich weniger, die Hälfte davon. Ja, da würde ich fast sagen, wir müssen... Aber, Karl-Heinz, das Geld, was ich dir gegeben habe, kommt nicht aus meiner privaten Tasche. Wie, nicht aus Ihrer privaten Tasche? Woher kommt denn das? Ich halte hier das Supreme Court, zahlt das. Also, die Staatskasse. Also, ist das ja Staatsgeld, was Sie hier gerade bezahlen. Mhm. Perfekt. Ja, auch das Gelände vom Supreme Court. Aber trotzdem, Sie kriegen 5000 Dollar und dann können Sie einfach 50.000 so rauswerfen. Boah, ist das cool. Ja, kann ich. Ich habe gerade 50.000 verdient und Sie? Ich komme dann auch rasenmähen, ja? Sie müssen schon Taschengeld verdienen, ne? Gut, vielen Dank, man sieht sich. Tschüss. Ich habe gerade die Ehre genommen. Sonst gehe ich nur schauen, was die da machen. Ist da drin noch was los, oder? Nee, im Gerichtsaal ist gerade nichts los. Also, es sind da gar keine Leute drin, weil ich sehe da hinten noch Leute. Ja, doch, jetzt kommen gerade welche rein. Kann man da einfach reingehen und zugucken? Äh, warte kurz. Ich fahre ein bisschen nach. Ja, sonst gucke ich hier oben zu mir den Platz einfach. Wow, von hier habe ich ja voll die coole Ohrkuhl. Guck mal, hallo. Hallihallo. Hallöchen. Hallo, hier bin ich. Hallo. Hallo. Servus. Wow, von hier hat man ja voll die coole Sicht hier rein. Voll cool. Hier bin ich. Hallo, hier. Hier sitzt ich hier oben. Guck mal hier hin. Hallihallochen. Hier hat man echt die beste Aussicht. Viel besser, wenn man mal drin sitzt. Nur hört man nix. Allein wird es mir gefallen, wenn man von dem Gerüst runterkommt. Ich habe kein Problem, wenn du auf die andere Seite gehst und da durchs Fenster zu gucken. Aber bitte nicht auf dem Gerüst. Sagen Sie mal Klettergerüst. Oh, ich kenne die auch noch. So alt bin ich nicht. Okay. Ja, nee, ich gucke da zu. Das ist ein guter Platz. Da muss ich nicht reingehen oder so. Kann ich hier einfach zugucken. Ja, aber du kannst doch von der anderen Seite. Wenn du einmal um das Gebäude rumgehst, dann drüben hast du auch Fenster. Ja, aber hier kann ich viel besser reingucken. Kann ich viel besser reinspicken. Ja, aber wenn du hier runterfällst, dann müssen wir wieder einen Arzt herholen. Das ist doch nicht hoch. Da kann man doch runter, oder? Äh. Ja, nicht gut. Da kommt man doch easy runter, oder nicht? Da kann man doch gar nicht runterfallen. Guck mal hier. Nee, da kann ich gar nicht runterfallen. Guck, ist doch alles abgesichert. Hallo. Gut. Dann gehe ich halt nach hinten gucken. Danke. Aber die lassen mich einfach gucken, weil sonst... Ich weiß noch, damals haben die mich rausgeschickt. Haben die mich weggeschickt, wenn ich hier geguckt habe. Ist ja voll langweilig, hier zu gucken. Guck mal, du kommst ja nicht mal rauf. Da war ja das Problem. Ich kann hier nicht rauchen auf das Ding. Auf das Gelände hier. Das geht nicht. Ja, wie gut ist das abgesichert, das Ding hier? Guck mal hier. Kann man hier einfach reingehen? Aber ich glaube, du kannst hier sonst nicht schreien, ne? Die haben hier echt abgesichert. Du kommst ja nicht rein, das Ding. Echt traurig. Aber hier kann ich rein. Guck. Hier ist nichts abgesichert hier drin. Das heißt, ich könnte hier einfach... Ich könnte jetzt hier einfach Spaß haben hier eigentlich den ganzen Tag. Dann könnte man ein bisschen Wasser einlassen mit einem großen Pool hier drin. Guck. Habt ihr mich gesehen? Ich probiere mich da rein zu sneaken. Ich glaube, dir das klappt, wenn ich euch hier reinzunehmen? Warte, 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 warte mal. Nee, die. Ja, kannst du ja. Das funktioniert, ich glaube. Das hat funktioniert. Schau, 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 schau. Das hat funktioniert. Oh, nee. Die sehen mich. Die sehen mich. Ich will das Spiel verstecken. Ja, verstecken. Oh, wir können jetzt hier mithören. Ich kann mithören von dir oben, bist du? Ich will ihn verstecken. Richtig, der Strafraum minimiert. Ich will sie suchen, guck. Klappt das? Oh, sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Ja. Sie hat mich nicht gesehen. Ja. Ich will sie mich jetzt verstecken. Guck mal, wie sie mich suchen. Ja. Ja, sie hat mich nicht gesehen. Ich feier's. Ich verarsch grad das ganze, äh, das ganze Ding hier drin. Ich will ihn verstecken. Ich renne dann einfach raus und sag, sag, gewonnen. Warte, ich mach ja. Ich stelle raus. Ah, 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 ah. Ähm, ja. Okay. So. Ich hoffe, die sind umgeregt zu hören, das. Die sind mich direkt unter mir. Wie man die Steps hört, ne? Ja, danke. Alles da drin. Lions, alles gut bei dir? Sie haben gefunden. Ne, wir haben grad verstecken gespielt. Ah. So, jetzt sind aber Sie drin. Jetzt müssen Sie sich verstecken. Ich kann leider nicht mit dir spielen. Ich muss arbeiten. Ja, ich, ich guck weg. Eins. Zwei. Sie haben zehn Sekunden Zeit. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich komme. Ich komme. Gefunden. Jetzt muss ich mich wieder verstecken. Jetzt muss ich mich wieder verstecken. Jetzt müssen Sie wieder zehn Sekunden weggucken. Der Struggle einfach. Der Struggle schon. Einfach dieser harte Struggle, Bruder. Schau. Schau. Schau, wie Sie wieder suchen. Von Heinz. Schau. Das hat man jetzt sicher gesehen draußen, dass ich in der Ecke bin. Wenn die, wenn die blind sind, sehen sie mich nicht. Wenn die jetzt blind sind. Und ich hoffe, dass es klappt. Ja, ich nehme gerade das ganze Core-Tops. Schau, wie Sie suchen. Ah, die Steps. Aber die gehen irgendwie immer überall hin. Nur gucken sie in den Raum hier nicht rein, ne? Merkt ihr das? Die gehen immer die anderen Räume ab, weil sie denken. Ach, Karl-Heinz wird schon so gescheit sein. Und wir nach hinten die hinteren Räume nehmen. Aber ne, ich nehme dir den vorderen. Den vordersten nehme ich gleich. Na, suchen immer. Ich suche halt immer noch. Jetzt müsste ich eigentlich aufstehen und wegrennen. Haben die auf, Gott zu suchen? Also wirklich sehr aussagekräftige Bewerbungen. Ich habe geworben, mich hat keiner gefunden. Ja, das stimmt allerdings. Du hast uns doch mal was sagen, dass du Verstecken spielst. Ne, wir haben ja Verstecken gespielt. Mit wem denn? Ja, mit dem Typen da vorne, oder der andere, der da war. Mit dem habe ich Verstecken gespielt. Er hat mich aber auch gefunden. Justus. Er hat mich gefunden. Jawohl, Mann, du kannst dich doch nicht einfach so vor ein Kind stellen. Das ist sehr unhöflich. Ja, eher anders so. Ich sehe so nichts mehr. Also ich weiß nicht, was ein Kind hier zu suchen hat. Er hat Verstecken gespielt, weil hier lustig ist, weil so groß ist. Verstecken. Außerdem hast du jetzt noch gar nichts geredet, du musst gerade telefonieren. Also haben wir noch gar keine Geschäfte gehabt. Achso, okay, ja, dann lasse ich erst mal das Kind sehen. Dann stehe ich im Hintergrund. Okay. Er kommt drei Kaugummis unter dem Tisch gefunden. Die sind schon ziemlich alt und knusprig. Die hast du doch jetzt nicht in den Mund genommen, Karl-Heinz, oder? Nein, ich habe sie untergeschluckt. Alles gut. Karl-Heinz, hier kommt, du kriegst mir drei neue, guck mal hier. Okay. Macht man nicht. Cool, dann muss ich jetzt los und groß, weil ich habe Bauchschmerzen. Tschüss. Tschüss. Nächstes Mal aber besser verstecken, ne? Du hast dich echt schlecht versteckt hier. Aber Karl-Heinz, wir haben hier auch eine Blume, du konntest mich doch gar nicht sehen. Doch, du warst hier in einer Pflanze. Du hattest zehn Sekunden Zeit und dann hast du nicht mehr gefunden. Aber ich bin doch, guck mal, ich stelle mich hier auch nochmal hin, ich bin auch hier wieder eine Pflanze. Das sieht man doch, dass er nicht so ist. Nö, der sieht's nicht mal gleich aus. Karl-Heinz, wir hätten auch da vorne für dich eine Toilette, wenn du da schnell bist. Jetzt habe ich sogar erst... Nee, alles gut, ich habe Bauchschmerzen, damit muss ich jetzt leben. Wenn es schlimm wird, dann geh halt zum Arzt, Karl-Heinz. Ja, werde ich machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eh, dass es sich jetzt verklebt im Darm. Das wird nicht passieren. Das ist ein Gerücht, oder? Ja. Meine Mama hat gesagt, wenn ich Fertigtorte esse, kann ich von sterben, stimmt das? Nein. Okay. Tschüss. 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 Der letzte Satz war, by the way, Legend, eine Real-Life-Story aus meinem echten Leben. Meine Mutter hat mir damals erzählt, als wir beim Hofer waren, bei euch in Deutschland heißt das Aldi das Ganze, dass wenn man eine Fertigtorte vom Hofer mitnimmt, dass da Kinder schon dran gestorben sind. Weil meine Mutter einfach nicht eine Diskussion wollte, dass ich eine Torte mitnehmen wollte nach Hause. Hat ja mal gesagt, dass Kinder daran gestorben sind. Und dann habe ich mich die ganze Zeit nicht mehr Torte essen getraut. Die hat mir echt das eingebrückt. Also ich hatte echt Angst davor. Und ich weiß nicht, ich habe damals im Kindergarten mit einem anderen Kinder erzählt, dass man vom Fertigtorte sterben kann. Danke an meine Mutter, die mir das damals erzählt hat, als ich ein Kind war und ich dann wirklich Angst vor Torten hatte. Auf jeder Geburtstagsparty Angst gehabt. Jeder bis Torte. Also jetzt können wir uns LKW holen. Jetzt habe ich 50.000 bekommen. Auf geht's Leute. Ja. Also das ist anscheinend ja auch ein Mythos. Ja, was? Ja, Chad, ihr glaubt mir das nicht. Aber es ist eine Real-Life-Story jetzt. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Wir standen vor dieser Tiefkühltruhe beim Hofer und meine Mama hat gesagt, nee, wir nehmen da nichts mit, weil da sind schon Kinder dran gestorben. Das ist das, das ist halt schon heftig, so eine Aussage. Aber wie gesagt, meine Mutter wollte einfach nicht, dass wir diskutieren anfangen oder sowas. Weil ich war so ein Kind, ich wollte immer alles haben und habe sonst geheult, wenn ich das nicht bekommen habe. So war ich halt als Kind. Ich habe immer angefangen zu heulen, was ich bekommen habe. Weil die hatte einfach keinen Bock drauf. Ich will gar nicht wissen, was meine Mutter doch alles erzählt hat. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es echt nicht wissen. Meine auch, was? Deine Mutter hat ja das selber erzählt. Was? Hallo. Aha, aha, ja. Hallo. Das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle, sie waren zu schnell. Grüße. So, dann fahren wir mal hin. Also, wir brauchen ein LKW. Ich hoffe, warte, LKWs gibt es ja hier unten. Ich muss aber noch eine Dings holen. Ein, äh, Geld brauche ich. Da kostet mich ein bisschen mehr, glaube ich. Außer, jemand verkauft den Gebrauch. Das ist ja, was wir gucken. Gebrauchtwagenhändler. Schauen wir mal noch. Gebrauchtwagen. Okay, hier in der Stadt sind sehr viele Leute unterwegs. Schauen wir mal. Ich arbeite beim Hofer. Was war meine auch, oha. Ey, ist das wirklich was Mütter... Ey, das ist hier in so einem Mutterforum oder so gestanden. Sag einfach, dass man davon stirbt. Oder sowas. Ey, das ist halt voll fies. Ich würde niemals meinem Kind erzählen, dass man von irgendetwas sterben kann, weil es wäre voll asozial. Da kriegst du ja Angst. Aber es ist so dumm einfach. Diese Aussage ist einfach so dumm. Aber damit hat sie mich. Ich bin dann aus dem Laden gegangen und hatte Angst vor Torte. Ich wollte die dann gar nicht mehr mitnehmen, weil ich davor Angst hatte. Also es hat funktioniert, dass wir es nicht mitgenommen haben. Das hat schon funktioniert so. Aber halt, es ist trotzdem blöd, weil ich halt wirklich gedacht habe, dass man davon sterben kann. Ich habe das auch rum erzählt. Oder ich weiß noch... Oh, eine Story habe ich doch, was meine Mutter mir auch mal gesagt hat. Meine Mutter hat mir gesagt, dass... Kennt ihr diese Knabbernossi? Kennt ihr die? Oder es hat, ich glaube, in Österreich sehr weit verbreitet. Da sind solche Salami-Sticks, ne? Meine Mutter hat gesagt, die kaufen wir nicht. Weil da Katzenhaare drin sind. Das hat sie wirklich gesagt. Da sind Katzenhaare drin. Das kaufen wir nicht. Also wenn meine Mutter keinen Bock drauf hatte, dass ich irgendwas bekommen habe als Kind, was irgendwie nicht so ganz gesund ist oder wo halt schlechte Zusatzstoffe oder irgendwas reinste, hat sie einfach einen Scheiß erzählt, damit ich dann das nicht mehr wollte, wisst ihr? Das ist eigentlich voll fies, aber es hat funktioniert. Dann habe ich auch kein Knappmossi mehr wollen, weil ich Angst davor hatte, dass da Katzenhaare drin sind. Und da hat sie gesagt, vom Schwein sind die Borsten so drin. Er hat gesagt, ja, das ist da auch drin und Katzenhaare und alles. Danke Mama. Wirklich sehr appetitlich. Aber ich denke mir, wie kommt man auf die Idee, dass in einer Salami Katzenhaare drin ist? Was ist denn das, hä? Wie kommt man auf sowas? Die muss ja so eine Fantasie gehabt haben damals. Also sowas wie Beefy, ja genau, sowas wie Beefy, nur dünner und länger. Aber ey, Knappmossi jetzt, äh, legit, wirklich geil. Aber das hat sie auch erzählt. 100 Proben meine Mutter, das ist sicher noch bei 50 anderen Sachen gemacht und ich kann mich nicht mehr dran erinnern, weil es so lange her ist. Wie gesagt, ich war damals, wie alt war ich? Drei, vier Jahre alt war ich da damals. Was sind, an die zwei Sachen konnte ich mich noch gut erinnern. Das war die, dann habe ich auch meinen, ich weiß auch, da habe ich meinen Klassenkollegen auch immer erzählt, wenn die eine Knappmossi mitgehabt haben, dass da Katzenhaare drin sind. Und das ging bis in die Volksschule, also bis in die Grundschule, da habe ich das gedacht, dass da Katzenhaare drin sind. Und da habe ich meinen Kollegen, der jeden Tag eine Knappmossi mithat, habe ich dem gesagt, du isst da Katzenhaare. Und der hat halt immer so gesagt, was das für ein Bullshit sei, was ich ihm erzähle so. Weil der hat halt nicht geglaubt. Und ich war so fest überzeugt, dass das stimmt, weil mir meine Mutter es gesagt hat. Ich war so fest überzeugt, dass das stimmen muss. Ja, heutzutage weiß ich, dass das halt kompletter Schwachsinn ist. Oh, oh, ui, ui, ich habe gerade auf den Chat geguckt, das ist nicht gut. So, jetzt holen wir uns aber unseren Ding. Ah, ich wollte mal gucken, den Gebrauchtwagenhändler. Ähm, Gebrauchtwagen, Ebay, gibt es einen? Oh, schau mal hier. Fulltuned. Volvo 125.000. Weißt du was, ich ruf den mal an. Muss ja ein Grund geben, warum der verkaufen will, oder? Sag. Hallo? Hoi. Ich höre Sie ganz schlecht, hören Sie mich, hallo? Ich höre Sie, hallo? Ah, perfekt, jetzt höre Sie auch. Ich habe eine Frage. Äh, Sie verkaufen Volvo LKW, stimmt das? Genau. Gibt es einen Grund, warum Sie den verkaufen wollen? Ist der schlecht, oder ist der gut? Halt drei Stück. Warum haben Sie drei Stück davon? Eine Zeit lang gut Geld verdient habe und mir gedacht habe, ich kaufe jetzt alle drei und im Endeffekt nur mit einem Fahrt. Macht irgendwie Sinn, also nicht irgendwie. Ja, ich habe eine Frage, wenn Sie, wenn Sie ein LKW sich kaufen würden, also jetzt, ja, welchen würden Sie kaufen, welchen würden Sie empfehlen? Am meisten empfehlen würde ich den Kenworth B900. Ähm, es gibt noch einen Peterbilt, den gibt es leider nicht mehr zu kaufen, der ist auch sehr teuer mittlerweile. Ähm, für den zahlen Sie so um die zwei, dreihunderttausend, vierhunderttausend, wenn Sie günstig sind. Aber wen wollten Sie jetzt, den, 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 Kenworth-Dingsbums? Kenworth. Kenworth 900. Genau. Den durchs Kaufen. Okay, cool. Dann kaufe ich einen Wolff und ich. Alles gut. Aber danke, dass Sie so ehrlich waren. Problem. Gut, wiederhören. Na siehste, eine Kaufempfehlung auf Ebay Kleinanzeigen. Wer kennt es nicht? Er hat mir gerade direkt empfohlen, was er mir kaufen soll. Weil es gibt, hier beim Händler gibt es ja keinen, wo man fragen kann, ja, was fährt sich am besten und wen soll man das kaufen? Oh, schau mal da vor. Ich glaube, den meinte er, oder? Boah, Alter. Der hat sieben, oder? Hallo. Sieben, hallo. Ey, da sieht man sich wieder, sie waren von bei einer Verkehrskontrolle. Ja. Ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Ist das der Kenworth 900? Bist du ein 900er, ja. Das ist den, den alle haben wollen, oder? Der ist richtig cool. Also, ist das der beste Equin, den man sich kaufen kann oder welchen würden Sie empfehlen? Also, ich mag den W900 am liebsten, aber der hat halt einen großen Wendekreis. Mhm. und ja, die anderen sind auch cool. Der Volvo und was gibt's noch? Boah, der andere Kenworth. M1, oder? Ja, gut, aber M1. Aber den finde ich schon cool. Der ist richtig cool, ja. Da kann man sich hinten schlafen legen, guck mal. Den kannst du ja kaufen, wenn du groß bist. Ja, ne, den kaufe ich jetzt, ich habe genug Geld. Ah, okay. Ich bin groß genug. Ja, gut, dann bin ich gleich wieder, dann peiche ich das Auto mal ein. Tschüss. Boah, cool. Das ist der Wagen, also. Der ist schon geil. Also, äh, ja. Ich glaube, den kaufen wir uns. Aber wir wollen ja noch heute LKW fahren, Leute. Wir wollen ja heute noch auf Tour gehen. Führerschein haben wir ja besorgt. Alles da, so muss das. So, das ist meine letzte Don nicht vorgeließe. Ich lese noch vor, sorry. Report Clips. Flo, endlich draußen vom Knast hab deine Streams vermisst. Flo, warst du im Frühjahr beim Knast oder was? War einfach Knast, hat die Streams jetzt nicht gucken können. Will nicht wissen, was du verbrochen hast. Aber dann kannst du nicht allzu lang sein, wenn du dabei warst. So, Rehfisch, hi, kannst du einen GTA Online RP Crew machen für PS? Äh, ich hatte eine, bitte, ich habe immer noch eine Crew, aber die ist immer voll gewesen, komplett voll. Ähm, die Gruppe gibt es aber sogar noch. Wird, äh, ich muss mal schauen, wie die heißt, aber die ist immer noch voll. Und da hatten wir das Problem, äh, dass die, ich glaube, du kannst 1000 Leute in der Gruppe haben oder 999 irgendwie so und die war immer voll, die Gruppe. Ja, und aus dem Grund, ja, habe ich die auch gar nicht mal promotet, ich habe die damals sogar promotet gehabt. So, LKW, da gibt es halt diesen Aktros gibt's, wobei da ist halt geil, er sieht halt nice aus, ne? Er sieht schon geil aus. Vor allem das Gute ist, das Kennzeichen kann man nicht lesen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, aber das ist der T6, äh, 6802. Wo ist denn der, den die jetzt haben? Hier, W900, den hier, ne? 100.000. Den sollen wir uns holen, haben sie gesagt. Das ist der Wagen, den sie alle wollen, der so gut sein soll. Alter, der ist schon geil, ne? Aber den, den fahren sie auch alle, den Wagen hier. Den fahren sie alle. Der ist so, so lala. Ich finde jetzt auch nicht so geil, den Volvo. Aber, ich überlege nur ganz kurz, ob ich vielleicht sogar, den eher nicht, der hat ein Kennzeichen hinten dran. Wir stehen hier neben so, aber wobei, die können ja auch auf dem Kennzeichen Gläsegerät ja eh gucken. Ja, ne, aber der Actros sieht halt geil aus, ne? Der sieht schon geil aus, wenn ich so vom Design her hat er was. Der Blinker, der hat er. ja, sieht ein bisschen komisch aus, so vom Ding her. Schau mal, der ist so nach vorne eingedippscht. Aber ich finde doch, der W900 vom, der gibt es ja auch noch, den T60002, aber, ich glaube, ich nehme den, der ist halt schon geil, ne? So ein alter Truck. Ich finde, der sieht von allen am Geisten aus, W900. Doch, den nehmen wir 100.000. Außer, wait a second, ich schaue nochmal nach, ob den einer verkauft, dann kaufe ich ihn nämlich. Nicht, dass ich auf Ebay einen sehe und dann schäme ich mich dafür, dass ich ihn nicht gesehen habe vorhin. Ah, guck mal hier. Drei LKW zu verkaufen, einer kostet 75. Guck mal hier. Der hat aber keinen, den wir wollen. Einer verkauft einen MAN LKW. Oh, schau mal, da ist noch von Mark Rumpel das Ding drin. Guck mal. Das müsste Mark Rumpel mal weg machen. Mal schauen, Suche, da steht noch Suche drin, Suche Haus, Suche. Suche vor Raptor, Verkaufe Diamantenring. Das ist der andere, den wir nicht haben wollen. Verkaufe, ne, verkauft keiner. Gut, dann kaufen wir den. Dann wird jetzt gekauft, Leute, der W-900 für 100.000 Dollar. Und dann müssen wir den noch tunen fahren. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Geld. Da ist er. Ja. Oh, der hat ja Lackierung. Guck. Oh, das ist schon geil, oder? Alter, das Blau ballert aber auch geil. Und Hextras hat er. Oh, der hat ja Extras ohne Ende, der Wagen. Ey, wie cool ist das denn? Gib doch euch das mal, was du hier alles machen kannst. Warte, ist der, hat der oben Dings? Ja, der hat sogar hier oben die Lichter. Die kann man an und abbauen. Ey, das ist ja geil. Was ist da noch? So eine Ramba drauf vorne. So ein Bullenfänger hinten. Das hat er noch. Dann ein Windteil hat er noch. Gut, das lasse ich unten. Ein Spoiler! Hier fallen auch die Lichter. Ey, das sieht ja richtig geil aus, das Ding. Ja gut, das verstehe ich, warum sie den alle fahren und warum sie den alle haben wollen. Der Wagen ist echt nice. Boah. Guck mal, Karl Heim zieht halt nicht mal drüber. Guck dir das an. Da ist jetzt nicht ganz der LKW auf dem Thumbnail geworden, aber hey, ich wusste noch nicht, welchen LKW ich kaufen werde, aber der ist schon, schon geil. Das ist halt, boah, Alter. Jetzt muss, wir müssen ja noch Tune fahren, ein bisschen Geld abholen und ich muss den noch anmelden, genau. Anmelden müssen wir den noch. Schau mal, gibt es ein, habe ich ein Kennzeichen dabei? Nö. Kennzeichen nochmal auch noch. Irgendein Wunschkind zeige ich, was man schwer auslesen kann, wäre gut. Dann Anmeldestelle, hier runter, perfekt, dann fangen wir noch hin. Das allererste, wo wir anfahren. Führerschein habe ich ja jetzt. Boah, Alter, wie er mich beschimpft. Ich habe doch nichts gemacht. Lemon, danke für 2 Euro, auch vielen, vielen Dank. Dann, ähm, Tobias Halbett, Zürn, musst auch bedenken, Deutschland hat auch 87 Millionen, in Österreich fast 9 Millionen. Ja, aber wenn du es trotzdem berechnest, in Österreich 9 Millionen, dann, äh, ist es das, 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 das Zehnfache. Ja. Ja, das stimmt schon, aber wenn du jetzt die Streamer mitrechnest, oder so, die halt, sagen wir so mal, mittlere, größere Größe haben, ist Deutschland trotzdem viel, viel mehr als Österreich. Aber ich kann ja auch sagen, woran das liegt. Das liegt daran, weil Österreicher, wenn sie Streamen oder Videos machen, meistens mit Dialekt, Streamen oder Videos machen. Und davon erreichen sie dann meistens Leute, die eher aus Österreich selber sind, als Deutsche. Ich glaube, würde ich, ähm, nicht Hochdeutsch mit euch sprechen, wäre mein Kanal jetzt ganz anders, von, von den Leuten her. Oder ich würde viel, viel weniger Zuschauer haben. Weil ich hab mein Kanal angefangen, direkt so mit Hochdeutsch, einfach. Einfach, dass es jeder verstehen kann. Wenn ich jetzt mit Dialekt reden würde, dann wäre ich ein Problem. Ich glaube, sehr viele Österreicher, reden halt mit Dialekt. Und dann erreichst du halt nicht so viele, wie, äh, wenn du jetzt im Hochdeutsch redest. Bei mir war ich, wollte halt immer schon Hochdeutsch, auf dem Kanal, weil es so viele Leute wie möglich auch erreichen wollen, dass er es jeder verstehen kann. Ich hätte voll viel da auf dem Dialekt reden, weil manche Leute verstehen schon nichts, wenn ich hab, bissel, ein bisschen an Dialekt redet, nur bissel. Ja, ein ganz kleines bisschen. War es nicht. Versteht nicht jeder. Nicht jeder versteht, sondern tun sie sich schwer, und dann denken sie sich, na, das ist nichts für mich. Und das ist das Problem, ne, das meine ich mit Österreich, warum es auch vielleicht daran liegen könnte. So, gehen wir mal da rein. Zulassungsmenü, ja! Ich hab ja so viel nicht angemeldet. Muldenkipper, das hab ich ja auch mal gekauft, den Muldenkipper. Audi, Volvo, Updating, Jesus, ist der Auto. Das müsste er sein, der ZBU, 4, 4, ist er das? ZBU, ich glaub, das ist das Kennzeichen, ne? ZBU, ja, also sogar noch auf dem Schirm gehabt, perfekt. Boah, wie riesig dieses Teil ist. So heftig, der Wagen, so heftig. Ich brauch jetzt noch ein bisschen Cash für Tuning. Ein bisschen Cash für Tuning, und dann geht's los, dann tunen wir den auf, und dann fahren wir damit das erste Mal, eine richtige Strecke, dass wir Geld verdienen mit der Kiste. Wenn 100.000 rein investiert, weil wir mit Karl-Heinz müsste ich ja von ganz, von dem Bad am Anfang. Fällt mir grad so ein. Start from the Bad am now we're here. Oh, ich brauch ein Geldautomaten, wo finde ich denn einen? Der funktioniert, maybe. Ein funktionierender Geldautomaten, jetzt auch finden sie immer sehr schwer hier unten. Jedes Mal verfahre ich mich und finde ihn nicht. Ah, warte, hier ist glaube ich einer. Ich muss tanken vielleicht später, weil wenn ich Tuning gehe, ist der Tank eh weg. Oh, Alter! Boah, war das grad knapp. Das war grad Millimeter. Wartet mal ganz kurz, das schau ich mir jetzt an. Wie knapp war das? Äh, Alter! Ich steck sogar drin eigentlich. Ich hab nichts gehört. Also ist noch okay? Alles okay? Ich hab den LQ-Führerschein gemacht, ich darf das? So, bitte einmal abheben. Ja, wir heben jetzt ganze, was, wir abheben. 40.000 sollten reichen für Tuning, oder? Für 100.000 ungefähr doch, sollte reichen. Nico, das Kennzeichen möchte ich dir nicht dran bringen. Aber trotzdem Dank für deine ganz, ganz lustige Anfrage. So, äh, der Bäcker. Bin eher stiller Zuschauer, aber hier meine erste Spende. Dankeschön an der Bäcker. Sorry, dass ich das jetzt erst vorlese. Kuss geht raus an dich, mein Lieber. Äh, Daniel Goldbach, danke, dass es für Piwein-Report gibt. Gib ihm's nochmal, hab vor ein, zwei Jahren donatet, bekomme ich einen Money Rain. Und er grüßt, äh, und, und was? Und wer grüßt? Heiße Benjamin. Ich grüße dich auf jeden Fall und schau mal einen Money Rain einfach raus. Vielleicht mal hatten. Das ist so, hinten hat er halt keine Blinker, der Wagen fällt mir auf. Außer, nee, hat er nicht. Aber vorne die Blinker funktionieren. Das ist schon mal gut, dass die vorderen funktionieren, aber die hinteren nicht. Ich hoffe, ich kann den Wagen noch tunen, sobald ich die Extras anbauen kann. Ja, gut, dann kann ich noch tunen. Wenn die Extras gehen, sobald ich ihn auch tunen. Wichtige und richtige Information. Aber passt hier durch? Ja. Oder? Boah, Alter, was knapp. Der Ausruf oben nämlich. Relax. Ich hab mich verfahren. Hier geht's rein. Rechts rein da. Passt der LKW da rein oder haben wir da Problemchen mit? Ich glaube, das wird knapp. Oh ja, das wird richtig knapp. Das wird... Ohohoho. Geht sich das aus? Wartet mal, ich muss mal hier rein driften. Erstmal. Ausrichten. Das wird sehr knapp. Alter, ne? Gibt ihr mal, wie knapp das ist? Der Auspuff oben. Alter, wie knapp das ist? Aber es geht sich aus. Hey, das funktioniert. So, bremsen. Wir können tiefer legen. Federung, Getriebe, Motor, Panzerung, Turbo. Alles jetzt verbaut. Perfekt. Optik. So, Optik. Schau mal, was wir Optik machen können. Auspuff? Ne. Also optisch, denke ich mal, sind die Extras alles, was wir machen können, weil es würde uns keinen Sinn ergeben. Sonst würden die das gleich hier rein machen. So, Kennzeichen. Würde ich fast das originale Weiß lassen. Das sieht gut aus. Kofferraum, Lackierung, schau mal mal, Lackierung. Ich finde aber den jetzigen Lack ganz geil eigentlich, muss ich euch ehrlich sagen. Der jetzige Lack gefällt mir sehr gut. Oh, schau mal an. Der andere Bré möchte hier auch rein. Der geht leider nicht. Ähm, Perlack. Warte, wie findet er denn schwarz aus in der Wagen? Ein komplett black. Also kann ich nicht, weil er, ähm, weil er ein Perlack drauf hat. Ja, gut, das ist, ich weiß nicht, soll man den so lassen? Ich finde, ich finde die Lackierung gerade geil, die wir jetzt drauf haben. Ich mag die Lackierung. Ähm, sonst vielleicht, rot haben die Leute gesagt, maybe rot was, aber, nee, dann sieht der aus wie so ein Cola Truck, das will ich auch nicht. Aber in komplett black, wäre der halt auch geil, muss ich sagen, wenn der, wenn der ein komplett schwarz wäre, oder so ein, weiß ich, lila wäre auch cool. Würde ich auch fühlen. Weiß ist ja auch okay, aber blau ist, gerade finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ich finde den blau ganz schön eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein schönes Blau, was wir da jetzt da drauf haben. Oder ein Chrom, Alter, mal gucken, Chrom. Boah, Bruder, spiegelt ja alles, die Augen weg. Ne, ich glaube, ich lasse ihn blau. Ich glaube, ich lasse ihn blau und mache Perlack vielleicht ein anderes Blau. Dass das noch mehr flashy ist, oder ich lasse das Blau. Ich glaube, ich lasse das Blau, das ist gut. Aber Sekundärfarbe möchte ich auch nochmal anders machen, dass es auch dasselbe Blau ist. Blau, blau, blau. Aber der tut mir hier innen auch mit, sehe ich gerade. Der tut mir hier innen auch. Das kommt so circa hin, passt. Mal das hier noch Sekundärfarben, Lautsprecherleisten. Oh, Alter, oh, oh, warte mal. Das einzige Problem ist, wenn wir den komplett schwarz machen, kann man hier noch die Leisten sehen. Da kann keiner reingucken, dass K1 drin ist. Guck mal, wir können sie komplett tönen die Scheiben. Das ist geil, das machen wir. Komplett getönte Scheiben. Scheinwerfer, würde ich sagen, Xenon. Passt dann noch zum Blau. Können wir hier die Reifen machen? Wobei, die Felgen werden sicher nicht gut aus, wenn wir die ändern. Oh, Alter, wir könnten die Felgen machen, aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich würde die Standard drauf lassen, das sieht dann echt. Guck mal, hinten würden dann die Felgen nicht mehr die Doppelten sein, was wir jetzt eben haben. Also, ich lasse die Standard drauf. So, ready, sind wir. Ich finde das cool, dass keiner reingucken kann. Guck mal. Oh, nee, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ah, nee, habe ich nicht. Geht noch, okay. Geht auch noch. Aber, die Scheiben sind halt echt ein bisschen krass getönt. Ah, Texturbuck, guck mal. Ah, ja, ja, guck, seht ihr das? Die Scheiben haben Texturbuck links und rechts. Da ist ein Tacho dran. Perfekt, kann Hopps gleich fixen gehen, das Ding. Gleich hast du Hopps, guck mal, da ist ein Tacho, der bis 300 geht. Direkt mal, das ist das Screenshot, zack. Passt. Aber ich lasse es dabei mal so. Ich denke mir schon, die Textur sieht ein bisschen komisch aus. Das ist, glaube ich, die Spec Map oder so, die hier kaputt ist. Ja, Fahren wir erst mal so rum. Ja, dann machen wir uns einen Auftrag. Ähm, ich muss tanken fahren und dann, wir vollsehen die Tankstelle, oder? Oder ist unten auch eine Tankstelle? Ich weiß gerade gar nicht. Pass ich in die Tankstelle rein? Ja. Oder? Ja, doch, geht. Puh. Weißt du, wir haben aber auch den größten Truck genommen, den man sich kaufen kann, glaube ich. Ich glaube, einen größeren Truck gibt es gar nicht. Gib dir das mal, wie fett der ist. Puh. Das Ding ist halt so krank fett. Oh, ist aber doch eine LKW-Fahrer. Guck, auch in blau. Boah, cool. Moin. Der ist ja wirklich heute der LKW. Das ist, das ist, das ist den Truck, den man sich nicht kaufen kann, oder? Genau. Cool. Ist der schneller als meiner? Jaja, das ist tatsächlich der schnellste, den man kriegt. Boah, cool. Haben sie sehr viel geblecht dafür. Ähm, 210.000 habe ich für den zu dem Zeitpunkt bezahlt. Mittlerweile zahlt man für den eine halbe Million. Heftig. Wenn man günstig kommt. Aber da flexen wir mal ganz schön. Aber ich finde meinen optisch schöner. Tatsächlich habe ich den auch noch. Ich habe den auch schön blau-weiß gemacht. Cool. Jetzt weiß er, dass ich auch fahre. Die Polizei rufen. So. Daniel, Goldbach, war vorgelesen. Genau, das war auch vorgelesen. Ramo rasiert. Alles auch wieder am Start. Danke für 2 Euro. Ramo rasiert alles. Christoph, Meier, danke fürs zurückwerden. Hannes, danke für das Euro. Der Kott-Bruder-Podcast. Hey, Hundl, echt super streamen. Kennst du mich noch? Die kenne ich noch, jawohl. Aber du hast gleich viel Paluten seinen Podcast. Mit GLP ist das, glaube ich, ne? Schau, wie er flexelt. Ja, in der Hupe wäre noch gar gewesen eine andere. Dann kann ich nicht das machen, was Kraftwagenfahrer. Aber wie schnell der fährt bei uns? Aber der fährt halt echt schnell, ne? Wobei, ich fahre fast gleich schnell wie er, oder? Ich glaube, ich überhole ihn gleich sogar. Guck. Hä? Wo habe ich ihn jetzt überholt? Ist er doch langsamer als ich? Ich glaube, das ist doch langsamer als ich. Guck mal, ich bin schneller. Weißt du, das ist doch der schnellste Ecke, die ich gerade fahre? Oh, wobei, ich glaube, er holt mich wieder auf. Ich glaube, er ist einfach nur langsamer gefahren. So, rechts rüber. Die Ecke fühlt sich aber echt gut, ne? Ich glaube, er ist schneller. Schauen wir mal, jetzt zieht er voll weg. Vielleicht ist es meine Endgeschwindigkeit schneller, ich weiß nicht. Aber schau jetzt, oh, guck, rennen. Hacke. Ja doch, der ist ein bisschen schneller. Guck. Ein paar kmh ist er schneller. Ich glaube, der fährt zu 130 oder so. Oder 140. Schau, wie er mir wegzieht vorne. Ah, so unfair, ey. Boah, der nimmt ja richtig auf. Guck. Ich werde trotzdem schneller an meinem Ort sein, weil ich hier abfahre. Dann fahre ich hier ab. Dann werde ich trotzdem schneller an meinem Ort sein, weil ich einfach besser fahre. Ja, 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 schau. Ui, ja, ich habe mal, wer da zuerst am Ort ist. Guck. Ciao. Alter, ist was los? Der hat einfach genau denselben Truck wie ich, in derselben Lackierung. Also fast. Oha, was ist denn hier los? Hüüüü. Oha, Digga, was geht jetzt? Digga, ich komme einmal raus. Das ist ein Kind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, wir müssen Elkew-Fahrer werden. So, guck mal. Ich hab noch nie mit Karl ans Elkew gefahren. Okay, perfekt. Digga, aber darfst du schon fahren? Ich hab'n Führerschein gemacht, also denk' ich mal ja. Wer packt mich da so ekelhaft zu? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ja, gut, Digga, ich glaub'n einfach mal. Digga, ich, 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 das möchte nicht geglauben, ne? Das möchte wirklich nicht geglauben. Dankeschön. Ich hoffe, ich finde jetzt meinen richtigen Anhänger. Ja, jetzt müsste meiner sein, der blaue hier. So. Perfekt ist meine. Ab geht's! Guck dir das an, Alter! Die Elkew-Crew hinten. Das ist so blöd. Ey, dann gleich, dass mein Elkew tiefer gelegt ist, sieht das jetzt irgendwie blöd aus. Ich hätte ihn doch höher legen sollen. Also, Standard lassen oder ein bisschen nur. Boah, Alter, die ballern sich ja alle gleich gegenseitig rein. So, auf geht's! Galeinsam ist dann die erste Elkew-Lieferung mit den Elkew-Buddies. Guck dir das mal an. Wir sind die Elkew-Buddies. Guck dir das nicht! Guck dir das mal an. Ist das geil! Let's go! Auf geht's! Also, halt ein bisschen langsam. Guck dir das! wenn das die polizei sieht was sie hier auch für gute echte lastkraftwagenfahrer fahren mit endgeschwindigkeit lkw ja warte mal echt spaß mit ihm zu fahren hier in so einem konvoi ich frage mich wo die hin müssen aber ich glaube wir müssen fast alle zum selben ort so gefühlt weil ich habe einen auftrag für 5000 erst mal angenommen 5000 dollar aber ist also ich finde lkw fahren auf rlo ist schon so eine sache die macht echt spaß da habe ich letztes mal auch gesagt war kumpel ich mich da voll aufgelevelt das macht wirklich spaß einmal mit dem lkw rum zu gucken wobei da war weihnachten da waren überall diese dinge unten die habe echt genervt aber jetzt das ist echt cool so ein bisschen geld verdienen so ein anhänger backt hinten ein bisschen rum ich habe das zu meine grafik modus mal gucken woanders liegt sie sehen dass wir hinten der anhänger so ein bisschen umpackt von der textur her soll man anschauen macht echt mega spaß und schon mal alter ich war die stadt auch nee das ist aber schlecht wenn ich in die stadt war man schaut die jungs von alle dorthin guck mal wo die alle hinfahren immer sie stadt weil ich so nicht so lange fahren darf aber immer ich habe einen schnellen ablieferungsort ich 5.000 dollar dafür 5k für diese lieferung also glaube ich jetzt jetzt nicht ganz verguckt habe das ist eine baustellen lieferung nämlich naja bis zuerst wir werden das rückwärts machen wir fahren uns da rückwärts rein jetzt werdet ihr gleich die skills von mir sehen ja die lkw skills mit rückfahr links bums genau so das schild nehme ich halt mit ne was kriegt das hin ich muss nur das schild weg bringen so und links nun und jetzt rückwärts so wird zu den skills die ich gerade vorhin gesagt habe jetzt aber passt 5000 dollar tatsächlich xp punkte bekommen perfekt gefahren zurück bis jetzt keine polizei weit und breit wir sind komplett für uns selber unterwegs also ich dachte gerade redet also wie sie telefonieren wir so laut left kraft das ist ja schön musik dazu zu hören ne das ist eine richtige geile route 66 musik wirst du oh wow redet so ein bisschen country musik wäre das geil mit glaskraftwagen fahren so jetzt passiert alles gut das ist ein kollege siehst du hinten er denkt sich nur warum ich mir ein mercedes gekauft hätte ich mir doch nur den kentworth gekauft so die körper schon vorgelesen ist immer auch vorgelesen habe ich sonst irgendwas nicht vorgesehen marvins wiki gewonnen vielen damen auch dass wir werden an den marvin samuel luke 440 habe ich also sieben im ersten blick geworden vielen dank ich glaube deswegen nicht vorgelesen ja sind das guten hier get on my fan ist nochmal wipp geworden wir nauten das habe ich auch vorgelesen da 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 hier da nichts vorgelesen warte mal nico ochsenhof habe ich auch vorgelesen und hier king grim 01 gibt es auch einen enduro lkw ich glaube nicht na kollege oh ne da ist polizei auch scheiße jetzt bin ich gearscht jetzt war es das mit mir das war es mit mir irgendwer hat die polizei gerufen irgendjemand hat die drecks polizei gerufen ich schwöre das war sicher der bre da hinten da gewartet hat auf die polizei ich schwöre die haben 100 pro die cops gerufen wegen mir nicht so gefährlich bitte fahren sie ein bisschen weiter vor bis wir in diesem ganzen bereich sind truckerfunk ja wir brauchen wir brauchen truckerfunk brauchen wir so ein scheiß ey ich mache so eine vollbremsung das heißt ich so richtig ich mache so richtig ok so ich mache so ich mache so es war Richtig gerillt einfach komplett. Ich denke, die Fokidei benötigt einmal hier Hilfe. Junge Mann, machen Sie doch bitte auf. Machen Sie doch bitte auf, junger Mann. Hallo. Junge Mann? Junge Mann. Ich muss ja durch. Das ist sehr schön, aber ist Ihnen bewusst, dass Sie mir wehtun? Ja, dann machen Sie auch Platz, ich hube doch. Nee, ja, aber Sie fahren doch auf, bitte bleiben Sie doch stehen. Können Sie auf Sie auf die... Ja, ich will ja nur rausfahren, ich bleib doch dann stehen, aber ich muss hier raus, weil der dringend ist eng. Ja, weil es nicht meiner ist, ich muss nur ganz kurz ein bisschen vor. Ja, ganz kurz und dann fahren Sie wieder um die Ecke und sind wieder weg. Nee, ich fahre nicht um die Ecke, ich muss nur hier. Bitte steigen Sie den Motor ab, vielen Dank. Ja, jetzt ist das Problem. Ja, jetzt machen Sie doch ein bisschen Platz. Was, wenn Sie einen Officer verletzen, dass das noch schon war. Ich will doch nicht verletzen, aber Sie machen keinen Platz. Ja, ich muss ja raussteigen. Ja, ich habe Gründe, bitte steigen Sie doch aus. Ja, ich habe auch Gründe. Bitte, ja, was sind für Gründe? Außer, dass Sie jetzt raussteigen. Ja, weil ich hier... Nee, weil hier die Leute nicht mehr durchkommen, weil ich jetzt blöd stehe. Haben Sie noch ein bisschen Platz, bitte. Ich würde mich freuen, wenn Sie bitte jetzt raussteigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal ein bisschen Platz machen hier. Ein bisschen nur. Nur ganz kleine Stücki. Ganz bitte auf. Ein kleines Stück noch. Nur ein Stückchen hier. Mit nur ein kleines Stückchen. Machen Sie auch ein bisschen Platz, ein Stück. Oh, jetzt passen Sie doch... Jetzt passen Sie doch... Sie müssen echt aufpassen. Wollen Sie nur, dass Sie ein bisschen Platz machen, Stück. Jetzt hören Sie... Hören Sie auf damit. Das bringt noch keinem was hier. Ja, es bringt Ihnen nichts. Jetzt bringt ja keinem was, wenn Sie ja kein Stücki Platz machen. Was machen Sie denn? Sie müssen nur ein Stücki Platz machen. Ja, ich frage Sie, was machen Sie? Ein Stücki Platz machen, dass hier die Leute hoch und runter können. Sie machen keinen Platz, machen Sie. Ich will Sie nicht wegschieben, aber Sie machen noch keinen Platz hier. Zudem auch den Motor ausschalten. Ja, dann... Ich will wieder nur Platz machen, aber sonst stehen Sie nicht runter. Das ist Kopf-Blocking. Ein Stücki machen. Ich habe doch alles da. Ich will doch nicht mal wegfahren oder so. Ich will nur, dass hier die Einfahrt frei ist. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich verstehe... Ich habe Sie angehalten, ich habe Sie gebeten, dass Sie kurz nur hinten von der Autobahn runterfahren und danach anhalten. Stattdessen fahren Sie bis hier vorne. Ja, weil ich die Reifen wechseln musste. Und dann bin ich jetzt rein und nochmal raus, aber ich bin auch gleich da für Sie. Ich muss... Sie haben den Kollegen gehört, steigen Sie jetzt mal aus. Ja, ich kann jetzt nicht aussteigen, wenn der da vorne steht. Geht ja nicht, ich habe keinen Platz. Natürlich können Sie aussteigen. Wir haben ja hier keinen Platz hierfür. Jetzt stellen Sie sich so an. Nee, ich stelle mich nicht an. Das ist im Endeffekt. Nur ein kleines Stücki vorgehend, bitte. Ein kleines Stücki, weil der LKW muss ja ein bisschen Platz haben, wissen Sie. Ich will Sie ja gar nicht schubsen oder so. Wenn Sie da vorne stehen, dann... Ich weiß nicht, wie ich da Platz machen soll. Ich will mich doch ganz normal hinstellen. Ich kann dann auch alles geben an Dokumenten und so. Ich weiß nicht, wo Ihr Problemrad ist. Also gegeben, ich wünsche gerne, dass Sie jetzt aussteigen, den Motor ausschalten und dann regeln wir das Ganze. Aber wie regeln wir das denn, wenn Sie da vorne steht? Ich kann ja nichts machen. Ich kann nicht mal aussteigen. Warum können Sie nicht aussteigen? Ich kopiere Sie nicht an der Tür. Weil die Tür vorne klemmt. Ich muss über die Motorhaube raus. Die sind ja Gott sei Dank zur zweiten. Der Kollege holt Sie jetzt aus dem Fahrzeug. Ja, wie sollen das jetzt hinhauen? Wenn Sie die Tür klemmen, ja, das hat ja kein Problem. Ihr habt ja bestimmt ein Brecheisen dabei. Aber ich muss, ich muss jetzt wirklich durch. Jetzt hören Sie auf, sich vor den LKW zu stellen. Hallo, hallo, hallo. Was soll das denn? Steigen Sie jetzt aus? Oh, Entschuldigung. Ich brauche nur noch die Ladung da hinten. Äh, blauer Cameroid, wir sind hinten gewartet. Was ist das denn? Das ist der Kollege im Software-Sein, wobei er sich nicht mehr ansteigt hat. Schüpp, 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 schüpp. Der Kollege angefahren. Mit der Kaplatze, was soll ich denn machen? Ich rufe mal Wolf an. Oh, habe ich 1 zu 7-Typ, das habe ich eingespeichert, ne? Hier, bitte. Hallo, ich habe ein Problem. Hallo? Hallo? Ja, allein, was ist los? Wir haben ein Problem, da sind Polizisten, die übelst mad auf mich sind und ich, ich brauche Hilfe. Das Problem ist, dass wir gerade in einem Auto eingeklemmt sind, zu verhüft und gerade vom FD rausgeholt werden. Perfekt. Wir haben da einen Flugzeugabschluss mit Autounfall kombiniert irgendwie. Subi. Ja, bei mir ist ganz sehr schlecht irgendwie. Ich habe mich bei dir meldet, sobald wir da rauszahlen. Okay, ja, ich habe nicht mehr viel Tank. Genau, ich melde mich doch von dir, Karin. Sorry. Okay, tschüss. Tschüssi. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine richtig gute Idee. Wenn ich die Ablogger hinbekomme, ist alles gut. Was erwartet, wenn er sich, wenn er sich da so quer hinstellt? Was ist seine Erwartung? Dass ich da einfach nicht durchfahren kann oder so? Hä? Hä? Das ist halt echt diese Erwartung davor, dass hier, dass ich hier einfach weiterverkomme. Aber das Problem ist halt, dass mein Tank echt leicht leer ist. Aber ich bin gleich am Zielort. Das ist das einzig Gut. Ich bin gleich am Zielort. Das ist ein ziviles Taxi vor uns. Ich bin gleich am Ziel. Ich will jetzt nur noch abladen und dann stelle ich mich fürs Verschein. Oder ich schaue, dass ich wegrennen kann. Ja, das ist ein ziviles Taxi. Guck mal. Ich wollte doch nur meinen Auftrag entgegennehmen und meinen LKW fahren. Oh, wie sieht sich das hier aus? Ich hoffe, das geht sich hier aus. Müsste sich ausgehen. Klar, das ist leicht. Ab dem herrn ich ab. Ich bin gleich am Zielort. Man stellt sich jetzt hier einen Weg. Die Frage ist, wie komme ich das am besten weg? Weil mein Auto ist so gut wie leer. Ist ein Fallschirm dabei? Nee, ne? Ich habe mich das einfach runtergeworfen mit dem Fallschirm. Ich habe kein Fallschirm dabei. Du bist schneller als der Blitz. Du bist schneller, als der Blitz, und du weißt es. Oh, nee. Das ist sehr schlecht. Ups, das ist sehr gut. Du bist schneller, als der Blitz, und du weißt es. Aus diesem Grund liebe ich Essoja. Karl-Heinz auf der Flucht. Oh, ja, ja. Keiner kommt zur Vernunft. Oh, la, la. Keiner ist zu schlau. Oh, ja, ja. Karl-Heinz, die geile Sau. Oh, ja, ja. Ich bin noch auf der Flucht. Oh, jo, jo. Und das mit voller Vernunft. Oh, lo, lo. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Na, na. Da, 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 da. Oh, oh, oh. Sorry. Weißt du was ich glaube? Er hat ein böses Gefühl. Oh dahinter ist mir noch ein. Opa wo kommt der denn auf einmal her? Ja. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Cops nicht gecheckt haben, dass ich da ausgestiegen bin. Ich gehe davon aus, als ich hier bin. Ich gehe davon aus, als ich hier bin. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus. Jetzt weißt du was, was ich gleich. Was ist das Brucker? Stehen bleiben! Kleiner, stehen bleiben! Bleib stehen! Ansonsten muss ich dich tasern, das tut weh, das tasert! Ne, wir spielen Fangen, wir spielen Fangen! Wir müssen mich erst fangen! Ey, nicht! Ah! Das ist unfair! Wir spielen normales Abfang, wir spielen Abfang! Bleib stehen! Wir spielen Abfang, hör auf! Wir spielen Abfang, bitte! Bleib stehen! Ich bleib stehen, wenn mich nicht fangt! Wir spielen Abfang! Ich will dir nicht weh tun! Wenn man mich fangt, bleib stehen! Nur Fangen, spielen schnell! Bleib stehen Karl-1, bleib stehen! Okay, ich bleib stehen hier vorne, okay? Wir bleiben hier vorne stehen, alles gut! Wir bleiben hier stehen! Okay, ich bleib hier stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Alles gut, ich hab mich gefangen, ich setz mich hin! Bitte drehen! Jetzt bin ich außer Puste! Halt jetzt auch außer Puste! Jetzt hatte ich Bock auf einen Knoppers! Wir sind ein bisschen außer Puste jetzt! Karl-1, wir nehmen dich jetzt mit! Hat der einen Knoppers dabei oder sowas? Ich könnte dir etwas geben, aber das gebe ich dir erst, wenn du mit Handschellen im Auto sitzt! Okay, cool! Machen wir das? Dann machen wir eine Knoppers-Runde! Ja, komm! Okay! Wir machen eine Knoppers-Runde! Ich mach's ganz locker, ne? Nicht erschrecken! Aber schön, wir haben mal wieder Fang gespielt! Es hat echt Spaß gemacht! So, pass auf! Ich geb dir jetzt was, ne? Mhm! Leider war das Auto nicht offen! Leute, das war doch die letzte Idee! Wäre doch gewesen, das Auto hier zu klauen! Aber die schließen immer ab! Danke! Wenn wir das im PD, können wir dann das essen! Wäre das Auto offen gewesen, wäre ich nochmal weggekommen! Was? Oder? Okay! Vielleicht! Ähm, ich hab schon meinen Vormund angerufen vorhin! Der hat gesagt, den hat's gerade überschlagen! Der braucht heute ein bisschen! Einfach zu meinem Auto! Ja! Aber cool! Dann machen wir Knoppers-Party im PD! Mischen Miro und dann einfach Käpt'n Miro, ne? Leute, lasst mal einen Like! Wie viele Cops bitte gerade hinter mir her! Aber gebt euch das! Aber ich bin um mein Leben gerannt, Alter! 14 ist er schon, aber wir haben... Ich bin um mein Leben gerannt! Alter, es wär so geil gewesen, wenn der Wagen offen gewesen wäre! Leider nicht! Es wär so lustig gewesen! So! Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da! Jetzt für Karl-Heinz! Für diesen Runaway bitte! Wir waren trotzdem gut! Wir sind weit gekommen! Haut mal raus auf den Like-Button, Leute! Auf die 5000 Likes! Geht schon! Für mehr Karl-Heinz! Nee! Warte mal, hat's noch nicht ein Rookie dabei? Perfekt! Ich nicht, ne! Achso! Ah, das war grad zu lustig! Undel war der R1, was ist? Ist der R1-Andel? Undel der R1-Flieger? Wir kommen dann auch gleich! Ja! Öppala! Gesundheit! Danke! Ich ruf mal den Wolfgang! Ich ruf mal den Wolfgang! Soll ich kurz anrufen? Ich mach mal! Ich ruf schon an! Easy! Wer war denn der Kollege, der nicht vom LKW weg wollte? Sitzt ihr da drin? Nein! Ja, jedenfalls, da war ein Kollege, der hat sich vor den LKW gestellt und dachte, das ist eine gute Idee! Hat nicht so toll funktioniert! Wie du bist am Sterben! Was ist das hier, der vom LKW saß? Daniel? Was? Was? Wer stirbt? Daniel? Daniel? Daniel, hallo! Achso, FD-Übung! Ja, wir haben gerade deinen kleinen Geist im Auto sitzen! Achso, der Daniel! Lieg nicht dahinten, mein Auto steht noch im Mirror Park! Achso, du bist im Mirror Park! Ähm, der ist vor uns geflüchtet! Naja, der war nicht eine Flucht, das ist eher eine Anlieferung! Du darfst ja noch gar keinen LKW sein, oder? Ja, am Führerschein! Ja, genau! Er brauchte wahrscheinlich jemanden, der ihn aufsammelt! Ähm, genau! Er ist auf jeden Fall vor uns geflüchtet! Der Tatvorwurf wird gleich eruiert und wir würden dich dann da einmal mit hinzuziehen! Ganz gerne! Also deswegen Heroin, das habe ich sicher nicht geliefert! Heroin, das ist so, dass wir herausfinden oder erarbeitet! Ja, passt, passt ey, alles gut! Mit was bearbeiten Sie denn? Warte mal, ich verstehe gerade gar nichts, weil die sind ja alle im Auto rumschreiben wie die Deppen! Hallo! Bitte nochmal! Ja, ich habe eine Frage, also wenn man da... Welches Telefon haben Sie denn, mit dem Sie gerade telefonieren? Was ist das, machen Sie den Lautsprecher an? Dann könnte man da alles zuhören! Oh, guck mal, steht mein LKW wieder! Darf ich den mitnehmen? Ja, pass auf, ich würde zur Übungsstelle hochfahren und... würde dich einsackeln, ja? Wen sackeln wir jetzt ein? Okay, tschüss! 10, 15, 10, 76 und schon mal! Lincoln 27 Mission Road BD in einem Auto, was schwarz und weiß ist, sieht aus wie ein Pinguin! Habe ich Bock auf einen Kinder-Pinguin! Der Kollege hat ja doch gerade bestimmt einen Pinguin! Er hat mir einen alten und schrumpeligen Döner gegeben, den er in seiner Hosentasche hat! Der ist Hosentaschen warm, dem esse ich sie ja nicht! Geht noch eine Lebensmittelvergiftung! Dann sitze ich einen ganzen Tag mit Durchfall auf dem PD, das wollen sie sich ja auch nicht! Hm, ne, ich glaube nicht, das wäre nicht so gut! Dann müssen wir hinterher noch was einem R hinzuziehen oder das FD! Kennen Sie Thomas Flatsch von der Flaschen geben, ja? Ne, wer ist denn das? Ein richtig toller Mensch! Ja? Ein richtiger Flaschenkopf ist das! Jedenfalls ein Kollege hat sich heute vor mir hingestellt und meinte, es ist eine gute Idee, sich vor dem LKW hinzustellen! Ich habe es gesehen! Ich habe heute meinen LKW-Führerschein gemacht, es tut mir halt wirklich leid, aber ich habe probiert den Rückwärtsgang einzulegen, aber irgendwie ging das nicht! Ja, aber du darfst doch noch gar nicht fahren! Ich habe aber einen Führerschein gemacht, natürlich darf ich damit fahren, ich habe aber einen Führerschein dafür! Ja, du hast einen Führerschein dafür gemacht, aber eigentlich, Alters gesehen, darfst du noch gar nicht fahren! Mhm! Thomas Breziner in einem Brezelmobil! Wir verkaufen Brillen und Brezeln für Sie! Wussten Sie, dass ich einen Brillenbrezelverkauf eigentlich starten möchte, wo man Brillen und Brezeln kaufen kann? Glauben Sie, es geht gut? Weiß ich nicht, aber bei dem, was ich schon gehört habe, bist du ja ein kleines Verkaufsgenie, ne? Brillenundbrezel.com, hier gibt es Ihre Brillen und die passenden Brezeln! Also, ich habe mir schon so ein Werbevideo überlegt dafür! So, Brillenundbrezel.com, da kann man Brillen und Brezeln kaufen! Der Clou daran ist nämlich, dass Brillen und Brezeln fast gleich aussehen! So, dann darfst du noch mitkommen! Eine Brille und eine Brezel, zu jeder Brille gibt es zwei gratis Brezeln! Und wenn es dann mal Brezelt, dann kommen sie zu uns! Wir haben süße Brezeln, auch salzige Brezeln! Nur, die Brillen sind süß, die Brezeln nicht! So, Karl-Heinz dann! Brillenundbrezel.com! Bitte? Einmal bitte kurz zur Wand! Zu welcher Wand? Zu der hier? Genau! Oder die Lichtschalterwand, perfekt! Genau, einmal kurz aus eigener Sicherheit! Aber sie würden schon Brillen und Brezeln kaufen wollen in meinem Laden, oder? Das kann ich dir so noch nicht sagen! Ja, aber eine Brille haben sie doch schon! Dann fehlt ihnen nur noch die Brezel! Und dein Telefon kriegst du nicht! Brillenundbrezel.com Dann komm mal mit! Du darfst dir jetzt auch eine Zelle aussuchen! Welche möchtest du gerne? Die hat die, wo viel Scheiße drin ist! Das kann ich dir nicht sagen! Eigentlich müsste ich kurz vorsorber machen! Dann rieche ich schon ein bisschen hin! Boah, das stinkt! Super! Dann komm mal her! Mhm! Dann tu ich mir ja gleich mal die Hände waschen! Genau! Ich mach dir jetzt erstmal die Handfesseln los und dann alles weiter! Ja! Perfekt! Perfekt! So! Bin dann gleich wieder bei dir! Alles klar! Boah, das stinkt aber ganz schön du! Boah, das stinkt aber ganz schön du! Mind' g' ich mir mal die Hände waschen damit! Bisschen Wurstwasser! najleckeres Wasser! Leckeres Wurstwasser! Ich hätte jetzt probiert, die MP-Dealer, die Hand zu schütteln. Wurstwasser. Das ist der Sound. Arschwasser, ja. Arschwasser, a.k.a. Wurstwasser. Wollen sie mal an meinem Finger riechen? Bah! Wie das stinkt. So. Danke an Ben Let's Play BS. Kannst du Like haben? Habe ich doch gerade gemacht, Brudi. Perfekt. Aber ich habe doch vorhin gerade das gemacht. Bastinato, da können wir uns nicht hin. Karl-Heinz, hast du einmal eine Ausrüstung? Wir haben mal eine Frage. Könnten Sie mal gucken? Können Sie mal herkommen? Bitte was denn? Ich bin noch hier. Ja, nee, weiter her hier zu mir. Was möchtest du? Ich möchte nicht, dass du mir in der Nase rumbohrst. Nee, ich will dir nicht in der Nase rumbohren. Ich wollte dich nur fragen, ich stecke dir das auch gar nicht rein oder so. Ich muss mal fragen, was riecht denn das? Das möchte ich gar nicht wissen. Ja, aber du riechst doch gerade dran, riech mal dran an meinem Finger, riech mal. Karl-Heinz, ich bitte dich, ich möchte nicht an deinem Finger riechen. Finden Sie auch, dass das nach Wurstwasser riecht? Probieren Sie es? Es riecht komisch. Ich möchte es nicht weiter riechen. Nee, aber jetzt raten Sie mir noch, was das riecht. Nein, nein, Karl-Heinz, ich möchte das hier mal nicht weiter vertiefen. Ja, aber Sie haben schon dran gerochen. Jetzt können Sie doch sagen, was es gerochen hat. Es riecht komisch, sagen wir es mal so. Komisch? Okay. Gut, dann mein Ausweis. Ja, den habe ich. Bitte. Mein Ausweis riecht jetzt aber auch komisch, weil ich muss den angreifen. Gut, den gebe ich jetzt gleich weiter an den Kollegen, der wird sich da super danken. Nur ein bisschen, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ich weiß ganz genau, wo ich hier hin wollte. Wurstwasser, dickes Wurstwasser. Lalalilalai. Ich finde es ja auch, dass das nach Wurstwasser riecht. Das wäre ich heute jeden fragen. Nur ein bisschen noch die Hände waschen. Ja, greif richtig rein in die Wurst. So. Ein frisches Wurstwasser aufgetragen. Und der arme Kopf, ja. Der arme, der muss jetzt aber durch. Hey, Colin, immer wieder unterhaltsam. Dankeschön. Danke nochmal an Ben Let's Play BS. Vielen Dank. Blackwolf TV, auch danke fürs Zippwerden. Big Mike, lass es mich einfach. Das ist einfach so ehrenhaft. Black Yanni, danke schön für einen Euro. Bitte grüß Justin. Ich grüße Justin, jawohl. Wurst geht raus, an den Justin. War er in echtem Knast wegen Fahnen und dem Führerschein? Das passt zum heutigen Streamen sehr gut, lieber Flo. So. Sag mal, dass der LKW 50 Kubik hat. Das ist eine gute Möglichkeit. Enduro LKW mit 50 Kubik. Cedric Bach, danke für den Euro. Danke an den Höhööö. Für 240 ist das einfach wirklich so. Kuske nochmal raus. Nico Ochsenhofer, kenne ich noch. Kuske nochmal raus an dich. Vielen, vielen Dank. Da müssen wir warten, ey. Ich hoffe, ich kann noch jemanden dazu verführen, an meine Finger zu riechen. Ich habe so Durst. Ich habe nichts. Warte mal, ich gehe nur ganz schön pissen. Ich bin gleich wieder da, Leute. Kurz Pipipause hier. Also, die kommen jetzt direkt zurück, aber ich glaube nicht. Ne, ich bin gleich wieder da, Leute. Ich habe mal ganz schön was zu trinken. Gib mal zwei Sekunden. Ups. Ich bin schnell was zu trinken, Julio. Ich bin schnell was zu trinken. Ich bin schnell was zu trinken. Ich bin schnell was zu trinken. 500 Euro. Ja, danke. So. Ah, dankeschön an, äh, du mal, wenn du jetzt bist. Haben wir doch grad rausgewubbelt den Like-Hype im Halben? Einen halben schönen Like-Hype haben wir da. Bei 5000 Likes zeige ich ja meine Pfoten. So. Bastinator, auch danke für die Leute, die ich sind. Vielen, vielen Dank. Bastinator. So, jetzt erst mal ein Monster auf. Ah, Bruder, jetzt ab, Bruder, hier jetzt erst mal. Oh, Digga. Oh, also, ey, hier, Carsten, Digga, einfach schon sagen, Monster ist schon gut, Bruder. Hm. Ach, geil. Oh, die brauchen wir lange, ne? Ich konnte jetzt sogar Pipi gehen. Und, äh, die hat sich, die haben sich einfach nicht gejuckt bis jetzt. Hm. Warte, bin ich da raufgekommen? Ah, da kann man hoch, okay. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, wie ich hier ausbreche. Oh, oh, fast, fast ausgebrochen. Warte, so. Ja, ich bin, oh, ich hab's fast geschafft. Ich war fast drauf. Ah, ich muss immer so ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Ah, ich war doch fast drauf auf dem Ding. Ich hab's, ich hab's, ich bin da. Cool. Perfekt. Ich hab's geschafft, Leute. Jetzt kann ich hier irgendwie ausbrechen, sicher, ne? Oh, nein. Ich wollte mich da hier grad hinsetzen. Ach, komm. Es klappt schon irgendwie, ich mich hier hinsetzen. Ah, aua. Hinsetzen kann, komm. Wupp. Na komm, ich wollte mich doch nur draufsetzen auf das Ding. Das ist, wenn die kommen, dass ich hier auf ganz gechillt sitze. Wofür gibt's denn sonst einen gesetzlichen Vormund, sag ich mal so, ne? Der Vormund wird jetzt gleich geholt. Der ist er, der Herr Wolf, der gesetzliche Vormund. Der Arme, der wird mich hier gleich wegschieben von dem Vormund. Der wird mich gleich austragen lassen nach der Aktion heute. Ah, ich bin oben. Perfekt, so. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich sitz hier nur. Alles gut, kein Problem. Du hast mich gehört. Dann sitz mal, dann lass mal dich. Hä, was ist denn jetzt? Hallo? Ja. Was ist denn jetzt? Ja, dein Papa, nicht Papa, ist da. Cool. Wo ist er denn? Daniel. Der steht doch vorne gerade bei den Kollegen. Der redet noch mit den Kollegen. Mal ne Frage. Mal ne Frage. Kannst du mal sagen, was das riecht? Boah, nimm deine Hand aus meinem Gesicht, ey. Kannst du das sagen? Was ist das? Der andere meint, es riecht herb. Was sagen Sie? Es riecht nicht herb. Es riecht sehr gemütlich. Ungewöhnlich, würden Sie sagen. Dann sagen Sie mal, wie riecht der Finger? Wie finden Sie, riecht der? Ich verstehe Sie kaum, weil Sie sehr leise reden. Das ist normal. Also, ich habe eine alergie gegen den Finger. Das ist normal. Sie haben eine alergie gegen den Finger. Geil. Also, ich würde dir jetzt erst mal ein Tuch bringen. Ich habe ihn angegriffen. Damit kannst du den Finger mal abwischen. Also, da wo das herkommt, gibt es noch viel mehr von. Würde ich gar nicht wissen. Schupp, 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 schupp. Schupp, schupp, schupp. Nee, das ist Wasser. Das ist Wurstwasser. Wurstwasser, ja. Jetzt können Sie noch mal riechen. Jetzt ist frisch drauf. Nee, also, Darren, willst du? Das ist doch dein Spezialgebiet. Du bist mal vorgesetzt. Was? Das ist dein Spezialgebiet? Wurstwasser? Komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Wurstwasser ist dein Spezialgebiet. Gut zu wissen. So, jetzt hole ich mir mal einen Burger und schiebe mir den rein mit Wurstwasser. Ui. Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Ui. Nein, nein, nein. Wenn du das tust. Machen wir kurz Platz, Ballant. Ja. Machen wir kurz Platz. Ich schwöre, Darren, wenn du das tust, ich hasse dich auf Abruf. Warte mal, ich habe einen Flutschfinger. Kannst du gerne machen. Nein, bitte, ich habe einen Flutschfinger. Nein, bitte, doch nicht. Ich greife dir mal ins Ohr, kurz. Nein, du nicht. Ja, doch. Ich bin da. Komm mal her. Mhm. Ja, ja. Kann man gleich mal ganz kurz sprechen. Kann man gleich machen, oder? Was ist denn der Kollegin? Wir haben gerade einen Flutschfinger gemacht. Ich kann mal kurz sprechen. Das ist kein Problem. Wie er ihn reingestellt hat, der arme Brie. Hä? Hallo? Wolfi? Ja? Ja? Ich habe Scheiße gebaut anscheinend, aber ich wusste es gar nicht. Ich weiß, ihr hilft da gerade. Es war nicht mit Absicht. Die haben ja eigentlich die Vape nicht weggenommen, ne? Er hat noch aufgefordert, auszusteigen. Er hat sich nicht drauf eingelassen, anscheinend ist er nicht weggeschoben. Und dann hast du noch einmal. Da. Ich habe die Vape nicht weggenommen. So schön wegstecken. Sie haben nichts gesehen. Was man sich so alles in der Zelle erlauben kann, ne? So viel Spaß, den wir hier haben in der Zelle. Unglaublich viel Spaß haben wir hier. Hier hoch, schau mal. Hier hoch kommen wir ab. Zu deiner Information, Karl-Heinz. Ja? Dein gesetzlicher Vormund hat dir gerade erlaubt zu rauchen. Das darfst du ab 14, sobald ... Ich rauche nicht. Das ist Wasser nur gewesen. Das war ... Da ist nichts drin. Da ist nur Geschmack drin. Er ist ab 14 freigegeben. Ich bin jetzt mittlerweile 14, also darf ich. Das habe ich doch gerade gesagt. Dein gesetzlicher Vormund hat dir gerade erlaubt zu dampfen. Solange ich ... Da ist nichts drin. Da ist nur ein Erdbeergeschmack drin. Das ist eigentlich nur Wasser mit Erdbeergeschmack, damit ich auf dem Schulhof cool aussehe. Ja, alles gut, Karl-Heinz. Der Kollege da hinten, der ist einfach alt. Der kennt das nicht. Wollen Sie den frisch gepressten Orangensaft von mir? Doch nicht, danke. Ich bin allergisch. Ich habe den frisch gepresst seit einem Jahr bei mir dabei. Ja, das ist auch ein Jahr. Ja. Der schimmelt schon am Rand, wenn Sie den trinken. Ja, nee, danke. Ich verzichte da drauf. Ja, das ist eh ungenießbar. Wollen Sie einen Wodka? Ich habe noch ein paar. Nee, nee. Wodka habe ich noch. Nee, für später. Für später. Dankeschön. Wollen Sie auch einen Woddy? Äh, ich habe noch. Vielleicht für eine Party später. Der braucht keinen Woddy, aber den kannst du... Hast du Grabstein für ihn dabei? Den brauchen wir nämlich später noch. Und Grabstein? Warum? Ich meine, ob Karl-Heinz einen Grabstein für dich hat. Ich hätte einen Schildkrötenköder. Weil ich mit dem Kollegen muss sie später noch ins Kabuf. Okay. Ins Kabuf? Ihr Tierfutter. Ja, das gebe ich dem auch gerne. Hier, bitteschön. Schauen wir zwei mal. Ist aber zum Snacken für später. Für zwischendurch so. Wieso habe ich jetzt drei davon? Weißt du was? Du kannst mich ab sofort wieder siezen, ja? Du sprichst mich mit Sir an, ja? Okay, Sir. Warum gehen Sie mir jetzt hier vor der Sir? Sergeant Sir. Sergeant Sir. Nee, Sergeant Connor. Boah, kann ich auch so einen Clown-Suit haben, der da hinten steht? Clown-Suit? Wo kommt der denn her? Der Clown-Suit. Jojo, Dankeschön für drei Euro. Danke, Jojo. Reality-Shots, dann fürs CP-Werden. Nein, Hinterfuck. Wie nennt man Hund ohne Beine? Kommt ihr nicht drauf an. Wenn man ihn ruft, kommt er eh nicht an. Der kenne ich schon. Wenn Let's Play, er ist richtig mies. Spotted. Karl-Heinz. Dankeschön. Danke, David, eh. Mhm. Was los? Das war es. Die Geldstrafe. Die Geldstrafe habe ich jetzt für dich übernommen. Dankeschön. Und du hättest jetzt irgendwas bei den 70 Monaten in den Knast müssen, damit du nicht so lange sitzen musst, gehe ich jetzt mit dir Hälfte, Hälfte zusammen in den Knast. Was? Ich muss doch nicht, weiß nicht, will ich in den Knast? In den Knast-Knast? Ja. Warum muss ich in den Knast? Ich habe doch nichts gemacht. Ich kann die Duschen empfehlen. Und damit du nicht so lange in den Knast-Knast musst, gehe ich mit dir zusammen in den Knast. Aber ich habe ja einen Führerschein für das Fahrzeug. Du bist anscheinend ab. Ich bin nicht abgehauen, aber der hat mich provoziert, der eine Polizist, der hat vorne provoziert, hat er mich. Also er hat die aufgesagen können. Achso, den haben wir ja festgenommen. Warum riecht es jetzt nach Gulasch? Da riecht es übelst nach Gulasch gerade hier drin. Jaren, hast du Gulasch mitgenommen? Jedenfalls, ich habe ja einen Führerschein gemacht heute, damit ich das legal betreiben darf. Weil die Polizei hat gesagt, ich darf kein Auto fahren, aber von LKW haben sie nie was die Rede gehabt. Von dem her habe ich heute einen LKW-Schein gemacht. Ja, warum bin ich denn abgehauen? Ja, bin ich doch nicht, aber der hat provoziert vorne. Er hat mich nicht rausfahren lassen und deshalb bin ich dann weggefallen, weil er mich provoziert hat. Okay. Ich wollte ja anhalten. Ich habe nur gesagt, nee, warte, ich will ein Stück nach vorn. Und er so, nö, nö, du bleibst jetzt da. Ich habe gesagt, doch, ich fahre aber raus und dann halte ich an. Und er so, nö, 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 du haltest jetzt hier an und keine Ahnung. Und dann habe ich ihn halt weggeschubst, so mit dem Auto, weil er sich vorvorgestellt hat, so provoziert hat. Und deshalb bin ich dann weggefahren, weil ich so nicht wollte, weil der richtig provokant und blöd war. Der war richtig doof. War so ein richtiger Doofmann war das. Du musst schon verstehen, wenn so putzige Männchen mit dem Partylichter herkommen, dann muss man schon stehen bleiben. Ja, aber der hat sich blöd aufgeführt. Er hat sich aufgeführt wie so eine Teekanne, keine Ahnung, so ganz blöd halt. Aber ich habe mal eine Frage. Wenn man dich etwas bittet, sogar freundlich und hinterher sogar bestimmt, wo Polizei dran steht, warum machst du das dann einfach nicht? Ich wollte doch eh anhalten, aber ich wollte dann nur rausfahren, weil ich da blockiert habe. Und dann wurde mir gesagt, nee, ich muss jetzt aussteigen. Es gab kein Problem, einfach nicht auszusteigen. Ja, ich wollte ja nicht aussteigen, ich wollte das doch ganz normal zivilisiert klären, aber ich durfte rausfahren, das war provokant, das habe ich dann gefahren. Also uneinsichtig auch. Nicht uneinsichtig, einfach provokant war das. Er lehnt sehr schnell schon seinen gesetzlichen Vormund, egal was ihn provoziert, scheiß drauf, weggemacht. Ich wollte nicht, ich wollte nicht drauf scheißen, aber ich wollte doch nur ein Stück vorfahren, dass die anderen Leute da reinkonten. Ich kann Ihnen sagen, was passiert ist. Also wir können uns gleich mal hier besuchen. Ich bin mit dem LKW, bin ich in diese Frachtstation reingefahren, da ist ja viel los gewesen. Da waren viele Leute dort und die wollten raus und rein und ich bin dort reingefahren, weil ich zuerst gedacht habe, da wären Platten oder so drin und wollte ich wieder rausfahren. Und dann hat er sich vorne hingestellt und gesagt, ich fahre jetzt halt nicht mehr weiter, ich steige jetzt aus. Ich habe gesagt, ich muss den LKW rausfahren, so kommen die Leute ja gar nicht mehr rein. Und dem war das egal und ich habe dem das zu erklären und er, nein, nein. Schauen Sie mal, das ist, das ist, das ist, das ist, ich will es Ihnen erklären, ich will es Ihnen erklären, das ist der LKW, okay? Das ist der LKW. Geh mal kurz in die Ecke nach hinten und nimm mal ein, zwei Atemzüge. Ich erkläre das noch ganz schnell, wie es das meinte, weil das ist der LKW, ja? Ist okay? Und der LKW ist noch in der Garage drin, so halb. Da ist er in der Garage und ich wollte nur den LKW wieder rausfahren und der Polizist stand hier vorne, so. Und ich habe gesagt, gehen Sie weg, das ist eine Blöde, ich will den noch rausfahren. Und er so, nö. Ja, nö, er bleibt jetzt da stehen, wo er ist und nö. Und ich so, doch, ich muss aber raus, da müssen die Leute rein und das ist blöd. Und er so, nee, du steigst jetzt aus. Und ich so, nee, ich steige jetzt nicht aus, weil ich will den LKW rausfahren. Dann habe ich ihn mit dem LKW angestupst und das hat ihn so mad gemacht. Und dann, ja, keine Ahnung. Könntest du bitte die nicht anhalten lassen? Oder ansonsten wegkommen, bitte? Ich habe ja den Führerschein, ich hätte den noch gezeigt, ganz normal, aber der hat provoziert. Äh, Wolfi? Ja, bitte? Äh, du gehst mit ihm? Ja, ich geh mit ihm. Er wird alles weiter verwickeln ab hier. 35 Monate für beide. Du passt. Ja. Passt gut. Frage, wer hat noch Handy, Funk, SIM oder Akku von Karl-Heinz? Was ist blöd hier drin? Aber der hat übelst provoziert, wir hätten das Ganze mal klären können. Also, wie gesagt, wenn ihr es dann könnt, könnt ihr den Besuch herauchen. Es geht. Äh, gibt es noch... Ich war blöd. Ja, natürlich. Wolfi, jetzt außer Funk, wie gesagt, könnt ihr den Besuch herauchen, bitte. Ja. War ganz kurz? Ja, alles gut. Alles gut. Macht euch heute. Bis später. Tschüss. Danke. So, dann gebe ich da auch mal die Akkus, die Funk, äh, Akkus und Infos. Wie sich der Polizist aufgeregt hat da unten. Herzlichen, ich bin aufgeregt gerade. Nein, das war mal ganz anders. Ich so, nein. Ja, das war ganz anders. Danke. 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 Danke schön. So. Da wir unsere Vorschriften haben, Herr Wolf, einmal bedungen. Bitte, was? Ich hab dich jetzt überhaupt nicht verstanden. Da wir hier unsere Vorschriften haben, einmal mit Umständen für den ganzen Tag. Ja, ja, ja. Ich mach's auch nicht so besser. Ja, ich weiß, mir wurde bis jetzt nicht die Rechte vorgelesen, aber ich lass es einfach da hinten schweifen. Ich hab, ach so, ja, gut. Ja? Nee, ich hab jetzt die Kacke da gerochen, da hinten, das stimmt ein bisschen. Du hörst, dann kannst du auch mal kommen, dann könnt ihr mir beide gar nicht mehr folgen. Ihr wisst, das mit dem Rechte vorgelesen ist eigentlich nicht so, dass du dann einfach rauskommst, aber ich werde jetzt schauen, wie der Kopp reagieren wird. Wenn ich dann rauslässt, dann weiß ich, dass die wieder nichts gesagt haben. Aber ich sag mal. Schau mal. So. Dann machen wir uns einmal so, dann setz ich die Hand mit dem Kabelbinder. Okay, doki. Ganze mit der Tür ein bisschen einfacher ist. Ich steck gleich einmal mit der Tür, mit dem Anfallgurt. So, hier hab ich einmal mit der Tür. Weck. Ja. Und dann einfach noch mit dem Anfallgurt. Weck. Ich kann mich selber anschneiden. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Kabelbinder. Ich krieg das trotzdem nicht so schlimm. Hab das schon schlimmer aus erlebt. Dann ist doch gut. Ich hab in meinem Tor in mein Becken gebrochen und dann saß ich da wie so eine Schlange irgendwie. Da konnte ich meinen kleinen Zeh angreifen, so. Nee, das war ein kleiner Zeh. Perfekt. Haben Sie sich schon mal einen kleinen Zeh gestoßen? Ja, ist immer schlecht, ne? Da sind wir uns alle der Meinung, es gibt keinen schlimmeren Schmerz, als sich ein Zeh zu stoßen. Das tut her nicht, ey. Haben Sie Kinder? Ich? Nee. Warum nicht? Darin wahrscheinlich. Finden Sie keine Frau, dass Sie sich ein Kind leisten können, oder? Ich bin aktuell so glücklich, wie ich bin. Was? Also Sie mögen sich, Sie lieben sich selbst, oder wie kann ich das verstehen? Total, kann man genau so verstehen, total. Sie sind selbstverliebt. Total, nee. Ist das eine gesunde Beziehung, die Sie führen mit sich selbst, oder wie würden Sie das machen? Ich fühl keine Beziehung mit mir selber. Haben Sie das doch gerade gesagt? Nee, habe ich so nicht ganz gesagt. Das muss falsch sein, ja. Sind Sie so Twitter, das heißt, Sie können auch ein Baby gebären, oder wie? Ich glaube nicht, nee, so funktioniert das nicht. Ich glaube schon, wenn Sie sagen, Sie lieben sich selbst, dann müssen Sie doch Twitter sein. Nee, das ist ja, nee. Ja, dann kriegen Sie doch selber so ein Kind, so irgendwie. Ich glaube, das funktioniert nicht, nee. Herr Marshall, also schwanger so. Ja, aber wait a minute. Warum glauben Sie nur, dass Sie es nicht können? Also ich als Mann weiß, dass Sie es nicht können. Aber warum glauben Sie es nur? Das macht mir jetzt schon wieder ein bisschen nachdenklich. Das ist so ein Echsenmensch. Das sieht besser aus, das kann nicht passieren. Soll ich dir das nicht befreien, wenn ich es so ausdrücke? Der Staat hat nur Echsenmenschen eingestellt, das ist sicher einer davon. Dann legen sie so irgendwo ein Ei hin, oder so. So wird es sein, genau. 100% genauso wird es sein. Könnten Sie dann verkaufen, so ein Menschenei so, oder Echsen-Ei so, Echsen-Menschen-Ei, groß. 50 Zoll, Durchmesser 24 Zentimeter. Ja, das ist jetzt die Frage, ist das ein Strachverteil? Ja, dazu gibt es kein Gesetz. Aber warum haben Sie dann keinen Erfüllenden, keinen guten Job? Wir haben einen Job glücklich. Ja, Sie sind ein Diener. Sie sind ein bisschen besser bezahlter Butler. Das ist schon traurig. Also wenn ich sie, wer will ich kündigen? Ich bin so happy, wie es aktuell ist. Aber warten Sie, Sie sagen ja, Sie lieben sich selbst so. Ist es nicht besser, wenn Sie für sich selbst arbeiten, als für den Staat? Nee, ich habe nichts gesagt, ich bin selber nicht mehr. Okay. Die Aussage vorhin war ironisch gemeint. Achso, ja. Was ist dann, also haben Sie eine Frau jetzt, oder wie? Nochmal bitte, ich habe fast bei mir ein bisschen... Also Sie sind trotzdem Single, oder wie? Ja, ich bin Single. Aber auf der Suche? Nicht aktiv, nee. Ja, aber da müssen Sie sich vielleicht mal untersuchen lassen, weil jetzt ist derzeit Pärchenzeit, so. Jetzt sollte man sich paaren. Er kann sich jetzt suchen lassen, aber da ist ja der unterwürfige Bart. Drum arbeitet er als Diener. Ach stimmt, da war ja was. Ich meine, Sie müssen das ausdrücken, ja. Dann sind Sie Diener oder Butler, so. Das würde ich jetzt so nicht ausdrücken, nee. Ja, ich würde es schon so ausdrücken, also wenn man es so sieht. Ist Ihr Name zufällig James? Nee, nicht wirklich. Okay. Der heißt einfach nicht wirklich. Cool. Das ist ein cooler Name. Nicht wirklich. Also, nett, der Vorname, Nachname, wirklich. Das ist ein cooler Name. Nicht wirklich. Hast du gehört? Nee, ich glaube nicht. Oder heißen Sie jetzt doch, nee, ich glaube nicht. Jetzt müssen Sie sich schon mal... Wie heißen Sie jetzt? Ich schwadet Ihnen mal aus, wenn ich heiße. Ich schwadet Ihnen mal aus, was? Nee, wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf? Ja, ich schwadet dazu keinen Ausdruck. Thomas Birkenstock. Ja, nee. Sie sehen mir aus wie so ein Thomas Birkenstock. Ist Ihr Name ein Staatsgeheimnis? Total, genau. Also, seien Sie nicht nur der Butler des Staates, sondern komplett den Staat verkauft? Nee, ich kann grundsätzlich den Namen sagen. Markus Rotzschmutz ist auch ein guter Name, wird auch gut passen. Ah, nee. Marvin Kott. Es sieht so aus wie so ein richtiger Marvin Kott, oder? Irgendwie schon. Also Marvin hat was für ihn. Marvin Kott. Ich sehe wurscht. Marvin Kott bei den Marshalls. So, dann dürfen Sie beide links einmal an die Wand. Jawohl, James. Marcel Prischma. Das ist das falsche links. Ach so, ja, Entschuldigung. Weißen Sie Marcel Prischma? Ja, welches links jetzt? Rechts ist aber okay. Ja, dann gehen wir jetzt rechts. Ich bin jetzt rechts. Ach so, ja, dann gehen wir rechts. Also, wenn ich das falsche links gewesen habe. Ja, passt. So, Wolf, dann werde ich Sie nochmal durchsuchen, ob Sie noch irgendwas dabei haben. Boris. Ich bin 20.000 gekauft, oder? Sputal. Boris Schmand. Ganz sicher. Dann musst du sie nicht extra einspucken. Ja, glaube ich auch. Das macht es dann allen einfach an. 20.000, dass Sie sie reinbekommen? Wettmachen? Nee, da würde ich sogar eher dafür werden. Ja, ja. Wollen Sie schon mal am Arbeitsplatz ein Geißel? Äh, nee. Wollen Sie es nochmal werden? Nee, alles gut. Pass. Okay, das könnten wir inrichten schon. Alfonso Schmarz. So, hier, die Verzimmkarte und... Der ist schon weg. Den kannst du nicht mehr wegnehmen. Nein, ich meine, den lege ich mal hin, dass sie sich abholen können. Ach so, okay. So. August Kranz. Dann werde ich Ihnen noch einen Rechner ausstellen. Markus quatscht viel. Irgendwie hier zur Rechnung. Du kannst verkosten. Das ist teurer wie jeder andere Butler. Das heißt, als... Wie? Ein Handschinschlüssel... Nee, ein Als. Ein Handschinschlüssel sind so nicht alle aufzüglichen, wenn die haben wir abgenommen. Als heißt das. Du hast gesagt, als. Ist teurer als, nicht teurer wie. Ist es ja wurscht wie? Ja. Nein, als. Ich sage ja nicht, ist es ja wurscht als. Also. Ich gebe dir mein Handy und mein Funkgerät zurück. SIM-Karte und Akku kannst du dir dann vorne später abholen. Bist du dir mal fertig? Perfekt. Können wir jetzt gehen wieder, oder? Perfekt. Nee, nee. Gut. Nee. Was du dir mal gesagt hast, wir können jetzt gehen, wir sind fertig. Nee, ich kann völlig mit der Durchsuchung. Ja eben, dann können wir jetzt gehen. Nee, dann würde ich jetzt einmal wieder auf dir. Ja warum? Ist eine fertig schon. Ja, nee, dann wünsche ich Ihnen einmal einen schönen Abend. Aber mir wurden meine Rechte nicht vorgelesen. Wurden dir die Rechte vorgelesen, also mir nicht. Wir wurden die Rechte auch nicht vorgelesen. Ja, das bringt Ihnen trotzdem nichts. Ja, aber das, ich, das, da doch, ich will nur sagen, Sie haben schlechte Arbeit geleistet. Ja. Ich bin ja auch. Grundsätzlich ist es die Aufgabe von Piti und nicht von mir. Ja, aber eigentlich könnte man vor Gericht gehen, das halt. Das ist ein scheiß Partner, hätten Sie uns so mitnehmen dürfen. Hm, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss Ihnen jetzt vor Gericht gehen für sowas, weil das ein Anliegen ist. Weil die Rechte nicht vorgelesen wurden. Ja, aber wenn Sie uns jetzt inhaftieren, dann machen ja Sie einen Fehler, weil Sie dürfen uns ja ohne Rechtevergebung gar nicht inhaftieren. Doch, darf ich. Ja, nee, dürfen Sie nicht. Ich weiß nicht, weil das Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber das stimmt nicht. Äh, Untersuchungshaft darf er. Das dürfen Sie nicht. Ist das Untersuchungshaft, dann dürfte er. Ähm. Aber sonst müsste es vor Gericht geklärt werden, theoretisch. Dann wären Sie das vor Gericht. Dann wünsche ich Ihnen viel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen schönen Abend. Dann machen Sie das einfach mit mir, aber wir werden das sicher, wir sind uns da vor Gericht. Ja, machen Sie es. Ich wünsche dir einen schönen Abend und einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Also Sie dürften uns unten einsperren, aber Sie dürften uns nicht offiziell ins Gefängnis bringen. Also eigentlich, ja. Also können Sie dann, wobei Sie müssten den Fall dann anders abschließen. Wobei, das ist ja kein Gerichtsfall. Müssen wir schauen, wie das ist. Aber hey, Sie haben dazugelernt. Endlich. Also ich bin jetzt, ich wollte, ich wollte jetzt wirklich, ich wollte jetzt wirklich schauen, ob Sie es jetzt eigentlich dazugelernt haben. Sie haben es eigentlich dazugelernt. Vielleicht den Kopf erschießen oder irgendwie anders weggekommen. Hä, was? Wen erschießen? Ist eh wurscht. Nicht erwischen lassen, auf jeden Fall. Den Kopf erschießen? Das Problem ist, der war richtig provokant, wo ich dort war. Der war richtig provokant. Der hat sich vor den LKW gestellt und gesagt, nee, jetzt nicht mehr weiter. Piep, blub, blub. Und keine Ahnung. War richtig provokant und dann wollte ich nicht mehr. Gehst du in den Besucherraum rüber oder bleibst du da? Ciao. Führerschein, guck. Na ja, du hast echt einen Truckschein. Ich habe den extra gemacht und die haben nie gesagt, dass ich den nicht machen darf. Also keine Ahnung. Kann ich doch nichts dafür, dass ich ihn ausgestellt bekomme. So, was machen wir jetzt? Das stimmt, ja. Ich glaube, es sind ein paar Leute in den Besucherraum. Gehen wir in den Besucherraum? Ja, gehen wir rüber. Nee, aber jetzt, Nojok hat sich gerade richtig verhalten. Er hat es richtig gemacht. Deine Reaktion könnte entweder so sein, Aua, oder... Au. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir können jetzt zur zweiten Reaktion. Hallo. Hallöchen. Wolfi? Ja, bitte. Haben die jetzt echt ein Kind eingeknastet? Ja. Ja, das Kind müsste eigentlich länger sitzen, aber ich habe mich bereit erklärt, dass sie die Hälfte von ihm übernimmt. Eigentlich müsste ich doch in die Jugendknast anstallt, oder? Ich dürfte hier gar nicht sein. Darf ich fragen, für was und wie lange? 35 Monate für verbrecherische Flucht vom Kleinen. Also pro Person oder 35, oder wie? Pro Person. 35 pro Person, ja. So 62 gewesen. Kind eingeknastet. Und sie haben uns nicht die Rechte vorgelesen? Ja. Ja, dann erst. Ja, wir waren frei. Das Problem ist ja das, dass ich eine gesetzliche Form und von ihm bin, aus dem Grund haben sie ihn wieder zugeholt. Und da wollten sie ihn jetzt für 75 Monate einsperren. Dann habe ich gesagt, nein, auch für 80 Monate einsperren. Dann habe ich gesagt, nein, machen wir halt öfter. Aber ohne Rechte? Erstmal PD oder Marschitz herholen? Das hat mein Marschitz schon erklärt. Das hat mich recht herzlich wenig interessiert. Wow. Mhm. Ist ja nichts Neues, dass die keine Dietsvorschriften interessieren, ne? Nein, das ist sowieso nicht. Naja, ich habe gesagt, man könnte vor Gericht dagegen angehen, weil wir ja Aussagen getätigt haben. Aber wenn die dich auch eingeknastet haben, Karl-Heinz, glaubst du wirklich, die beachten das, was du im Gericht sagst? Eigentlich dürfte ich doch gar nicht her, denn ich müsste im Jugendknast sein, oder? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ist das im Jugendknast? Du sagst immer vor, da ist ein großer Mann, der beschließt, dass es eine Relektion zu fallen. Das dachte ich mir auch schon. Eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Oder die müssten mir so ein geschlossenes Ding geben, wo ich hin darf. Vielleicht so irgendwo geschlossen, wo ich allein für mich bin, weil hier dürfte ich gar nicht sein, theoretisch. In der geschlossenen Zelle wäre nicht mal genug. Eigentlich müsste es eine extra Abteilung geben. Ich frage mal die Frau Geldautomaten. Hallo. Ich rufe die mal an. Frau Geldautomaten? Ich sage mal, dass ich da drin bin und frage die, ob das so. Okay ist. Seit wann werden Kinder eingesperrt? Das haben wir uns gerade auch gefragt. Und es sollten ja schlechter, dass sie uns beide die Rechte nicht vorgesehen haben. Der guckt ja nicht mal über die Tischkante. Da hinten ist dieses Telefon. Ich rufe da halt an. Frau Geldautomat. Heute noch Rasen gemäht und sie hebt da nicht ab. Dann gebe ich sie zu Franz zurück. Ich habe meine auch gespendet. Da hebt keiner ab. Das ist traurig. Ich spende es an die Firmenkasse. Oder Wolfi, soll ich sie in die Firmenkasse holen? Nee, wurscht. Mit müssen. 30.000. Ihr habt keine Abpasse. Jemanden erreicht? Nö. Hast du mal versucht, ein Dispatch über das Telefon zu schicken? Weiß ich aber nicht, ob das überhaupt geht. Ob die so modern sind. Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich muss woanders hin. Ich glaube, der hat mich hier falsch eingesetzt. Also falsch, auf jeden Fall ist es so richtig. Naja, so ein bisschen. Sieht nicht aus wie ein Jugendknast oder Kinderknast hier. Dann wünsche ich was Gutes. Du machst bei einer FD-Übung mit. Warte mal, wie alt ist Karl-Heinz noch mal? 14. Dann darf er doch nicht mal in den Knast, oder? Ja, mit 14. Ja, Jugendknast. Jugendknast. Aber das ist kein Jugendknast. Hier sind richtig schwere Tüge. Ja, jetzt steckt uns da rein mit solchen Schwerkriminellen da. Ab jetzt habe ich gerade schon gesagt, ne. Jetzt stellen wir vor, Wolfi wäre ja nicht mit dabei. Dann kommt gleich ein großer Mann, der einfach mal ein Kind sieht. Ja, dann geht's ab. Matt, das würde ich fühlen. Das würde ich fühlen da. Ich bin schneller, bin einziger innen, wie du schauen kannst. Guten Abend. Ja, aber das kannst du so schnell ja gar nicht erfahren. Wir kommen in der Jugendstrafanstalten. Sind sie jugendlich? Ja. Nee, nee. Nicht? Okay. Ist mein erstes Mal, dass ich hier bin tatsächlich. Wobei, einmal habe ich eine Rundführung bekommen. Ich sehe das als einen Kredit-Tiefpunkt, wenn sie sogar nur für ein Kind einstellen. Und wir sind gerade telefonieren. Ja, du musst zu diesem Telefon gehen, dann darfst du telefonieren. Da zählst du mit dem Viersitz, oder? Mr. Besserwisser, schau mal. Wie sehen wir das gleich loslegen hier? Das ist der einzige Raum, wo du telefonieren darfst. Sonst nirgends. Tim, hier kommt der mit der G-Klasse, ja. Ist Amerika, natürlich dürfen die das. In Amerika haben sie aber auch Jugendknastanstalten. Da darfst du nicht mit 14 in so einen normalen Knast rein. Auch in Amerika gibt es Jugendstrafanstalten. Stell dir mal vor, du haust einen 14-Jährigen oder einen 13-Jährigen nur mal in den Knast rein, Alter. Was dann los wäre, ey. Das kannst du nicht machen. Jonas Freimuth, Dankeschön für den Euro, Dankeschön. Legend, I'm God, Dank für zwei Euro auch. Peter steht auch nochmal hinten auf dem Namen. Nicht so mit so komischen Symbolen, die man direkt überliest. Perfekt. Custom 007, Maxi, danke fürs WP-Wern. Fabian Husley. Hexion, frage ihn, ob er die Kippen kaufen kann. Nein, werde ich nicht fragen. Danke, Fabian Husley, auch nochmal für zwei Euro. Oder Husley, Husley, nicht Husley, Husley. Husley, was soll ich da machen? DK1, hab einen Clownhut daheim. Habt ihr ein Foto geschickt, vielleicht willst du ihn ja. Dann können wir Fabian für 1,70. Juli mal vorriesen, genau. Juli mal vorriesen, genau. Er ist vorriesen, jawohl, perfekt. Jetzt sagst du mir jetzt, er hat ihn nicht abgehoben. In Ohio, genau. Zweifel in vorm Mund, ja. Ich sag nicht. Sag ich mal einen Dispatch an Supreme Court? Warum denn? Dann frage ich mal für euch. Jetzt ist eh egal, aber wir können später auch fragen. Wir fragen später. Die können die Haftzeit aufheben. Dann kriegen sie das vielleicht in Geld wieder. Ich wollte gerade sagen, die heben die Haftzeit auf und dann kriegt das in Geld wieder. Ja, dann mach das mal. Hol mal das, fahre mal Supreme Court, wie das ist oder so. Die haben jetzt alles. Ja, eine. Perfekt. Die haben hier Kameras und. Die haben das wahrscheinlich mitbekommen, was wir gesagt haben. Vielleicht macht er ja noch auf Korrekt. Ich wollte gucken, ob ich mich irgendwo rausstecken kann, weil ich so klein bin. Vielleicht passe ich so irgendwie Stäbe durch. Habt ihr Dispatch noch rausbekommen? Ja, ja. Ja, wir haben ja rausbekommen. Hoffen wir, dass das ein korrechter Mensch ist. Bin ich mal jetzt gespannt. Knast-RP mit. Ey, hätte ich mir nicht mehr gesagt, dass die mich wirklich in den Knast stecken. Ich dachte, ich krieg so eine kleine Zelle oder sowas. Im PD muss es dort absitzen oder so. Das Geld ist mir auch schon wurscht. Das Geld ist mir egal. Wer weiß, dass der Karl-Heinz in Zukunft irgendwelche schnelleren Autos braucht und erwacht man oder irgendwas. Womit warst du denn schon wieder unterwegs? Mein LKW war auch unterwegs. Nicht mir. Ich war nicht einmal dabei. Ich war am anderen Ende der Insta. Zu meiner Verteiligung, ich habe den LKW-Führerschein für 4.000 Dollar gemacht. Und warum bist du auf die Idee gekommen, mit einem LKW abzauern? Weil der Polizist provoziert hat. Da musst du dich dran gewöhnen. Das ist eine Frage. Der Karl-Heinz hat sich vor einen LKW gestellt und gesagt, nö, du steigst jetzt aus. Und ich wollte nur wo rausparken, mehr nicht. Der Vogel soll Ihnen sagen, dass Sie uns die Rechte nicht sagen haben, boah, der nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warten Sie mal, warten Sie mal. Ist das über das Supreme Cut gelaufen? Na, das ist über das BDG laufen, aber du kannst gar nicht sagen, dass keinem von uns die Rechte vorgelesen wurde. Es sind weder ihm noch mir. Es ist nicht über das Supreme Cut gelaufen, aber es wurden weder Rechte vorgelesen, noch darf der Karl-Heinz rein rechtlich in diesen Plastik rein. Wenn so stimmt, ich weiß nicht. Ich glaube es halt. Nein, das ist normal. Das ist überall auf der Welt so. Die sind noch in den Zellen. Ich hab... Jetzt kriegen die auf den Bomben. Jetzt kriegen wir SD nicht in die Zellen. Für ein Kind gibt es... Nein, nein, nein. Das ist Supreme Court, schau mal, jetzt kommen sie. Aber ich hab damit jetzt nichts zu tun, was hier passiert. Denn das müssen sie sich im AP ausmachen. Aber ich weiß selber jetzt nicht, ob die Polizei jetzt Scheiße gebaut hat oder nicht. Wo sollen sie mich halt sonst hinstecken, ist die Frage. Weil es gibt halt keinen Jugendanstalts-Knast-Dingsbum. Das gibt's halt nicht. Theoretisch müssen sie mich im Palito in der Einzelzelle sperren oder so. Das können sie machen. Weil es gibt keinen Jugendanstalts-Knast auf Erinnerung. Das ist halt die Frage. Es ist halt problematisch mit mir immer. Weil ich so ein Einzelding bin. Es gibt ja nichts. Ich bin das einzige Kind auf dem Server. They made me eat the peas, was? Was? The Pears, okay. Nicht the peas, the Pears. Es wurde Seth Sands da unten. Es wurde Darren Conner unten. Es wurde Morris unten. Ja, okay, das hat reichen. Ja, Morris, schau. Ich schwärze, nein. Hieß Zeit. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, die holen uns jetzt raus. Weil, ey, zum einen sind wir uns die Rechte nicht vorgelesen. Das ist das eine. Aber sie dürfen uns trotzdem, also, wenn Rechte nicht vorgelesen werden, dürfen sie uns trotzdem einknasten. Das sind halt nur die Sachen, die wir gesagt haben, dürfen sie nicht vorgerichtet gegen uns verwenden. Also, das ist schon legit. Also, da haben wir sich gut gehalten, die Cops. Weil ich hab das letztes Mal denen auch gesagt im RP. Und das hat sich anscheinend rumgesprochen, wie man gerade gesehen hat. Gott sei Dank. Das finde ich gut. Wir wurden trotzdem eingesperrt. Aber, Sie haben schon recht, ich müsste eigentlich in eine Jugendanstalt oder sowas. Weil ich kann nicht mit erwachsenen Leuten, mit 14 in eine Anstalt reinkommen. Ist das mal fett verprügelt oder so? Aber ernsthaft, wir spielen das jetzt auch so. Schau, was passiert. Ich hab, glaube ich, auch einen neuen Mann. Na, der neue Mann. Ich hab einen vom Start überhaupt so. Das ist die von, äh, die hab ich mir von Underworld geklaut. Die Nummer. Die wollte ich unbedingt haben. Ich hab sie von Seth, ich hab sie von... Ah, ja, stimmt. Von Seth, von Seth hab ich sie ja auch. Aber das war, weil ein ehemaliger Kollege war, wo es heuer zugegangen ist. Ich hab, ich hab mir Underworlds Nummer geklaut, weil ich die, ich bin mir sicher, die kann ich irgendwann mal gebrauchen. Ich nervte ihn immer. Nee, da ruft keiner zurück. Ja, eins ist grad schon in Klärung. Ich hab schon im Supreme-Platz telefoniert. Kommen die jetzt her oder wie? Er ruft jetzt beim PD an und klärt das einmal ab und ruft mich dann wieder an. Ich bin gleich wieder da. Ich will mal gucken, ob ich da irgendwo raus kann, als, als, als Karl-Heinz, ob ich da durchpasse. Äh, okay, da passe ich nicht durch. Kann hier rein? Warte, hier kann, hier kann man rein? Oh, cool. Ist das neue, äh, hier mit diesem Sportplatz? Ist da davor ein bisschen anders gewesen, aber ich frage mich, passe ich? Der Karl-Heinz ist so klein, vielleicht passt Karl-Heinz irgendwo durch, dass ich rauskomme. Okay, hier passe ich nicht raus. Oh, doch, warte, hier. Das könnte sogar... Nee. Oh gut, noch 22 Monate zum Absetzen. Aber das erste Mal mit Karl-Heinz im Knast einfach, weißt das schon geil. Erstmal Knast-RP mit Karl-Heinz. Ich glaube, ich gucke mir wirklich nirgends raus. Hier vielleicht? Nee. Alles zugemauert hier, alles zu. Die ganzen Mauern sind zu. Jonas.de, schöne Grüße aus dem Rheinland-Pfalz. Dankeschön, zurück. Bin ich, Jonas. Glückwunschweiber, hey, bin auch wieder da. Erstmal schönes Essen und ein supi-Stream schauen. Ehre. Dann lass dir schmecken, mein Lieber. Was auch immer, du dir gerade so Essen geholt hast. Ist auch geil, was zum Essen. Schau mal, wie rot der Mond heute ist. Krass. Aber nee, hier komme ich erstmal nicht raus. Dann müsste ich über die Dächer raus. Ich schau mal über das Dach drüber. Da haben sie nicht abgesperrt. Hier könnte ich raus tatsächlich, ja. Dann kann ich halt... Ja, dann muss ich halt runterspringen oder so. Dann tue ich mir halt echt hart weh, ne. Das geht halt auch nicht. Das geht halt auch nicht. Schade, Marmelade. Man könnte aber hier auf den... Na ja, auf den Zaun kann ich ja auch nicht. Der ist ja nicht begeber. Aber nee, warte, vielleicht... Oh, warte, vielleicht. Maybe. Maybe yes, maybe no. Kann ich auf dieses... Das Ding hier hinten drauf. Ist ja geil. Nee, auf den Kaktus komme ich nicht. Oh nee, es geht nicht. Kann ich auf den Kaktus drauf. Schade. Oder auf den Kaktus hier vielleicht? Und hier... Nee, aua. Nein, ich komme nicht auf den Kaktus drauf. Genau, hier ist die Dings, die... Die Medicabteilung. Aber ich kann... Wenn ich hier hochkomme... Dann war eigentlich so... Hier kommst du dann fix irgendwie raus, wenn du hier hochkommst. Ja, hier kommst du raus. Schau mal, hier kannst du runtergehen. Kannst du vorne raus? Irgendwie vielleicht? Das ist alles freie Begeber, ne? Ja, hier komme ich... Hier könnte ich... Wenn ein Cop reinfährt, theoretisch rausrennen. Weil es sind zwei Gates sind ja hier. Und hier komme ich nicht weiter, oder? Hier komme ich auch. Ui. Wenn das hier offen ist... Na, es ist zu. Schade. Das ist auch zu. Da komme ich nicht weiter. Ja, ich schaue halt so gerne, ob es irgendwo Lücken gibt, wo ich zum Beispiel durchpasse mit Karl-Heinz, weil Karl-Heinz ein bisschen kleiner ist. Aber ich glaube... Nee, da komme ich nicht durch. Da passe ich nicht durch. Das arme PD kriegt jetzt erstmal wieder auf den Poppes. Von... Ihr könnt doch nicht ein Kind einsperren. Also, wenn das Andrea mitkriegt, die wird sich so denken, ich könnte doch so ein kleines Kind nicht einfach einsperren. Oh, warte, warte. Ui, 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 da habe ich jetzt was Gutes. Ja, da habe ich einen guten Spotrad gefunden. Und hier... würde ich dann hier reinkommen. Aber da komme ich nicht mehr zurück, glaube ich, wenn ich hier runtergehe. Soll ich das riskieren hier runter? Schau mal, ich könnte hier runter. Ja, das geht. Zack. Schau dich das an. Getribbelt. Und hier maybe? Kann ich hier crawlen? Was hier unten drunter... Ne, ich pass... Das Problem ist beim Crawlen, du passt halt dann nicht unten drunter. Ne. Ich meine, theoretisch... RP-technisch würde ich drunter passen, wie man sieht, aber... Ne, geht nicht. Nicht in meiner Macht hier runter zu gehen. Wenn ich irgendwie Glück habe, komme ich hier irgendwie rüber. Schau mal, wenn das Tor hier zum Beispiel... Da könnte ich nämlich durchpassen mit Karl-Heinz. Wenn ich Glück habe. Aber hier... Ne, hier pass nicht durch. Das war mit dem Skateboard, haben wir es mal probiert. Mit dem Skateboard habe ich hier mal durchgepasst. Ausbrechen mit Karl-Heinz. Aus dem Gefängnis. Habe ich ein Skateboard dabei? Ich habe sogar ein Skateboard dabei. Ich könnte es probieren. Weißt du, dass die Cops das Skateboard nicht abnehmen? Und hier irgendwie... Ich bin da irgendwie mal rausgesprungen. Außer, ne, hier passe ich dann auch nicht durch. Irgendwo konnte ich mit dem Skateboard raus. Ah, ne. Ah, jetzt weiß ich glaube ich wieder, wie das ging. Ne, mache ich das lieber nicht. Sonst bin ich durchgepackt. Ich will ja eigentlich gucken, ob ich da wirklich so durchpasse als Karl-Heinz. Ich passe da nicht durch. Außer, es gibt irgendwo so eine große Lücke, wo ich perfekt reinpasse. Aber ich glaube nicht. Hä, war es Fluchtversuch? Ich habe doch keinen Fluchtversuch gemacht. Nein, oder? Wurde auf 25,5 Minuten... Ach komm, laber doch nicht. Ich habe doch keinen Fluchtversuch gehabt, Bruder. Jetzt wurde das sogar erhöht bei mir. Ich habe noch 17 Minuten gehabt, jetzt hatten wir 25. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Komme ich hier überhaupt wieder zurück? Ey, ich war doch nicht so weit weg, Bruder. Ich war doch noch fast in der Nähe. Das tut man nicht so. Als hätte ich jetzt Fluchtversuch oder so gemacht. So ein Schmoren. Ach so ein Schmoren aber auch. Ich hoffe, ich komme da irgendwie wieder zurück, dass ich auf der Telefonzelle oder so komme, dass ich das irgendwie erklären kann. Oh, da ist einer. Hallo? Hallo hier vorne. Vor allem 24,5. Dieses Komma hinten dran. Hallo? Hier hinten. Ich komme hier noch nicht mehr rüber, Alter. Ich komme noch niemals hier rüber. Komme ich hier irgendwie wieder rein? Oh, Bruder. Ich komme hier nicht mehr. Wobei, hier. Hier komme ich wieder rein. Okay, ich habe eine Idee. Ich komme über den Zaun hier, komme ich rein. Oh, Gott sei Dank, Alter. Ich muss dem Kopf das erklären, dass ich nicht mehr ausbrechen wollte. Ich wollte das hier nur erkunden, ja. Ich wollte das hier nur erkunden, Bruder. Das war doch kein Ausbruchversuch oder so. Nein, war es nicht. Komme ich hier rüber und dann? Ey, zum Glück komme ich hier wieder rein. Alter, Gott sei Dank. Ich kann wieder in den abgesperrten Bereich, Leute. Ich komme in den abgesperrten... Ja, ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Huch. Ich muss auch was essen gleich, aber ich gehe erst mal dorthin. Nicht, dass der Kopf dann fragt, wo ist denn Karl-Heinz? Dann bin ich gar nicht da. Das müssen wir aber ganz schnell machen. Oh, zum Glück. Ich dachte, ich komme nicht mehr zurück in dieses Ding. Ich dachte, es wäre mir für immer ausgesperrt und komme nie wieder zurück rein. Äh. 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 Run, run, run. Und dann. Hallo. Ich habe gerade Strafmonate bekommen, weil ich zu weit weg war. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe mich ja umgesehen und jetzt wurde meine Haftzeit nochmal verdoppelt. Na wunderbar. Ich habe mich aber nur umgesehen, das ist voll uncool. Aber ich habe mich ja auch schon mal umgesehen. Ich war sogar bis vorne am Zaun und habe keine Strafmonate bekommen. Ja, ich war da hinten am Zaun und auf einmal habe ich Strafmonate bekommen. Ich war sogar schon vorne am Ausgang wieder, wo ich noch im Knast war und habe keine Strafmonate bekommen. Na komm, ich habe mir das nur angeguckt. Das ist eigentlich voll unfair. Ich habe nichts gemacht. Vielleicht mochte der Werther dich einfach nicht. Ich weiß nicht, ich glaube. Hey, grüße. Wie lange braucht der, um das zu klären? Ja, die kommen. Ich habe sie gesehen von draußen. Da war schon Polizei da. Okay. Also ich weiß nicht, ob das die sind, die jetzt herkommen oder so, aber keine Ahnung. Na hoffen wir es doch. Boah, das ist der ekelhafte Döner von dem Polizisten. Bäh. Der war schoßwarm, war der. Schoßwarm. Ja, der hat den aus dem Schoß rausgekommen. Achso, ich dachte, er hat den Poppes gewertet. Neue Temperaturen, Gabi. Wie warm ist es heute? Ja, es ist warm. Wie schoßwarm. Hey. Wer hat es gerade gefunden? Ich kann das alles nicht mehr richtig. Ach, Akito. Man, alle kalt kennen ja, aber schon warm ist man jetzt neu. Na, mir auch. Ist doch genau so, wie das Poppes war. Essen und trinken kommt eigentlich auf die Blacklist, bin ich derselben Meinung. Das gehört an die Stimme. Seid es nächstes betrachten, Verein. Boah, das passt doch fast rein. Wie bitte? Was seid denn ihr für Trachtenverein? Du kannst uns doch schon. Ja, ich weiß, ich wollte dich noch blöd anreden. Ja. Hier ist aber ein Durchgang heute, ne? Da kommen ja ganz viele Leute auf. Wenn du ein Problem damit hast, komm schon jetzt da her und sagst mir ins Gesicht. Komm her, komm genau da her. Das dauert keine 10 Minuten. Das ist immer 10 Minuten. Stopp die Wette gilt. Du hast 10 Minuten, dass du bei uns herinnen bist. Let's go. Ich werde 100.000 dagegen. Wolfi? Ja. Klappt nicht. Ja, immer noch? Ja, nix. Ja, immer noch? Ey, ey, ey. Wurst. Hm. Chubi, Chub, Chub, Chubidi, Chub. Strafenmonate. Das ist 10 Minuten noch länger, ne? Ey, warte mal. Eigentlich braucht ihr jetzt nur der Team Scheiße, weil du holst mich wieder raus, weil du musst ja zum Team meine Zellen runter. Soll ich? Das ist ein ewiges Spiel. Wenn der Karl-Heinz rauskommt, dann ist er wieder scheiße. Bam, und du musst dich wieder zum Karl-Heinz. Ich bin nie enttäuscht. Wie alt ist der? Wie alt ist der? 14. 14. Nee, nicht Karl-Heinz. Tim. Ich bin 16. Der ist sicher auch 14. Na, 16. Du bist noch zwei Jahre alt. Warum bist du denn so groß? Was soll denn die Scheiße? Er hat mal zwei Jahre älter. Er hat immer den Pflanzendinger genascht. Ich lese so groß. Es liegt sicher an den Fruchtzwergen. Ja. Nein, der hat einfach genug Protein-Riegel gegessen und Power-Schein. Der hat nie Fruchtzwerge gegessen, weil du ganz Fritzsacken irgendwie mal alles weggegessen hast. Boah, ich habe jetzt noch 19,5 Monate. Grüzi. Hast du nicht gerade gesagt, die wurden verdoppelt? Ja, ich hatte vorhin schon 17 oder so und jetzt habe ich wieder 19,5. Du müsstest genau so am Fiel haben wie Wolfi. Wie viel hat Wolfi noch? Wie viel hast du noch? Ich glaube, 10. Ja, siehst du. Ich habe noch so doppelt so viel wie er. Ja, ich glaube, da hat ein Beta was gegen dich. Kotzt mich richtig an gerade. This area is under constant civilians. Da bin ich anderer Meinung. Hey, engagiert zum Personenschutz für den Karl-Heinz. Bist du sicher, dass du jemanden findest, der das machen will? Was ist der Sound da für Spindling? Wie kommen die unsere Jungs dafür ab? Boah. Ja, aber du bleibst trotzdem der gesetzliche Form und bist du das Problem? Äh, wenn unsere Jungs da dabei sein, nachher werde ich den Top-Signal genommen. Was kommt denn jetzt schon wieder her? Hey, da knauscht ich's wegen Überfüllung geschlossen. Da brauch ich auch noch mehr rein. Ja, drin sind 50 stinkende Männer und ich bin allein dazwischen. Ja, riecht's nach Schweiß und Käsefuß. Jetzt sieht man doch gerade wieder perfekt, wie das Justizsystem aufgebaut ist. Hier wird irgendwie gar nichts geklärt. Wenn der Marschel mutig ist, dann probiert er jetzt reinkommen. Du, ich hab letztens zum Spaß gesagt, ich hab ein Messer rein. Er hat ja hier direkt alle Durchsuchte, die hier drin waren. Zwischen und Messer, ich bin ja unziger drin. Weshalb sitzt du hier drin? Wegen einem Juve-Raub. Jetzt werden wir Flugleute, jetzt könnten wir Geiselnahme machen, Lorin. Weshalb sitzt du hier? Warte, ich kann dir ja mal versuchte Wort und verlässiges Abfeuern. Cool. Richtig cool. Weshalb sitzt du hier? Weshalb sitzt du hier? Jawohl. Ihr macht alles viel coolere Sachen als ich hier drin. Was hast du gemacht? Ja, ich bin ein Auto gefahren. Moin. Der Beide ist halt auch vorbei. Hallo. Ja, moin. Oh, das ist jetzt keine Karl I, meinte den. Ja, der sitzt jetzt in der Erwachsenenabteilung. Ich will ja nichts sagen, wir können mal bitte in der Ordnung. Der Herr mit den grauen Haaren und das Kind haben beide keine Rechte. Also die wurden hier einfach eingesperrt, da haben sie das für Marschel gesagt, der hier war, wie sie gesagt haben, und der hat es ignoriert. Oder er hat mich interessiert. Und die haben beide keine Rechte. Ja, wie ist ihr Name? Daniel Wolf und Karl-Heinz. Gott, ich... Daniel Wolf, grüße. Ja, seh das. Ja, seh das. Und wir brauchen da Rindbitte noch einen vom Kartell und einen von der Pizzeria, da war immer vollzählig. Schau mal, wie gefüllt es hier heute ist, Alter. Ja, das Auto war... Hier ist ja mehr Lust, als auf dem Hauptplatz. Das war das Schlimme. Das war das Schlimme. Du hättest einfach... Jeder hat dir versucht, nichts zuzunehmen. Hier ist wirklich mehr Lust, als auf dem Hauptplatz, Leute. Ey, die Verfolgung... Bruder, ich guck dich schon seit 2018 an. Ey, Ehre. Bruder, Ehre, seit 2018 dabei. Ja, perfekt. Aber der war wenigstens vorgetankt. Ja, aber trotzdem nichts gebracht, wie man sieht. Ne, der war nicht stehen genug. Ich hatte die ganze Zeit und dauerhafte zwei Kopfs am Hintern. Gibi, setz dich mal auf die Fensterbank und dann drück mal Komma. Ja, dann werde ich da durchglitschen. Ich kenne das schon. Ich werde mich da nicht durchglitschen, lieber Gibi. Worscht, echter Steirer. Mochtest du mit Silksko mit den Hinsätzen und Ausbrechen? Nein. Also, der Herr Reynolds kann in dieser kurzen Zeit nicht nachprüfen, ob das rechtmäßig ist. Habe ich ihm auch gefragt. Das ist ja Schwachsinn. Also, wir haben ja offensichtlich einen 14-Jährigen im Knast. Ja, kann er nicht prüfen. Ihr könnt jetzt im Nachhinein Zivilklage einreichen. Ich habe gerade ein anderes Problem. Meine Haftstrafe wurde verdoppelt und ich habe eigentlich nichts Böses gemacht. Ja, das weiß ich auch nicht. Habe ich den Herrn Reynolds auch gesagt? Da hat er nichts zu gesagt. Ja, ihr sollt jetzt im Nachhinein euch bitte bei... Dann wird das Ganze ermittelt und ihr kriegt dann vermutlich eine Entschädigung von 50.000 bis 100.000 US-Dollar. Cool. Danke. Ich habe ihn auch gefragt. Das ist doch offensichtlich. Sie brauchen sich dann nur wahrscheinlich eine Bodycam vom Officer. Das arme PD, Alter. Weißt du, das PD kann eh so wenig wach wie Karl-Heinz. Jetzt ist er nicht beim Knast drin. Aber hey, Unrecht haben sie ja nicht. Es ist ja ein Kind hier drin. Weil sie selber verbrochen haben oder wegen der als Vormund von Karl-Heinz? Als Vormund. Okay, gut. Dann Sekunde. Ich habe eine Frage auch hinterher. Jetzt bin ich überfragt. Der Reinhard hat gerade gesagt, er kann jetzt nichts machen. Moment, ich hole den nochmal. Ja. Der Karl-Heinz war im Gefängnisbereich herinnen und ihm ist die Haftstrafe vom Gefängniswörter verdoppelt worden, obwohl er nicht außerhalb vom Zaun war. Er war noch herinnen. Ich war innerhalb. Ich war nicht mal außerhalb des ersten Zauns. Ich bin einfach nur herumgelatscht worden und auf einmal hat er bewährte mir die verdoppelte Strafe. Einmal mit Profis. Äh, gut. Da bin ich jetzt selber überfragt. Da muss ich kurz nochmal nachfragen und dann komme ich nochmal. Okay, cool. Hab sie sehr lieb. Danke, dass sie sich um uns kümmern. Irgendwie arbeitet jeder gegen jeden. Also, ich finde den sehr nett, weil er sich um uns kümmert und nicht wegschaut. Ja, natürlich. Aber der Reynolds sagt, ach, da passiert jetzt nichts. Wir brauchen nichts anderes. Platz vor zum Flughofen, kauf von Helion, hol uns hier raus. Ich kann auch einfach einen Flughofen von Helion. So, anderthalb Meter über dem Boden. Ja, okay, so. Ja. Warum habt ihr alle so coole Outfits und ich sehe aus, hätte mich bei der Mama eingekleift. Was ist denn die Scheiße? Da sieht man, die haben im Gefängnis nicht mal richtige Kleidung für mich gehabt. Die haben irgendwie so, siehst ja aus irgendeiner alten Schublade, so alte Kleidung von irgendeinem Kind rausgezogen. Wie du siehst, achtet das Gefängnis oder so nicht auf dich, sonst hättest du auch keine verdoppelte Strafe bekommen. Oder wärst du überhaupt nicht hier? Ja, die mögen mich nicht. Dann hast du ja was verbrochen. Nicht viel verbrochen. Also, das ist tatsächlich das Erste, aber dass ich wirklich unschuldig im Knast sitze. Das muss man jetzt mal echt festhalten. Das ist das Erste, aber dass ich nichts da habe und da drinnen sitze. Ja, ja, du hast dich angenommen. Ja, trotzdem. Du, Wolfi, ich hätte nie gedacht, dass ich von dir höre, dass du unschuldig im Knast sitzt. Das habe ich mir noch nie gewartet. Real talk, ja nicht. Wegen mir. Der arme Wolf, der muss das jetzt mitmachen. Er wurde mit reingezogen. Ah, der arme. So. TK1 habe vergessen, ein Foto auf IG zu schicken. Instagram ist leider sehr problematisch. Da sehe ich sehr wenig. Am besten markiert mich auf Fotos, wenn ihr irgendwas hochladet, weil ich gucke eher auf Instagram markierte Fotos durch. Weil DM immer sehr full ist. Na, Pizzeria. Lex und der Pen ist auch noch dabei. Moin. Der Pfandflaschen-Sammler ist wieder da. Danke. Danke für 5 Euro Pfand, den du hier reingeschaltet hast. Vielen Dank. Können Sie jetzt bitte ein Heli nehmen? Legend, I'm Gott. Peter, danke für 5 Euro. Dankeschön. Jonas Freimut danke für 5 Euro. Vielen Dank. Warum haben wir einen guten Heli-Pedro-Therapie, anderthalb Meter über den Boden schwimmen können? Und Free you, 0,0. Danke für zu eurem Euro. André Stalik, auch Gewiesab. Dankeschön. Ich habe Antworten. Was los? Dann ist der auch wieder da. An den Herrn Wolf, oder allgemein jetzt, dass sie keine Rechte verlesen bekommen haben, können wir jetzt aktuell nicht ändern. Da müssen sie eine Beschwerde gegen SPD einreichen, beziehungsweise eine Klage dann. Sehr willkommen, ja. An den Karl-Heinz, dass du zu nah an den Zaun gekommen bist, ist Pech-Sache. Das kann als Ausbruchsversuch gegolten werden. Und deswegen können wir dagegen leider nichts tun. Wow, cool. Wow, ey. Ist das wahr, wenn er jetzt innerhalb von den Gefängnismauern befindet? Das ist leider der Hefter, der das als Ausbruchsversuch wertet, weil der zu nah an den Zaun gekommen ist. Ja, okay, aber was ist, warum muss ich mit so alten Menschen, Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht beleidigen, warum bin ich mit so alten Menschen drin und ich bin 14? Müsste ich nicht in den Jugendknast oder so? Weil es, glaube ich, keinen Jugendknast im Staat gibt. Ja, aber da müssen sie sich drum kümmern. So Einzelzelle oder so. Die Besten einmal mit dem PD einschweren. Stimmt, so Einzelzelle oder so. Das ist was, was sie mit dem PD klären müssen, nicht mit mir. Mhm. Genau. Aber soweit ich weiß, bringen doch die Marsch ist ihnen hierher. Ja, das ist richtig. Eigentlich müsste man, wenn man die Jugendstrafen hat, muss man doch auch abgehärtete Strafen haben, die so lange sind eigentlich, oder? Eigentlich schon, da gibt es ja eine Jugendstrafe für. So, ich bin fertig, ne? Ich wünsche euch was, ne? Tschüss. Mann, jetzt muss ich länger drin sein als du, das ist voll unfair. Mir war auch die. Ja, trotzdem, voll unfair. Ich hab nix gemacht, das ist voll doof. Jetzt riecht's ja auch noch nach Käsefuß und nach Schweiß und nach Kippen auch noch. Dann hol ich mal meine Erdbeer-Vape raus. Hallo. 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 So. Hallo. Hallo. Müsstest du nicht gleich raus sein? Ja. Ja, im Monat noch. Ja, der Justin ist auch hier. Ja, dann hab ich noch zehn. Das Lustige ist sogar Komma-Fünf. Zehn Komma-Fünf-Monate hatten wir jetzt noch mal berechnet. Den haben wir jetzt noch gegen die Wand gesetzt. Mit über 400 Sachen. Baby, I like yourself. Eigentlich kann ich ja Spiele spielen hier drin, ne? Ja. Ohne SIM-Karte, cool. Dann spiel ich ein Spiel. Ja, solange es ein Internet ist, was ein Handy... Ich hab's ja schon davor runtergeladen. Ich brauch's ja nicht nur mehr runterziehen. Ich hab's ja drauf. Na, dann kannst du's ja spielen. Dann spiel ich ein bisschen Doodle-Jump. Alles gut. Ach, nee. Sollt's ja auf der Mitte gucken, wie ich Doodle-Jump spiel. Krasses Gameplay. Werbung. Oh, nee, da unten die Werbung weg. Zack. Das ist der Sound auf der Spende. Konzentriert. Ring. 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 Jo, mach das. Ring. 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 Ja, ich hab mich jetzt extra so hingesetzt, dass ihr da mitgucken könnt. Jetzt habt ihr einen riesen Hund vor euch. Ja. Krasses Gameplay, oder? Warten wir auf den Herrn. Spiele ist ein bisschen laut, ne? Aber egal. Ich kann's da nicht leider stellen. Alter. Oh, nee, da unten war's schönes gewesen. Egal. Chip, 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 chip. Der Boodle-Jump hat immer so oft gespielt am Handy. Ich hab's geliebt, Alter. Ach, Mann. Oh. Jo, durch. Alter, war das grad knapp. Alter, war das grad knapp. Huch. Boah, war das grad knapp. Habt ihr das Loch gesehen? Ich hätte jetzt drauf gehen können. Oh, nee, bitte. Oh, perfekt. Oh, wieder ein Loch. Dauert mich die meiste Zeit nämlich raus bei den Löchern. Huch. Und? Ja. Der Dudel-Jump-Profi heute. Und so konzentriert gerade, dass ich meinen Rekord mal knacke. Oh, jetzt juckt die Nase. Oh, nee. Immer dann juckt was. Das ist immer so. Voll konzentriert. Komplette Konzentration ist da bei Dudel-Jump. Das ist der Sound auf der Spende. Nein. Ach, nee. Aber hey, noch ein Rekord. Ich hab ihn geschafft, Leute. Ich hab mir noch ein Rekord geknackt. Dudel-Jump-Rekord. Ja, danke, Robert. So, was haben wir noch Schönes? Wir können auch von hier oben. Von hier. Von hier. Oder also von so. Da kann ich auch mitgucken. Wir haben noch Games. Dieses Tic-Tac-Toe, wo ich immer abkratze, jedes Mal. Wo wieder keiner gewinnt. Oh, nee. Ach, was? Oh mein Gott, bin ich blind. Wie kann man so blind sein, Alter? Wie kann man so blind sein? Ich schau von oben zu. Vielleicht konzentriert mich so besser. Das ist nicht deren Ernst, dass die ein Kind hier einsperren. Hä, was war das denn jetzt gerade? Was ist passiert? Hä? Okay, keine Ahnung, was das vorhin war. Warum steht da Player 2? Hä, was? Bin ich jetzt dran? Oh! Ah, Spiel 2, statt Computer. Ich will mit dem Computer spielen, hallo. Ich möchte doch mit dem Computer spielen. Na, egal. Ach so. Das wollen sie nicht wissen. Das ist der Heckmann. Das wird ihm noch mehr Rechte verlettern, aber ja. Oh, ne. Ich kann schon wieder die steuern. Ah, jetzt. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Nein, ich bin so trottel, ich habe mich verdrückt, ich habe mich verdrückt, ah. So. Oh was, ich darf weiter spielen, okay. Das gute alte Pac-Man. Oh nee, Bruder. Ist der nach oben? Ach, geschafft. So, Level 2, Pac-Man. Ich muss mal unten die ganzen Sachen holen. Oh, da kommt er schon. Schau. Ja, die dann schneller, wenn ich die sich einsammeln eigentlich? Eigentlich schon, ne? Oh, nö. Ist Level 2 einfacher als Level 1? Was soll denn das? Level 1 war viel schwieriger als Level 2. So, noch eins. Level 3. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö, Bruder. Oh, nö. Ich bin, ja. Perfekt. Ein Herz habe ich noch, aber dann war es das. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Bitte nicht abkürzen. Warum nehmen die mal die abkürzen? Ist das so unfair? Jetzt aber. Jetzt habe ich euch. 200 Punkte, 200 Punkte, äh, 400 Punkte, was das getan hat. Oh, nee, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, uh. Ah! Müsse durch, müse durch, müse durch. Oh, Alter, es geht sich niemals aus. Oh! Oh mein Gott! Ja! Ja! Gewonnen! Ja! Ey, Peckball macht so Fun eigentlich, ne? Ist so ein altes Spiel, das macht immer noch Bock. Oh, jetzt habe ich mich gerade verfahren. Perfekt. Und ich mache denselben Fehler wie vorhin. Oder auch nicht. Was ist das für ein Sound? Einen Apfel da oben, oder was? Oh! Okay. Oh, nee, Bruder. Och, nö. Aber einen jetzt habe ich noch, oder? Einen habe ich noch? Ja, einen habe ich noch. Das ist aber sehr schlecht, weil hier unten habe ich keinen Dings mehr. Ja, die... Oh, Alter, war das knapp. Huch! Wenn ich jetzt schaffe ich das? Ja! Gewonnen! Ja! Alter, wie viel denn Level bin ich denn? Das ist ein neuer Rekord bei mir. Leute, Pac-Man, ich ballere richtig durch hier. Oh, nö, oh, nö. Oh, jetzt haben sie mich eingebaut. Mhm. Oh, war es das jetzt? Ja, ich habe verloren. Wobei stand noch One-Up. Der sitzt ja... Egal, mein neuerster Highscore war das jetzt. So! Ach! Ah, das ist grad schön. Bisschen Pac-Man gespielt, bisschen Dings jetzt... Schau mal, wie schnell das jetzt verging. Nur noch 0,5 Minuten. Von 8 Minuten. Ich habe das nicht mitbekommen gerade. Ich frage immer, das ist unser Rechtsstaat. Das habe ich vorhin auch gefragt, ja. Die sagen dir dann, äh, äh, ja, äh, das war's. Ein Argument von denen würde ich mal gerne hören, warum die Karl-Heinz da in den Klas stecken können. Guten Tag. Moin! Na, bloody? Na, immer? Okay. Äh, Tacher, wegen den Chatregeln. Äh, da habe ich eh schon mal was geschrieben vor kurzem. Da habe ich letztes Mal mit dem geschrieben drüber. Oh, die hat aber jetzt Spaß. Die haben richtig... Ähm, wegen Schreiben. Ich werde, ich werde... Ich glaube, wir sollten uns als Mods so ein bisschen zusammensetzen. Die Mods mal zusammensetzen wegen neuen Chatregeln oder so. Wäre ganz gut. Oder vielleicht neue Blacklist-Wörter auch. Wäre auch ganz gut. Entlassung minus 0,5. Ich glaube, das hat sich jetzt aufgehangen, ne? Jetzt gibt's den Minuswert. Weil der muss auf Wert 0 sein. Jetzt muss mich wieder entlassen. Äh, wir haben ein Problem. Welches? Deshalb, weil ich, ähm, mit 0,5 eingesperrt wurde, komme ich jetzt auch nicht auf 0,0. Jetzt bleibe ich hier drin und jetzt geht da ein Minus. Uff. Also mich müsste jemand so rausholen. Ja, warte kurz. Mach ich gleich. Dann bleibe ich hier drin. Stehen für immer. Ach du Scheiße. Warum kannst du nicht zu... Warum kannst du nicht zu... Warum kannst du nicht zu... Ja, aber eigentlich gibt es minus 0,5 gar... Also 0,5 gibt's ja gar nicht. Jetzt bleibe ich hier für immer drin. Wenn jetzt keiner kommt, der muss... Es gibt keine Minusminuten. Das ist, weil das Script nicht, äh, berechnet, der rechnet auf 0,0. Da müsste sein, ist kleiner als 0,01. Dann würde es funktionieren. Aber gut, dass ich den Bug jetzt auch gesehen habe. Auf 3,0 gefixt. Boah. Ach stimmt, bei 5.000 Likes Pfoten zeigen. Schöner war ja was. So, perfekt. Das ging aber ganz schnell und tutig. Wer da jetzt anhalten kann, der hat sich jetzt schöne Pfotenbilder geholt. Schaut sie voll vom Sandwich, dann holt ihr eine Pizza. Pizzeria da Pomodori. Da gehen wir hin. Ja, Leute, lasst mal ein bisschen Liebe, dass wir jetzt hier endlich rauskommen und jetzt sogar in die Minusminuten gehen. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das zu Problemen führen wird mit der Kommastelle. Aber, ja. Ah, schau, Xinsglock 19 ist auch wieder am Start. Genau, weil im Script müssten wir umschreiben, ist kleiner als, ähm, ist kleiner als 0,01. Das wäre dann alles, was unter dem Wert wäre. Oder, ähm, was auch gehen würde, ist gleich 0,0 oder alles, was drunter ist. Also alles kleiner als das, als der Wert. Ja, Dickson hat irgendwen angefahren. Das ist die Abfrage natürlich falsch. Aber er war auch wieder schnell. Wenn ich hier sogar so einen fetten Bug reinbekomme, ne, bekomme ich nicht. Das oben ist das Scene-Menü, was schon seit Jahren alt ist. Das müssen wir eh auch ersetzen. Na, warten wir mal. Mich haut es in Löcher immer rein und nicht raus. So. Atrois Lurke überkommt, beinahe einen kleinen Mann verpasst. Bin aber jetzt da hoch. Schönen Tag hier. Ah, weißt du, was das Geile ist? Schau mal, ich, der Counter geht nicht mehr weiter. Aber ich bin hier immer noch drin. Und wir holen Homeland. Ja! Ist ein Fall für Homeland, weil es ein Bug ist. Homeland-Fall. Genau. Oder, ähm, kleiner als ist gleich. Dann sind nämlich beide Werte richtig, ne? Also, wenn es gleich 0,0 ist oder kleiner als 0,0. Das meinte ich vorhin. Also, ein Wert ist gleich kleiner als oder so. Das wäre dann die Klammer. Also, die Klammer, die kleine, ist kleiner als. Und das Gleichzeichen, genau. Das geht auch. Hilf bekommt schon. Perfekt, cool. Ja, weil meine Zeit läuft jetzt gar nicht mehr ab. Das ist ganz lustig. Ja, ich warte, ich hab schon Hilfe bekommen. Warte mal, Karl-Heinz, komm mal bitte hier an die Scheibe und drück mal deinen Personalausweis gegen die Scheibe. Aua! Sonst kann der dir nicht helfen. Äh, okay. Also bekommt? Ja. Hallo. Karl-Heinz steht auf der Presse. Auf dem Personalausweis steht Karl-Heinz? Ja. K-A-R-L leer. H-E-N-Z. Sekunde, ich hab mal nach. Ja. Okay Karl-Heinz, jetzt kriegst du doch die Tüte Chips. Ganz blöd. Die ganze Aufregung. Ich bleib jetzt hier für immer drin, halt das Gefühl. Danke. Karl-Heinz. Und eine Mädchen nachdenken. Das würde ich mich brauchen, wenn ich für immer drin bleiben sollte. Ja. Das ist egal, wenn ich sowas. Erstmal anklagen, weil es nicht funktioniert. Ganz kummel. Ah, cool. Ah, da haben wir uns. Sehen sie. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. So, dann kann man fahren. Perfekt, cool. Da fahren wir. Tschau. Tschüss. Servus, schönen Tag. Boah, jetzt habe ich dieses ekelhafte Outfit immer noch an. Das ist so ekelhaft. Tja. Ist das unsere Limousine oder gehört die bei einem anderen? Ja, das ist unsere. Boah, die sieht aber ganz schön spacig aus. Hab ich da rein? Sicher darfst du da rein. Boah, cool. Schnapsempfang oder was das ist. Was ist das? Was ist denn das? Oh, du willst werden. Komm. Nö. Äh. Ich glaube, eigentlich heißt das Sekt. Cool. Boah, cool. So, solltest du dich auch hinten einschränken können? Wo darfst hingehen? Boah. Okay, eigentlich solltest du dich auch hinten einschränken können, oder? Ja, kaum. Sechs Leute, 3DA. Ähm, eigentlich schon. Eigentlich ja. Nö. Ja, nicht wenn auf... Warte, warte, warte. Bleib schlinisch da grau. Ohhhh. Ohhhhh. Jetzt kann's ja wieder gestalten. Perfekt. He, ich wollt Vince gleich mitnehmen hier. Der ist die zumalstammesgemäße Aufholung. Denzu, la Ferrari, Black Series. Ja, ich will sagen, hol mal den LKW ab. Wo steht der? Markierst du im Navi? Ja, ich weiß nicht, wo die ihn hingebracht haben. Achso. Wir haben ihn wahrscheinlich abschleppen lassen. Wirklich? Da brauch ich ein neues Kennzeichen, weil das Ding nicht so auffällig ist, weil man sieht nicht rein. Ein Kennzeichen kann ja da geben. Cool. Weil ich wollte heute eigentlich meine Arbeit machen und die haben mich nicht gelassen mit dem LKW, ist halt ein bisschen blöd. Man ist halt echt schwer mit 14 Jahren Geld zu machen. Das ist verständlich hier. Ich war heute Rasenmähen und hab nur 50.000 für bekommen und ja, ist natürlich schwer. Da hat sich dein Autoverkaufschuh, dein Spritzverkaufschuh mehr rendiert. Mhm. Nur 50.000 für Rasenmähen ist doch ein Superpreis. Jetzt kann ich mal im Schatz mal in die Augen gucken beim Autofahren, was soll man denn nicht da abwechseln? Das stimmt, ja. Ja, Igor, sammle die ein. Los geht's, los geht's. Endlich draußen, Leute, endlich. Ja! Die Frage ist, wo krieg ich jetzt meine Sachen wieder, weil der hat mir die Sachen abgenommen. Welche Sachen? Ja, meine SIM-Karte, mein Akku. Hast du gar nichts mehr? Ja, der hat mir ja alles weggenommen. Meine SIM-Karte und Akku hat er mir weggenommen. Achso. Ich mein, das muss ich halt neu kaufen. Stimmt, ja. Soll ich meine SIM-Karte drüben beim Shop und so, aber... Galerie kriege ich sicher. Achso. Können wir noch ganz kurz in Kleiderladen, bevor wir schlafen gehen? Ist das okay? Was? Noch kurz in Kleiderladen, bevor wir schlafen gehen. Warum schlafen gehen? Ja, ich dachte, wir legen uns zum Nix stehen oder nicht? Achso, okay. Ja, komm mal auf. Sorry. Cool. Schlaft ihr zusammen in einem Bett oder wie? Ja. Achso, erstmal SIM-Karte jetzt? Boah. Das musst du gerade eins sagen. Warte mal. Ja, ich brauche eine SIM-Karte. Oder wir fahren zum PD und fahren nach der SIM-Karte oder so. Keine Ahnung. Letztens hatte ich... Ich habe noch zwei dabei. Kann ich dir im Abschluss hochgehen? Okay, cool. Also, ähm... Das heißt, ihr bekommt einen Baby-Ball oder wie? Nee, nur weil wir zusammen in einem Bett schlafen, bekommt man die Karte. Vielleicht zum Baby. Ich habe gehört, da reicht Küssen aus, so. Oder war das doch Herpes? Ah, ich glaube, das war Herpes. Hä? Nee, ich habe gerade gedacht, man kriegt Babys, wenn man sich küsst, aber das war doch Herpes. Okay. Ja. Hast du genug Bargeld mit? Ich glaube schon, doch. Mal gucken. Warte mal, ich gebe dir kurz die SIM-Karte. Oh. Ich schaue, ob der da drin... Nee, der ist da nicht drin. Dankeschön. Das nächste Mal. Ich glaube, da müssen wir woanders hin, weil da finde ich ihn nicht. Versicherung. Versicherung? Ja, einfach mal Versicherung. Oder die haben den stehen lassen, weil sie nicht... Ja, dann lass erst da gucken. Versicherung. Versicherung. Ja, weil die haben den da oben, warte. Äh, das war... Äh, hier muss das gewesen sein. Und ich fahre noch einmal zuerst da hin. Auf geht's! Vollgas durch die Straßen von L.A. in einem gepanzerten Maybach. Er ist doch gepanzert, oder? Jo. Ja. Sollte. Müssen wir mal testen gleich. Die Polizei muss immer alles kaputt machen. Ich hab... Ich hab grad erst angefangen, mit einem Fahrzeug zu fahren. Aber ich glaube, da hat irgendwer angerufen beim... Beim PD, dass ich damit fahre, weil unten so viel los war. Und die haben auf mich gewartet dort. Die haben dort gewartet, bis ich dort hinkomme. Marsch. Die haben mich abgefangen. Irgendwer hat gesnitcht. Aber ich hab einen Führerschein, also eigentlich dürfte ich doch, oder? Ja, dann muss ich halt nächstes Mal da stehen bleiben. Ja, ich weiß ja nicht, ob der... Weil den anderen Autoführerschein sagen sie das ungültig. Warum auch immer. Ah, da steht er, guck! Da steht er rechts hinten. Aua! Das wir jetzt nicht dazu. Sehr gut, Igor. Die haben den aber umgestellt. Der stand vorm woanders. Also wenn's der ist jetzt. Aber ich glaube, das ist er. Äh... Ja, das ist er. Das ist er, das ist er. Ui. Den haben die... Einmal stehen lassen. Cool. Danke. Cool, die fahr doch am besten gleich mit. Der war sogar offen. Boah, cool. Oh, der Tank ist leer. Kluck, 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 kluck Wo sind die jetzt hin? Wo sind die jetzt hingefahren? Hallo? Was geht denn jetzt ab? Wir haben noch keinen richtigen Termin. Der hätte heute sein sollen, aber der Anwalt hatte keine Zeit heute. Deshalb mussten wir den verschieben letztes Mal. Sie rufen aber nicht die Polizei, oder? Ich hatte vorhin schon ein Gespräch mit denen. Die waren nicht so amused. Ich war nur ein bisschen verwundert. Warum waren sie verwundert? Bitte? Warum waren sie verwundert? Das sieht man nicht oft, so ein kleiner Junge mit einem LKW. Das ist seltenes Bild. Das sieht man nicht oft. Gut, man sieht sich. Hey! Ja! Hey! Ja, wenn er da parkt, ne? Passiert halt. Kann halt passieren. Wir brauchen alles Kennzeichen. Hat er mit dem Kennzeichen zugesteckt? Ne. Oh, ne. Ich brauche ein Kennzeichen. Warte ich den Nummer an. Hey! Hey! He-hey! Toll! Äb nicht ab. Ich brauche ein Kennzeichen eigentlich. Ja gut, dann fahren wir weiter. Schlingel. Hallo Hallo, was ist los Karl-Heinz? Ich brauche ein Kennzeichen Ja, schick mal deinen Standort, ich komme gleich vorbei Okay, tschüss Tschüssi Der sieht halt schon frisch aus, ne? Warte, ich muss das anders machen So, jetzt aber Oh, mein Blinker ist abgefahren rechts, guck Ich habe den Blinker abgefahren, das ist nicht gut Oh, ne, da ist das Ding auch kaputt Ein Werkzeugkasten wäre nicht schlecht Ja, gut, der ist jetzt ein bisschen kaputt, egal Können schlimmer sein Ja, warte, hinten doch Blinker Wo hat der hier Blinker? Ich sehe mich die Blinker hinten, aber die sind nicht da Den müsste man nachrüsten, den Blinker bei dem Auto, glaube ich Hinten hat er die Blinklichter dran Kann man hier einfach Kann man hier einfach reingehen? Wait a second Oh, hier links gehen, ne, ok Hier steht so ein bisschen drin Ja, ne, ist gut Also hier kann man sich so Also so reingehen und gucken Man kann da aber schon ein bisschen reingucken, schau Ach, da ist so ein Rundumblinker, der geht richtig rundum, guckt Man kann hier sogar den Motor sehen Ah, das Ding ist halt schon nice, wie man schon sagen, ist schon ein nice Teil Ja, dann warten wir hier auf den Ah, da kommt er schon Hast du zufälligerweise einen Werkzeugkasten dabei? Muss ich hören Weil der Blinker ist kaputt vorne rechts Geh hör mal Hm? Da hast du schon mal das Kennzeichen Perfekt Werkzeugkasten Schöp Schlecht das Aber das heißt, das ist jetzt echt meine Mama so gesehen, ne, die Genau, ja Eigentlich voll cool Hat irgendwann noch von euch ein Werkzeugkasten, die ist gerade in der Nähe noch von der Stadt Ich mach mal das Kennzeichen dran Gehen wir noch bitte her Not Karl, so gutes Kennzeichen Karl? Ja Hast du ihm eigentlich schon mal Danke gesagt für heute? Nö Mach das doch mal bitte Ne, mach ich nicht Wie, ne? Nö Schau mal, du wirst jetzt noch da drinnen sitzen, hätte er das nicht eingewürdigt und wäre mit hier reingegangen Ne, ich mach das von mir selber, es gibt ein großes Dankeschönsgeschenk Okay, alles klar Ich bin gespannt Pfff Danke, Robert Werkzeugkasten, die sind zwei Kilometer da Oh, Schau Danke Bitteschön Ich wurde gezogen, dass ich von ihr Danke sage Nein Soll ich hier ausrichten Weil sie gesagt hat, sonst will ich jetzt für mich doch im Ding sitzen Nein Aber warte, ich hab gesagt, ich mach ne Show für euch Genau, du hast gesagt, du machst was Besonderes wegen Dankeschön, Dankeschön, du bist der Beste, Dankeschön, Danke Wolf, Danke Wolf, Danke, Danke, Dankeschön Wegen dir bin ich hier und das gefällt mir auch sehr sehr, wusstest du, Wolfie Wolf, das ist nämlich eigentlich ein Tier So, cool, danke Ja, ist schon süß Ich hab mein Bestes probiert, ich hab mein Bestes gegeben, mehr war nicht drin, ich hoffe, das passt Warte, danke, Dankeschön Das ist sehr cool So, aber den bezahl ich Nein Was kostet Nix Für dich kostet er nichts Dankeschön Ich kann auch nichts dafür, aber die Polizei hat den so kaputt gemacht, ich hab nichts dafür gekonnt Ja Ich glaub, die Polizei hat uns gesucht, John Danke Na gut, dann Karl-Heinz, pass auf dich auf, weil wir gehen nicht schlafen, gell? Ja Ich pass auf mich auf, so gut ich kann Gute Nacht, Kleiner Gute Nacht Ciao Bis morgen früh oder morgen am Abend Drum bleib ich noch da, weil der Kopf gerade vorbeifahrt Und wenn der Kopf jetzt irgendwas sagt, sag ich, ich fahr mit der Melkradie weg Ja, ja, du fährst auch damit weg, damit es legitim aussieht Na, die Kopf tränen schon Ja, ja, ich, wir reparieren dann nur Warte mal, so Verstehe Reparatur Verstehe Reparatur Und so Perfekt Siehst du, wieder wie neu Perfekt Nach Forma Alles gut, er fährt, ich fahr nicht, ich hab nur repariert Du musst sowieso zu den Docks runter, oder? Ähm, ja, muss ich Aber die werden jetzt sicher sehen, dass wir dorthin fahren So, nur mal Richtung Docks mehr nach Schau die Cops Haben sie gesehen, wie die direkt angehalten haben und anhalten wollten, weil ich eingestiegen bin Wollten die jetzt schon wieder richtig ans Bein kippen Natürlich wollten die man ins Bein pissen Und der fährt jetzt sicher zu den Docks und wartet, bis ich dort wieder wegfahre Wir müssen das Fahrzeug umlackieren Ja, das liegt halt ab Was haltest du vom Kennzeichen, hast du schon geguckt? Cool, ja, hab ich gesehen, ist echt cool So merkt man nicht, dass ich da drin sitz Bestimmt, ja Not kalt Hauptsache, der darf Der Rocket 1970, wann kommen die Streams mit Mr. Focus Das haben wir auch schon mit Marco Befurter schon vorgerissen, jawohl Ähm Ja, vielen, vielen Dank Auch Körtel, äh, Körtel vielen Dank für die donation Vielen Dank für die Bühne Ich glaub nicht, dass es funktionieren wird, aber ich werd's probieren Ich glaub nicht Nee, ich glaub, der wartet hin an der Ecke, aber ist egal, ich krieg das schon hin Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Das ist aber nicht unser Ach, ich kann Wolfi's Stimme, ich kann den Dialekt nicht Wolfi hat so einen eigenen Dialekt und so eine eigene Stimme, wie soll ich denn das hinkriegen? Ja, das sind's aber selber schuld, boah ich kann Ja, das sind's aber jetzt ein bisschen selber schuld, wenn's da jetzt im Stau stehen Das ist nicht unser Problem Ach, ich kann nicht, ich kann Wolfi's Stimme nicht Ja, toll, also wenn ich mich jetzt anhalte, hab ich ein riesen Problem Reifen sind scheiß rausgefahren Jo, glaubens nicht, dass das... Ach, Alter, Wolfi Weißt du, das ist auch so schwer, Wolfi's Stimme... Weißt du, genau bei Wolfi ist es so schwer, die Stimme nachzumachen Bei anderen wär's vielleicht einfacher, aber das ist halt echt jetzt ein bisschen blöd für mich Aber das ist eine gute Idee, oder? Das ist jetzt schon mal ein bisschen blöd Ja, ich kann das nicht Das ist so, Wolfi, so ein Mischmasch aus allem gefühlt Wieder gegen die Einbahn bringt sich wieder die Cops auf Dann hoffen wir, dass wir nicht mal angehalten werden Aber ey, die Cops, wenn sie so denken, so blöd, kann ja keiner sein Was Karl-Heinz hat zwar gemacht, aber ich will doch nur mein LQW fahren, das möchte ich halt wirklich nicht Den ganz mal meinen LQW-Job machen Auf ganzen Spantorino Schau mal, was ich jetzt krieg, wenn ich hier Kommt man bekommt beim Job mehr Ich hab ja schon ein bisschen was Guck mal, 10.000 gehört schon hier Schnelle Jobs und Warum gibt's jetzt wieder LQW bereit? Das gibt's doch gar nicht mehr Das haben sie doch weg gemacht Den Slot müssen sie komplett weg machen eigentlich Schau mal hier Kann ich den machen für 12.000? Nee Skills, Frachtdistanz Ich sehe 12.000 Dollar Geil Ein 12.000 Dollar Job, da bin ich voll dabei Machen wir jetzt das Gefühl, jetzt kommt gleich ein Cop und guckt was hier ist Als cool, wenn das nicht passieren würde Was haben wir denn für einen Anhänger jetzt bekommen? Wir haben, sage und schreibe Ah, eh wieder so ein Anhänger passt Auf entspannter Reno, Bruder 8 Kilometer 12.000 Dollar Das ist echt ein guter Preis, den man hier kriegt Also hier verdienen sogar mehr als wenn ich Ja gut, ist klar, ich fahre einen eigenen LQW 100.000 Dollar habe ich für einen LQW ausgegeben Sogar bisschen mehr wie mit dem Tuning Und schauen wir mal Und mit dem Kennzeichen Nordkarl sollten wir relativ gut wegkommen Ja Bestes Kennzeichen, den es wohl gibt So, einmal links rein da Ja Auf ganz entspannter Reno Und rechts, ja Ja Tüte auf, Tüte auf, Tüte auf So, dann machen wir die Tüte auf Die Tüte auf, ja die geht auf, perfekt Ich will nicht hängen bleiben, weil ich hier bleibt zu schnell mal hängen Und auf geht's Warte, wo ist denn unser Ort? Unser Zielort ist Ah, Sandy Shores, der direkt um die Ecke Leute, das geht immer schnell hin Auf nach Sandy Michi, schenkt doch Wolfi ein Smart Das stimmt eigentlich Ich müsste Wolfi echt mal geschenkt machen als Karl-Heinz Irgendwas Oder irgendwas Ich weiß nicht Ein Sportwagen irgend so einen, den er vielleicht noch nicht hat Ein Smart hatte er sicher schon Rämsen könnte aber auch General überholt bei der Kiste Ich kann mal erzählen, dass ich hier rot bin So Weiter geht's die Fahrt Wir brauchen echt einen L Ja, wir haben aber keinen LQ-Funk bis jetzt Das ist das Problem Wir haben keinen eigenen LQ-Funk Vielleicht Gibt's schon einen intern, von dem ich nichts weiß LQ-Funk technisch Aber Wir bräuchten echt vielleicht auch einen Job LQ-Fahrers Job Den man sich auswählen kann Einfach, dass es da steht Statt arbeitslos, wisst ihr Truckerfunk Gibt's, gibt's echt mal? 5 Gut, das wäre jetzt aber Meter, wenn ich das jetzt machen würde Aber es gibt in real life einen Truckerfunk Mit 5, 6, 5 Aber ja, wer halt Meter kann ich leider nicht machen Muss ich mich selber informieren, ob sowas gibt Und das denke ich ja gerade auch gar nicht Ob man dann den Unterboden einbauen kann in den Truck Das wäre schon geil Aber eins fällt mir auf Mir kommt vor, dass der Truck hier sehr viel Benzin zieht Ne, ich muss dauerhaft tanken gefühlt Also nicht so gefühlt Schau mal, ich bin schon wieder halber Tank leer Und ich bin nur von dort nach da hinten gefahren Also mir kommt vor, der ist ein bisschen Ja, hungrig Kann mit der Werbung gab, habe ich nicht gesehen Dann wäre es halt Meter, sogar ich das nicht selber sehe Mit dem Truckerfunk dann, ja Na, zum Glück ist der nicht hinter mir her Na, zum Glück ist der nicht hinter mir her Zum Glück, alter Oder doch Ne Boah, die Bremsen können halt echt besser sein von der Kiste Wirklich, die sind echt schrecklich So, hier vorne fahren wir links Blinker ist gesetzt, jawohl Das erinnert mich echt an so Euro Truck Simulator Sehr viele haben gesagt, sie sollen mal spielen Euro Truck Simulator Aber ich muss euch sagen Ich finde es in GTA geiler Im RP, weil du halt RP spielst Im Euro Truck Simulator hast du ja kein Roleplay So, ist das was ich meine Und hier hast du halt so ein bisschen RP Kann es angehalten werden von den Cops Wobei ich glaube, du kannst auch Im Euro Truck Simulator angehalten werden von den Cops Aber du kannst ja nicht aussteigen und so Zeug Also ich finde halt Im RP, ich glaube auf 3.0 Werden wir uns ein bisschen auch drauf fokussieren Dass es halt LKW-technisch ein bisschen mehr Auswahl gibt Vielleicht Der Job ein bisschen mehr erweitert wird Mal gucken, ne Das wird ihn einfach so ein bisschen ausbauen Ich finde den LKW-Fahrradjob schon geil Schau bitte besser auf die Werbung Ja, sorry, aber wenn ich halt gerade Vor allem Chat gerade mal vorlese Oder ich lese den Chat ja auch so ein bisschen mit Oder guck Donis durch Und da bin ich schon froh, dass ich das unter einen Hut bekomme Und RP spiele und mich auf die Straße konzentriere Das ist halt sehr schwer mich auf Werbungen unten links zu konzentrieren Die da drin stehen Ist halt leider legend so Aber ich finde schon so, finde ich das richtig ganz im Fahren Weil mit der Schnauze vorne Du bist ja auch ganz entspannt und gechillt Tuckern wir dahin mit unserem LKW Okay Das ist schon schön Also Jan, mir geht's gut Ich hoffe, dir auch vielen Dank für 10 Euro Donation, vielen, vielen Dank Ich sage, ich hoffe, dir geht's auch gut, lieber Jan Oder jetzt mit Was jetzt auch geil wäre, mit Lenkrad fahren Es gibt ja auch eine Lenkradmauer von diesem Kopf Uiuiuiui Ich hoffe, der turnt jetzt nicht Wenn er jetzt turnt, habe ich ein Problem Der kommt vor, der steht da vorne Oh, da unten in die Fahne weiter Perfekt Steht ein Traktor auf der Teststecke, guck Und das ist ein High-Speecher Aber wir sind ganz unauffällig dran vorbei So, 130 ist hier Rechts fahren wir Rechtsfahrgebot haben wir zwar nicht in den USA Aber egal Ich fahre trotzdem rechts, damit die Leute schön überholen können Und ab geht die Luzi Mit unserem Lastkraftwagen Aber die fahren ja rechts ran, wegen meinem Licht oben Ich mach das mal aus Dann fahren die Autos nicht immer rechts ran Dankeschön Kevin Hintze Mit 1,40 mit ehrenhaften Fies, nicht alles auf einmal ausgeben Auf gar keinen Fall Der Joke daran ist, ich kann es ja gar nicht auf einmal ausgeben Weil ich da noch von Steuern abziehen muss Ich darf es gar nicht auf einmal ausgeben, lieber Kevin So, ah, ist das schön So, jetzt zurücklehnen Schön genießen die Fahrt Auf entspannt, Leute Mit Karl Heinz Ja, der Chat hat wieder Werbung Ich habe es wieder nicht gesehen Weil ich gerade wieder vorgelesen habe Siehst du, das meine ich Immer wenn ich vorlese, kommt die Werbung rein Die sehe ich halt nicht Ich warte drauf, wenn ich sie wirklich lese Schon wieder verpasst Aber siehste Ich lese vor Der Kevin hat donated Ich lese vor Und genau dann kommt der Dings rein Aber weißt du, ist es auch vielleicht besser so Wenn ich nicht in Funk drin bin Weil ich gerade entspannt bin Und vor allem, ich glaube irgendeiner hat ja gesnitcht, ne Von den Truckfahrern Ich habe die Vermutung Weil vorhin hat der Polizist ja gewartet Und da stand ja diese LKW auf der Strecke, ne Ich habe diese Vermutung Dass dieser LKW-Fahrer hart gesnitcht hat bei der Polizei Dass ich daran Oh ne, da komme ich um die Ecke Dass ich mit dem LKW fahre Und genau... Oh, Alter, muss das sein? Und genau deswegen Oh, nö Okay, da habe ich mich grad ein bisschen Ich komme halt wieder... Deshalb, man muss immer ein bisschen mehr einschlagen nach außen, ne Man muss hier So ein bisschen mehr drehen und dann den hier machen Perfekt Und wenn ich jetzt in den Funk reingehe und sage, ich bin wieder da Dann werden die Kopfs mich wieder suchen, weil der irgendwie wieder snitchen wird oder so Vielleicht ist das sogar eine gute Idee, nicht in den Funk zu gehen Wenn dieser selbe LKW-Fahrer wieder da ist, dann habe ich ein Problem Weil dann wissen die Okay, ich bin jetzt wieder da, weißt du, weil vorhin haben sie gesehen, dass Wolf wieder mitgefahren ist Und dann wäre ich 100% angehalten, wenn der da snitcht wieder ein zweites Mal Also ist es vielleicht sogar besser, nicht in diesen Funk reinzugehen Von den LKW-Fahrern Weil derselbe Typ da vielleicht wieder drin ist Bei Xyl in dem Stream ist die Welt noch in Ordnung Ja, hier ist noch alles schön Oh, ich fand sogar die Strecke hier Die illegale Route mit mir eingezeigt, schau Ich fand gerade die illegale Route Oh, dann komme ich da durch Ist halt dumm, ne? Oh, ich habe es abgerissen Ja, moin, ich habe das Tor einfach abgerissen Passt schon Ich habe das Tor abgerissen Das Baste So, unsere Ladung ist Oh, ne, sag ich nicht, dass da Polizei ist Oh, ne, Marshall Muss der jetzt genau da sein, Bruder Ich weiß ja nicht Super, Alter, wirklich toll Ganz Ganz großes Kino Das genau an dem Abstellort Ein Marshall stehen muss Und ich Ja, genau Und der Kopflose Oh, der Marshall ist weg Perfekt Und hier steht gerade ein Anhänger Das heißt Ich muss den so hinkriegen Fast 13.000 Dollar Ja, danke, Robert Fangen wir mal zurück Eigentlich muss ich eh nur hier mal hin, ne? Danke, Robert Uiuiui, oh, nicht gegen den Baum Oh, die Bremsen, Alter Die Bremsen sind gott Was ist eigentlich, wenn ich den mitnehme da hinten? Den, den Anhänger hier? Weißt du was, ich nehme den einfach mit Verscherbel den irgendwo Kann ich den wirklich mitnehmen? Ja, den kann ich mitnehmen Wie geil Ja! Voll nice Ich habe jetzt einen Tank dabei Einen Ron Tank Einen Ron Bilecki Tank habe ich drin Ich habe das mitbekommen mit Ron Bilecki Dass der jetzt Strafe zahlen muss Weil er gestreamt hat Casino in Deutschland Da muss er Was sagt er das? 400.000 Euro Strafe oder so Wollen sie Stellen Wegen glaube ich 40 Streams oder so Heftig Aber das krasse ist, ähm Das ist, das ist so eine Sache Die hätte man sich selber auch Beantworten können, dass das nicht legal ist In Deutschland zu streamen Glücksspiel vor allem das anzuwerben Irgendwann haut es einen auf die Schnauze damit Außer man macht es wie die anderen Stüber Das sind alles ins Ausland gehen Aber ist schon krank Also 400.000 Euro einfach Aber ich glaube diese Strafe Diese Strafe wurde ja auch bemessen Auf, auf, aufs, aufs Gehalt aus Irgendwie so haben die das ja gemacht Einfach weg Ja ich könnte theoretisch abhängen Wenn Polizei kommt hänge ich den ab Und sperre die irgendwo ein Wisst ihr was ich meine? Dann fahre ich durch so eine Gasse Oh komm Bruder Oh oh Bruder pass auf Ich hab hier, ey Bruder Ich hab da hinten einen fetten Tank drauf Pass mal auf Was ich mit dem Anhänger nicht machen könnte wäre Ich fahre in so eine Gasse rein Dann stelle ich mich hin Und dann tue ich den einfach abladen Den Anhänger Dann passt die Polizei nicht mehr durch Ey voll der geile Plan Aber oh der Anhänger der zieht aber langsam Dann lasse ich den hier Wisst ihr was wir machen? Ich werde jetzt ein bisschen Unruhe stiften Passt auf was wir jetzt gleich machen Nicht nur das, ne Wait a second So das machen wir hier vorne Das mache ich jetzt hier vorne Wo man nichts machen kann Außer ausweichen So hier Boah alter war das knapp So ich bin nämlich Klimaaktivist So Und deshalb stellen wir diesen Diesen Anhänger mitten auf die Straße Ich bin nämlich Klimaaktivist So Fahren wir mal Hat sich auf jeden Fall erledigt der Anhänger Wie der NPC denn durchdreht, ne Der dreht ihr richtig am Rad So Karl-Heinz der Klimaaktivist Ja, hätte ja viel von gedauert Das Ding, äh, bin 70 da mitgefahren Viel zu schwer der Anhänger Viel zu schwer Ach, zö Lasskraftwagenfahrer Ist eigentlich noch Polizei, äh, ist noch genug Polizei da 70 Leute sind noch da, perfekt Da ist ein bisschen was los Hab ich eigentlich, hab ich Nitro dabei? Ne, ne? Ach, schade Hätte ich gern gesehen, wie schnell das Ding mit Nitro fährt Spielst du mit Maus oder Control? Ich spiel mit Maus Ergännt's doch daran, wenn ich hier so Ne Weil man kann tatsächlich, mit linker Maustaste, wenn man die gedrückt hätte, kann man so Kann man das ein bisschen besser steuern, aber dann steuert man sich ab So Der Grund, warum wir das auf 3.0 anders gemacht haben mit dem An- und Abschnallen Weil's auf 2.0 echt nervig ist, wenn du so fahren möchtest Ja, so, mit der Maus, kannst du mich mit der Maus halt auch fahren Dann, ja, schnall's dich halt die ganze Zeit ab Ist nervig So, einmal rechts abbiegen Und dann hier nochmal links Boah, ich hab ja damals als Kind Hatte hier so ein Trucker-Spiel Für die Playstation 2 Das hab ich immer mit, ähm, mit so einem Lenkrad gezockt Aber wisst du, was geil an dem Spiel war? Du konntest in dem Spiel in so ein Casino gehen Und konntest dann so an so einem Automaten ziehen und Geld verdienen In dem du da am Casino gesessen bist Und da konnte ich, da hab ich immer mein ganzes Geld verzockt Aber es war eigentlich ein Trucker-Spiel, es war übelst geil Ich würd nur übelst geil wissen, wie dieses Spiel geheißen hat Ich muss mir davon echt mal ein Video ansehen Was geile war, auch für die damalige Zeit was echt gut gemacht für die Playstation 2 Weil im Truck war auch so Physik drin, dass zum Beispiel sich hier drin die Sachen bewegt haben Also wie ein ETS Wenn du so, ähm, so ein Wobbelkopf jetzt als Beispiel drin hattest Der hat sich einfach bewegt, ne? Oder hier oben hattest du so ein, ähm So, so ein, wie sagt man Einen Vorhang hattest du so vorne drin Der hat sich auch mitbewegt und so, war voll cool Für die Playstation 2 immer gezockt als Kind Das hat halt echt Fun gemacht Und dann halt auch in der First Person bist du halt so gefahren Kannst du natürlich auch von außen den Truck ansehen Du musst halt so Missionen machen, also Von Punkt A nach Punkt B Muss ich mal schauen, wie das Spiel geheißen hat Weil das war echt geil zum Zocken Aber ich glaube, wie ich mir das heutzutage anschauen würde Von der Grafik habe ich mir gedacht, was ist denn das denn? Trucker Slot Simulator Hieß das so? Trucker Slot Simulator? Lass mal kurz gucken, wie das hieß, das Spiel Das will ich jetzt echt mal schnell gucken Kann nicht sein, dass der so heißt Trucker Slot Simulator Ne, so ist der nicht Ich schau mal kurz PS2 PS2 Trucker Game Ja, da ist es! Ich habe es glaube ich gefunden, das muss es gewesen sein Das hieß, äh Big Mother Truckers Also, äh Ein Wortspiel Big Mother Also, wie Mutter und dann Truckers hieß das Spiel Das war das Das war das Cover, wartet mal Ja, Big Ey, das war so ein geiles Spiel jetzt, no joke Es hat echt Spaß gemacht Ja, da, da sieht man sogar die First-Person-Ansicht Boah, Alter, die Grafik damals, ne Aber es hat wirklich Spaß gemacht, ich habe das gerne gespielt Das will ich sehr gerne gespielt, das Spiel Aber jetzt, ja, gut, muss ich mir mal anschauen Muss ich mir mal ein Gameplay davon anschauen Aber ja, äh, Big Mother Truckers hieß das Spiel Es war, ab 6 Jahren war es freigegeben Und ich fand aber das Spiel Für damalige Verhältnisse USK 6 Jahre Schon ein bisschen heftig, weil es waren halt Ich sag mal, etwas leicht bekleidete Frauen waren drin Dann konntest du in die Slot-Maschinen gehen Mit Casino spielen und so Also, es war schon ein bisschen komisch Dass das ab 6 Jahren freigegeben war Und, ja, der gute Titel vom Spiel Das wusste ich damals als Kind nicht, dass man das irgendwie zweideutig Sehen kann Ich glaube, wir wissen alle, auf was das anspricht Aber, äh, krass Das ist richtig lang her Jetzt müssten wir streamen Aber da muss ich meine Playstation anstecken Und dann muss ich meine Meine Legato wieder auspacken Ich hab ja, ich hab ja eine Capture Card im PC Die müsste ich wieder aktiv machen, ne Aber das Game nochmal zocken wäre schon lustig Weil es war echt geil das Game so an sich Gehen wir mal ein bisschen Geld abheben Chip, 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 chip Hallo Karl? Hallo Chip und chip rätat das Re So, jetzt hab ich hundert 1... 1... 1... 6, 4 Wer hast du noch, oder? Ja, 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 ja. Willst du nicht in den LKW-Funk kommen? Der ist wo? Die Frequenz 565. 565, okay. Ist da viel los drin? Nee, gerade nicht. Ich glaube, da ist noch ein anderer drin. Schau mal, was ich annenne mich. 565? Ja. Okay. Schau mal, so kommen wir auch in den Funk rein. Vielleicht die Werbung nicht lese. Hallo? Hier sind die echten LKW-Fahrer. Äh, äh. Ähm. Ja, jetzt ist die Frage, was ist seine, was ist meine. Au revoir. Also schon wieder so einen fetten, aber ey, ich komme damit gut zurecht. Ab geht's. Es gibt's auch für Steam das Game. Oh geil, ich muss mir das holen. Das muss ich mir unbedingt holen, weil es das für Steam gibt. Weil ich weiß noch, damals gab es das nur für Playstation 2, habe ich mir das geholt. Weil ich halt ne Playstation nur hatte. Ich hatte ja damals kein PC. Und hab damit, ich hab das so gern gezockt, das Game. Ich weiß das noch. Richtig geil gewesen. Ich meine, für heutige Zeiten ist das echt nie so gut, aber. Einfach mal so Just for Fun zum Anzocken. Why not? Kannst du wieder Savage als Money Rain machen, please? Das hier? Warte mal hier. Zack. Ich muss mal das ganze durchlaufen lassen. Aber wir sollen das ganze nicht durchlaufen lassen eigentlich. Nefix Playlist. Ist das jetzt ab Eifers K16? Mich würd's halt nicht wundern. Kostet 10,50. Ja, hol ich mir direkt gleich. Auf Steam. Und auf Steam ist es ab 16? Warte, ich muss jetzt so ganz schnell rechts ran fahren, wenn ich das angucke. Schau mal, er fährt auch rechts ran. Das guck ich mit... Also, wenn es das auf Steam gibt, das hol ich mir direkt. Dann wird das mit Lenkrad gespielt. Einfach LKW Trucker Simulator auf... So, was ist es denn hier? Game. Ah, das gibt's... Das gibt's... Das ist ein zweiter Teil, das gibt's auf Steam. Den kann man sich holen. Tatsächlich. So, wann bin ich geboren? Ja, hier. Warte. April? Oh, stimmt. Ich hab ja wieder bald Geburtstag. Ist ja bald. Es gibt halt echt einen zweiten Teil von... Ich glaub's nicht. Es ist halt die Frage, ob der zweite Teil genauso geil ist wie der erste. Und der zweite Teil ist ab 16. Aber ich find... Ich find, das Spiel war auch immer so irgendwie ab 16. Aber damals war ich noch auf der PS2 ab 6 Jahren freigegeben. Ich kann mal gucken. Ich hab die Verpackung noch gehabt, ne? Images. Ja, USK war ab... Ab... Nee, USK war ab 12. Hier, hier. Doch, 7 plus PEGI und sonst ab 6 stand da drauf. Genau, das war das. Also, ganz komisch. Ja, muss ich mir mal gucken, ob sich das heute noch spielen lässt. Es hat eine sehr positive Bewertung, wenn man sich das mal durchliest. Für so ein altes Spiel. Echt krass. Boah, Alter. Da kommen die Vibes hoch. Aber grafisch natürlich, äh... Unter aller Kanone das Spiel, wenn man das mit heutigen Sachen vergleicht, ja. Ist aber so zum Fun spielen sicher lustig. Oh, schaut perfekt durchgepasst, siehst du? Leckst an der Pen da rein. Schönen Abend noch. Ich muss morgen meine Pfannenflasche sammeln. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und Kuss und Gruß geht raus. Aber ich muss nur tanken fahren da vorne gleich. Mein Tank ist gleich wieder leer. Aber weißt du, was wir fahren jetzt hier direkt tanken? Ist viel besser eigentlich. Warum bin ich eigentlich vorne mal umtanken gefahren? Weil hier vorne rechts ist ja eine bessere Tankstelle. Hier vorne rechts muss ich schreien. Oh, oh, verpasst, 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 verpasst. Wobei, ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich komme da eh nicht so rein. Ich habe mal so eine blöde Idee, das so zu machen. Tatsächlich sogar geht sich das so besser aus hier. Letzgraswagenfahrer. Rein mit dem Tank. Schön. Mal voll machen das Ding. Voll machen die Kanüle. Mal machen die Kanüle, genau. Okay, passt. Was geht, als es Beine hat, geht? Das ist immer der beste Spruch von mir. Alles, was Beine hat. So unlustig, ich weiß. So, am 16. Ja, ich werde es mal angucken. Es ist halt, also für den Zehner würde ich es mir nochmal kaufen. Mal gucken. Aber wie gesagt, diese Zeiten, diese alten Zeiten, die man hatte auf der Playstation 2. Auch was zum Beispiel geht, dass Andreas uns so angeht. Oder Vice City. Das kriegst du halt nie mehr wieder zurück, die alten Zeiten. Diese Spiele einfach, wenn du sie heute so anguckst, nicht mehr so, ich sag mal, so schön, wie du sie in Erinnerung hast. In Erinnerung hast du die Games immer so richtig krass realistisch. Ich weiß sogar noch, wie ich meiner Mutter gesagt habe, wie krass realistisch Geedersand Andreas ist und dass es so aussieht wie Real Life. Und die stand vor dem, vom Fernen und hat so gesagt, das sieht ja nicht aus wie echt. Das sieht halt so, ich weiß nicht, irgendwie aus. Und damals als Kind habe ich so Geedersand Andreas gesehen und dachte mir so, boah, das sieht halt aus wie echt, ne. Wenn du das halt heute so anguckst, denkst dir, was ist denn das für ein Schmarrn? Also diese guten alten Zeiten, die hast du halt nicht mehr wieder. Das ist halt das Traurige daran. Diese alten Feelings in Games, wie du halt damals hattest. Das ist halt ganz anders. So, rein da. Wird bei GTA 50 ja auch immer so sein, wenn GTA 8 oder so da ist, dann denke ich an die guten alten Zeiten zurück. Öffne GTA 5 und denke mir, was ist denn das denn? Oh ja, früher Need for Speed Most Wanted auf PS2, auch geil gewesen. Die geilsten Verfolgungsjagden hatte ich in Need for Speed Most Wanted. Hat so Bock gemacht. Vor allem, weißt du, damals hast du in solchen Verfolgungsjagden bist du auf 10 Minuten lang einfach in der Verfolgungsjagd verwickelt gewesen. Dass du einfach wegkommst, das war halt schon geil. Need for Speed Most Wanted, ja sowieso. Och nee, wirklich, muss ich hier rein, oder was? Ach komm, da fahre ich aber so lang. Fahre ich doch nicht hier alles durch den Wald. Oder soll ich nicht? Ach komm, wir fahren eine Waldstrecke, ist egal. Dann fahre ich aber hier vorne links rein. Need for Speed Most Wanted. Johannes Hohenlohe und am besten mit einem Röhrenfernseher. Ja, das war halt, war damals halt Legend so. Ich hatte einen Röhrenfernseher gehabt in meinem Zimmer und hab da drauf halt San Andreas gezockt. Genauso war das. Ich weiß noch, meine Mutter konnte damit nichts anfangen und ich hab gesagt, das sieht grafisch richtig krass geil aus. Und die hat sich gedacht, was ist das denn? Und die so, na guck mal auf die Details. Schau dir mal das Auto an, die Rückleuchten und so. Hab ich immer so gezeigt, guck dir das an, wie realistisch das ist. Die so, nee, nee, das sieht halt aus wie ein Spiel. Das ist überhaupt nicht gerafft. Ich war das damals so, so krass. So Open World Spiel mit so krasser Grafik. Ja, wir fahren jetzt doch durch den Wald, perfekt. Und da ist ein Baum auf der Straße. Jo, perfekt. Also wir nehmen einfach den kompliziertersten Weg bis zum nächsten, links, zur nächsten Station. Aber passt schon so. Das ist wieder ein First Person. Hat nämlich gerade Angst gehabt, dass ich hier in einem Baum hängen bleib. So, das ist frei. Ja, das braucht immer eine Kuh. Ja, genau, fahren wir rein, hast recht. Ich glaube, ich hab sogar einen Zaun mitgenommen. Ah, egal. Paulsi, Ikanda, Heiksyr, meine erste Spende. Bin seit ca. drei Jahren dabei und wünsche dir noch viel Glück im Leben. Danke schön, wünsche ich dir jedenfalls. Ja, Paulsi, Ikanda. Seit drei Jahren dabei. Der Bré. Vielen Dank. Vielen Dank. Den überhole ich noch schnell. Ganz entspannt überholt. Asperus. Der Steam nachschauen ist sein Live-Saber, wenn bei der Arbeit nichts los ist. Perfekt. Oder einfach direkt bei der Arbeit schauen. Noch besser. So, links abbiegen. Oh, nee. Ach, Bruder. Also, die Bremsen sind echt nicht gut bei der Kiste. Das ist das Einzige, was ich zum Aussetzen habe. Der bremst halt echt lange. Aber ich glaube, das ist auch realistisch, die Bremsen. Die müssen so. Das gehört so. Wie heißt das Lied von Money Rain? Ich glaube, Savage müsste es sein von Nefax. Wenn es mich nicht irrt. Oh, Alter. Muss ich hier über diese Brücke da unten? Nein. Ey, passe ich da überhaupt durch mit dem LKW? Das ist jetzt die Frage. Mein Navi will mich über die Brücke führen hier. Ey, da komm mit. Da passe ich doch nicht durch, oder? Wait a second. Da passe ich doch niemals durch, Alter. Das muss ich aber einen ganz großen Ausschlag machen. Ey, Leute. Lasst mal ein bisschen Liebe. Da lasst mal ein bisschen Likes da, dass wir hier durch die Brücke passen. Wie mehr Likes, desto mehr passen wir durch die Brücke. Hauen wir mal raus hier. Ein Like-Hype. Ja. Da kam gerade eine Fußraumspinne raus. Oh, schau mal, Hirsch. Leute, wenn ihr jetzt das Ding hier tot-like, dann passen wir hier durch. Wenn nicht, dann passe ich hier nicht durch. Ich hoffe, ihr liked genug, sonst passe ich hier wirklich nicht durch. Da steht sogar, ich darf hier gar nicht durchfahren. Guck mal. Da steht ein Schild und da steht Do not enter. Da müssen wir wissen, warum ich hier... Aha. Alter, ich passe hier perfekt durch, Alter. Ich passe hier perfekt durch. Gib dir das, das Licht hier oben. Durch die Lampe an. Wie krass, Alter. Alter, ich passe hier wirklich durch. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Da waren die Likes, da war ganz schön aktiv. Habe ich gedacht, das ist viel kleiner, die Brücke. Das ist aber wieder kaputt gemacht. Perfekt. Aber wo muss ich das abliefern, das Ding? Hä? Wo will er, dass ich das Ding abliefer? Am Poppes oder was? Also wirklich am Poppes der Welt muss ich das Ding abliefern. Ist da ein Ufo drin oder so? Ich muss, glaube ich, ich muss das zum Militärstützpunkt bringen. Kann das sein? Wobei nicht ganz. Ich muss das... Ich schau mal hier vorne. Ja doch, ich muss das... Muss ich das reinbringen? Hätte mich auch ganz anders führen können, theoretisch. Egal, ich fahre jetzt einfach hin. Vielleicht, weil das nicht auf dem Navi hat. Das kann sein. Aber wenn ich damit in den Stützpunkt reinfahren muss, ins Militär, dann... Könnte ich mich doch da drin abballern eigentlich, oder nicht? Ah, schauen wir mal. Vielleicht ist es daneben. Vielleicht haben wir hier hinten ein Ufo gelagert. Ich weiß es nicht. Zum Zusammenbau unseres Lego. Entschuldigung, als Klemmbausteine. Na, gucken wir mal. Nee, perfekt. Ich muss es nicht rein. Ich muss es hier abliefern. Das ist hier... Ah, hier sind Anhänger. Ja, hier sind Anhänger. Und hier parkt... Ach, toll. Wirklich, Bruder. Ach nee. Leck mich doch. Fett. Der parkt hier. Ja, ganz tolles, großes Kino. Na, schauen wir mal, ob der hier noch offen müsste, der Wagen. Ich muss den genau hier draufstehen, wo der parkt mit seinem Auto. Ach komm, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahrsteinen, dass der Typ mit seinem Auto... Ist da was drin? Ist da was drin? Nee. Das der Typ mit seinem Auto genau da steht, wo ich hin muss. Wenn ich mich dazwischenquetsche... Aber ich will es halt nicht kaputt machen. Wenn ich mich irgendwie vielleicht dazwischenquetsche, schaffe ich es vielleicht. Ah, wobei, ich habe eine I... Nee, wobei, ha? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. I have a great idea. So, zuerst setze ich das Ding hier mal ab. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht despaunt oder irgendwas Blödes damit passiert. Und meine Idee wäre jetzt die folgende. Ich schiebe diesen Wagen... Wir sind zurück hier. Wisse. Mit dem Heck. Und das geht gar nicht. Nee, das kann ich vergessen. Weil ich mir nochmal ein Auto kaputt... Nee, das lasse ich. Das lasse ich. Okay, super. Danke. Wer auch immer sich da so toll hingepackt hat. Jetzt muss ich... Gibt es einen Abschlepper noch? Nee, das ist keiner. Das ist das Problem. Ist da keiner da zum Abschleppen in die Zeit. Was will ich jetzt viel machen? Ich kann nur probieren, auf gut Glück jetzt da anzudocken irgendwie. Ich probiere es einfach. Geht ja nicht anders. Aber danke an den Herren, der sich genau an dem Ort hinstellen muss. Und den das gar nicht interessiert. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hinbekomme, ohne dass ich hier jetzt irgendwie verletze. Ein bisschen Glück geht sich das sogar aus. Alter, wirklich jetzt Bruder. Ist das nervig. Oh, es geht sich aus. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich 12.000 Leute jetzt bekommen habe. Danke, Brie. Danke. Und weg bin ich. Und weg bin ich. Oh, was? Hä? Ich habe heute irgendwas überfahren. Äh, warst du zum Teufel sicher gerade überfahren? Hallo? Okay. Ich habe gerade auch den Ton gehört. Das ist... Ah! Ich habe gerade irgendeinen Menschen überfahren. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ein Geist oder so. Hier ganz lange Würfe. Ah, hier komme ich raus. Ist besser. Schau mal, hier wäre eine Abkürzung gewesen. Zwar keine eingezeichnete Straße, aber hey, es geht sich aus hier. Hört, hört. So. Glaubt doch. Ja, packe ich das Ding mal ein. Ist durch den Homeland Fall. Ne, also... Ging sich ja jetzt irgendwie doch noch raus, siehste. Musst du nicht immer gleich Homeland holen. Was soll Homeland? So, Red Camo Guy. Ey, ich stelle mich auch noch wieder da. Ja, mit Spendestau. Trau für dir und den Leuten im Stream geht es gut. Geiler Stream wie immer. Dankeschön, Red Camo Guy. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich warte schon auf meinen Geburtstag. Ich fahre, auch ganz entspannt. Keine Polizei, die sich irgendwie beschwert hat, gerade sich hier mit Rumgurke. Also bis ganz am Anfang, wo die Polizei direkt auf mich gewartet hat, ist es schon... Ah, gut zu wissen, die machen kein Damage hier oben. Schau mal. Ja, perfekt. Super zu wissen. Passe ich doch eh überall rein mit der Kiste. Hoffentlich. Hoffentlich. Karl braucht Waffeleisen. Ja, jein. Weil wenn ich die wieder angehalten werde und nehme ich fest, dann finden die wieder ein Waffeleisen und dann kriege ich noch mehr Probleme. Deshalb, wenn ich sowas mache, wenn ich mit sowas offensichtlich rumfahre, dann lieber nicht. Wenn ich mal wieder was ausraube, dann ja. Wie wär's denn jetzt mit einem Juve? Komm. Das lasse ich lieber. Mit einem Truck einen Juve machen. Dies läuft, mach mal lieber. Ist so ein Funk drin, ja, ja. Aber da ist gerade nichts. Da ist nichts los im Truckerfunk. Die Trucker haben alle zu tun oder keine Ahnung, was die gerade machen. Chillen gerade alle. Es ist halt... Der Truckerjob ist halt ein gechillter Job. Müsste halt auch wissen. Da ist halt auch ganz entspannt. Wisst ihr was geiler? So richtig coole, ähm... So richtig coole gelben Lichter oben wär noch cool. So... Nicht nur die. Die sehen nämlich irgendwie billig aus. So richtig schöne. Einfach schick aussehen, mein ich jetzt. Weil die sehen irgendwie hingekackt aus da oben. Kommen wir mal damit mal in die Stadt mit der Kiste. Schauen wir mal, ob da jetzt doch ein Kopf was zu sagen hat oder nicht. Ich fahre jetzt sowieso in die Stadt mal durch. Bisschen Geld drauflegen auf die Bank. Mein Bankkonto ist schön gefüllt. 50.000 haben wir bekommen vom Fahrt... Also der Truck ist eigentlich schon fast abbezahlt. 50.000 haben wir bekommen von der Frau Geldautomat. Jetzt haben wir um die... 12.000, 20.000, 25.000... Ja gut, das Turnier jetzt nicht mitberechnet. Also 75.000 haben wir circa gemacht. Oder ein bisschen mehr. Da hat sich der Truck schon fast rentiert. Aufleveln müssen wir halt, ne? XP sammeln. Punkte müssen wir sammeln, dass wir halt aufleveln können. Das ist sehr wichtig. Und wenn man aufleveln, dass du mehr Geld macht, man. Da könnten wir vielleicht sogar 20.000 oder so machen. Mal schauen. Mal gucken. Da, er fährt auch noch. Uiuiui. Upsala. Uiuiui. Uiuiui. Mensch. Menschenskinder. Menschenskinder. Oh ja, ey. Mit dem kommst du nur in die Ecken, wenn du driftest. Der kann driften, der Wagen. Ja, moin. Wartet. Pokio driften mit. Das funktioniert wirklich. Ha, wie geil. Okay, ich hab was sonst rausgefunden mit meinem Truck. Um besser um die Kurve zu kommen. Sagen wir mal so, kommt da, kommt um die Kurve. Einfach driften und das Ding geht richtig gut um die Kurve. Weil er vorhin meinte, der Einschlagwinkel ist das Problem. Jetzt verstehe ich, was er gemeint hat. Aber für mich ist der Einschlagwinkel kein Problem, wenn ich damit einfach driften kann. Warte, jetzt vorne die Kurve voll mitnehmen. Die hier guckt. Wartet, so. Einschlagwinkel. Ist richtig geil. So kann ich ja richtig nice fahren jetzt. Siehst du, man lernt nie aus. Der Wagen ist richtig gut. Einfach um die Kurve driften mit einem Truck. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht, ob das Relive-technisch möglich ist. Gut, mit dem Anhänger wird es schwer. Da haut es einen Anhänger hinten raus. Aber sonst, der so fest wie ich gerade ist, glaube ich sogar realistisch. Dass es möglich ist. Um die Kurve driften. Ja, soll aufschwanken. Ich will mal den Motorraum dann angucken. Weil ich hab' ich noch gar nicht angesehen, den Motorraum von dem Auto. Wie der aussieht, wisse. Mal rechts ranfahren, so ist es richtig. Oh ja. 130 Maximalgeschwindigkeit. Ist das schön. Oh, ist mich falsch gefahren. Na egal. Jetzt fahr' gerade den richtigen Weg. Dieser Weg, der wird kein leichter sein. Und dieses Leben bietet so viel mehr. So, auf zu dieser Maut-Station. Voll durch. Voll durch. Volle kann nur durch durch die Maut. Genau. So. Mal auszahlen das Zeug. Euer Kollege macht auch schon Feierabend. So wie es aussieht da hinten. Gucken wir mal. Viel Geld ich jetzt da rauskriege. Also, vor allem aufleveln möchte ich schauen. Wie viel Geld könnten wir verdienen, wenn ich das jetzt auflebe mit meinem eigenen Truck. Ähm. Jetzt haben wir nochmal 12.000. Gesamtverdiente. 36.000 Dollar haben wir schon gesamtverdient. Das ist gut. Das ist ein 36.000. Also, fünf abgeschlossene Lieferungen. 22 Kilometer. XP-Punkte. 13. Oh, ich habe schon 13 Skill-Punkte. Ich schaue noch, was gibt so die meiste Belohnung, wenn ich jetzt mal durchscrollen würde. Wenn ich hier mache, äh, Frachtgut-Job. Kann es eine schnelle Lieferung mehr geben? Nee. Na doch, schau mal hier. Limonadentransport. Lemonade-Transport. 13.000. Was ist, wenn ich diesen Job starte, ne? Den Lemonade-Transport. Du kannst noch nicht so viel Distanz... Warte, ich mache jetzt Distanz. Ähm. Level ich mal full auf. Ich denke mal, Distanz ist immer so das Wichtigste. Mal schauen, wir haben hier die Frachtgut-Jobs. Und ich finde Frachtgut da, wobei da haben wir einen mit 9.000. Warum sind dann diese Jobs? Der hat hier... Warum kriege ich da mehr Belohnung? Das ist 9.000. Aber trotzdem, ich kriege hier 13.000 Belohnungen. Ich will das mit meinem eigenen LKW machen. Aber die Frage ist, lässt er mich das auch, wenn ich das... Haben wir meine, die haben das rausgenommen? Dass der... Ich den jetzt starte. Lieferung gestartet. So. Dann wird mir aber keiner mehr zur Verfügung gestellt, ne? Das heißt, es gibt halt immer noch den zweiten Job. Aber der wird nicht... Achso, das haben sie einfach rausgenommen. Die haben einfach den LKW-Spawn rausgenommen. Das ist aber blöd. Das müssen sie sich schon dazu beschreiben. Alter, ich kriege jetzt 13.000 für die eine schnelle Lieferung. Weil der geht schnell. Ist aber keine Limonade drin. Da ist Pisswasser. Pisswasser, Limonade. Hat einfach keine Einzeigen gepisst. Perfekt. Das ist ja voll die schnelle Ladung eigentlich. Da muss ich sicher bis nach Palito hoch, ne? Ja, wie ich gesagt habe. Nicht bis nach Palito. Dann mache ich das als letzte Ladung. Das ist 13.000 plus. Ich kriege nochmal XP-Punkte. Boah, der Anhänger geht ja richtig schnell. Damit kann ich ja voll Gas geben mit der Kiste. Schaut mal. Kann ich voll beschleunigen. Ey, bis jetzt hatte ich immer diese fetten Anhänger. Aber muss schon gucken, was man nimmt. Weil die fetten Anhänger nehmen so viel Leistung. Das Ding geht jetzt richtig ab. Hätte ich schon davor das machen sollen. Besser gewesen. Ich habe mich halt nicht getraut, das auszuwählen. Weil ich gedacht habe, ne, geht ja vielleicht nicht. So, aber auf geht's. Wir machen eine Lieferung nach Palito. Ich glaube, das wird unsere letzte Lieferung bis heute. Sag mal, Palito können wir dann einparken gehen. Welche April-lasten Geburt ist am 1. April? Weil ich war ein Witzgeburt. Nicht pass. Am 19. Asperus am 19. Ein gutes Gebrauch von Asperus. Ah, am 12. Jawohl. Luca Game, bedankt für das VP-Wern auch. Dankeschön. Ähm. Jawohl. Ich hoffe nur, dass die letzte Lieferung noch hinhaut. Weil ich glaube, wir sind immer noch Cops da, ne? Es ist nochmal sehr viel Polizei im Start. Oh, schau, da können wir 120 fahren mit der Lieferung. Fast gleich wieder vor, circa. 122, ja. Also der Anhänger hinten kann ich einfach Vollgas geben. Das gefällt mir. Geht sich das aus ohne Zwischentanken? Weil ich hab jetzt eigentlich keinen Bock Zwischentanken. Ach komm, wir gehen mal mal tanken. Hier hinten einmal schön tanke. Ich probiere mal, ob ich so reinkomme in die Tankstelle. Das müsste ich eigentlich... Auch wenn ich hier so quer reinfahre. Boah, da regt die sich auf. Schau mal, und dann wieder zurückgehen, dann geht sich das aus. Muss ich nur zurückparken, wisst ihr? Aber dann klappt das. Entschuldigung, bitte. Hallo. Perfekt. Wenn wir mal auftanken, ja. Karl-Heinz hat der 5.1., ja. Müsste sein. Kannst uns streamen machen, nur in Ego-Perspektive. Das ist ja ein bisschen schwer. Vielleicht switche ich mal selber. So, Dala. Oh, wisst ihr, was wir machen müssen? Müsste mal einen Roadtrain machen. Das würde ich davon halten, wenn wir mal so einen Roadtrain-Mod drin hätten. Wo man richtig fett hinten anhängen könnte. Das wäre richtig lustig. Oh, endlich mal neues Wetter. Schön. Perfekt. So, auf geht's. Letzte Reise für heute. Palito Bay. Letzter Abstellort. Dann parkt man die Kiste ein. Und dann hoffe ich, dass keine Polizei kommt, weil dann wäre es problematisch jetzt. Geiles Wetter. Schön neblig. Da fahre ich gern. Bisschen Licht anmachen. Jetzt wäre es schön, Musik zu hören. Aber ich kann ja nicht so viel Musik hören auf YouTube, leider. Jawohl, alles safe. Und jetzt Fullgas. Auf geht's. Roadtrip nach Palito. Es gibt ja diese, diese Train, ähm, Train-Trucker gibt's ja. Wo dann so vier, fünf, sechs Stück an, an so Anhänger dran sind. Wisst ihr, was ich meine? Gibt's in Wüsten sehr oft. Wüstengebiete, fast in der Wüste einen Anhänger. Also mehrere Anhänger, so vier, fünf Stück, glaube ich, sind das. Fahren dann halt durch. Das sieht richtig geil aus. Stell dir mal vor, wir fahren da so mit fünf Anhängern durch. Das war schon lustig. Müss ich nur gucken, wie das geht. Ob man das irgendwie hinkriegt. Aber will ich das Mod halt fühlen. Ist doch nicht mehr so schnell wie vorhin. Na komm. Da will ich mich da runter schicken. Was denn da los? Der wollte mich grad runter schicken. Aber das hat gesehen, das Navi? Navi komplett lost. Und jetzt Vollgas kommt runter da. Ich freue mich, ich bin 130 gefahren mit dem Anhänger. Na ja, fast 130. Jetzt ist er irgendwie langsam, obwohl ich runtergerollt bin. Komisch. Der Anhänger mag mich nicht. Hast du den LKW schon getunt? Ja, das ist Max-Tuning. Aber jetzt ist auch realistisch, den LKW fährt er nicht so schnell. Mit Anhängern hinten dran. Das ist halt, ja... Vielleicht könnte man ein Stück schneller machen. Aber der LKW-Job soll ja auch nicht so einfach sein. Man soll schon so seine... Ich sag mal seine 100... 120 fahren. Sonst ist der Job ja viel zu schnell vollendet. Man soll ja schon die Route fahren. Und dann auch ganz gechillt, ne? Dass man da nicht mit 500 durchrasselt. Sonst ist der LKW-Job ja dann zu krass bezahlt, finde ich. Weil jetzt gerade finde ich es gut ausgeglichen, mit dem LKW zu fahren. Weil du, äh... Musst ja auch ein bisschen fahren damit, ne? Ist ja nicht so, dass du dann wieder am Zielort ankommst. Und so groß ist die Mapping-Gita 5 ja auch nicht. So ist er nicht so wie ein Arma. Weil die Arma-Map ist ja riesig, als Beispiel. Und die Gita 5-Map ist jetzt, ja... Nicht so groß, nicht so klein. So ein Mittelding, finde ich. In derzeitigen Verhältnisse. Und da ist das schon okay, wenn der LKW keine 300 fährt. Dass er da ein bisschen Zeit braucht, bis da die Lieferung auch ankommt. Ja, passt schon. Er fährt jetzt sicher links, ne? Ne. Da hab ich ihn überholt, guck. Läuft's blinken, jo. Nicht geschnitten, das passt. Ah, schön zurücklege. Geht's in den Film Eisroad? Nein, kenn ich nicht. Ich hab nur auf D-Max damals so Dokumentationen gesehen, wo Leute auf dem Eis, ähm, Truck gefahren sind. So Eis-Trucker, die gibt's halt wirklich, die fahren auf, ähm, auf Eis, fahren die mit dem, mit dem Truck rum. Auf Eisplatten. Das ist richtig krank, muss ich mir vorstellen. Die haben auch so, ich glaub, die haben auch so mehrere Anhänger hinten dran. Voll krass. Ich glaub, war das, Antarktis war das, glaub ich, wo die gefahren sind damit. Da gab's halt echt auf, auf D-Max so ne Doku, die ich mir mal angeguckt hab. War schon cool. Dann hast du immer gesehen, wenn die ne Panne hatten und so, dann war's echt schwer, da rauszukommen, weil dann war dort alles vereist und so. Du musstest den Truck anlassen, sonst springt der dort nicht mehr an und so Stuff. Also, ja, ich kenn nur die Eis-Trucker. Sind wir gleich angekommen. Noch 1,4 Kilometer. Und gleich ist der halbe Tank wieder leer. Ey, aber wundert mich, ne, jetzt, also bis jetzt keine Polizei mich angehalten, aber es ist noch Polizei da, aber ich hab keine Kopfs mehr gesehen, die mich jetzt angehalten haben. Auf ganz gechillt war das jetzt. Hab gedacht, mit Karl-Heinz wäre ich jetzt sicher nochmal angehalten und eingesperrt oder sowas, aber nö. War alles auf ganz entspannt. Also, kann er da auf zugefrorene Seen fahren? Ja, okay. Oh, hier muss ich rein, Jungs. Oh, bitte, bitte brück mich jetzt nicht um. Oh, nee, ich hab nen Biker angefahren. Oh, Bruder, bitte baller mich nicht ab. Bitte baller mich jetzt nicht ab, weil ich sein Bruder da umgefahren hab. Ey, wie soll ich denn das schaffen hier rein? Also mach ich das jetzt aber anders. Ich will das richtig realistisch machen. So. Ich bring das Ding rein, ohne dass ich nen Zaun kaputt mache, okay? Was krieg ich hin? Ah, ist doch eh viel einfacher als ich mir gedacht hab. Ich fahr hier einmal vor und dann einmal zurück. Ich will den Zaun nämlich nicht zerstören hier. Ich dachte schon, das wird ne sehr komplizierte Angelegenheit. Letzt ein paar Meter noch. Perfekt. 15.000 Dollar bekommen. Oh, da hinten ist die Polizeiverfolgungsjagd. Uiuiuiui, da geht's ab. Oh, da fahr ich mal hin. Da ist ne Polizeiverfolgung. Da bin ich dabei. Was verfolgen die da? BMW, ja, BMW. Ach, deshalb sind die ganzen Cops nicht mehr da. Die sind alle in der Verfolgung. Ne, deshalb mach ich mal in der Ruhe anscheinend. Die verfolgen sich ja schon übelst lang. So. Trucker Karl Heinz. Beendet hier mit seinem Dienst. Mit seinem LKW. Park mir hier an. Wie viel muss ich zahlen, dass ich denn hier einparke? Auf 5.000 Dollar? Ah, komm. Kostet fast gleich viel, wenn ich quasi zur Versicherung auspacke. Passt schon. Bin stolz auf mich. Job erfolgreich erledigt. Ist hier was drin in dem Auto? Ne. Das ist eigentlich, dass er offen ist. Nicht kleiner Schlawiner. So. Liebe Leute. Dann würde ich mal fast behaupten, dass wir mit Karl Heinz heute den LKW-Job erfolgreich überstanden haben. Hat auf jeden Fall mal wieder richtig Bock gemacht. Einfach mal LKW fahren. Einmal wurden wir angehalten. Aber hey. Warneut auch im Knast. Wegen der Verfolgung. Ne ziemlich lange Zeit sogar im Knast. Aber hey. Das war auch das erste Mal, dass Karl Heinz mal wirklich im Knast war. Das allererste Mal so richtig eingeknastet. Wenn man auf jeden Fall guckt, was da noch dabei rauskommt. Ob das jetzt wirklich so legitim war, dass wir uns einmal einsperren und nicht in den Jugendknast oder so bringen. Auf jeden Fall Leute. Wenn du nicht wusstest, lasst kostenlos ein Abo, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Würde mich sehr hart freuen. Einfach abonnieren, Glocke aktivieren. Das kostet mich gar nichts. Genau so ist es. Und ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch hier gefallen hat. Da würde ich sagen, wir machen heute mal Schluss. Zum Glück muss ich heute keine Fußraumspinne machen. Gott sei Dank keine 8000 Likes. Wir sind bei 6777. Wenn wir jetzt die 8000 Likes schaffen, dann heute noch eine Fußraumspinne. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ich lasse euch Zeit. Ich lasse euch 5 Minuten Zeit. das schaffen wir eh nicht mehr. Das ist, da müssten jetzt, über 1000 Leute müssten hier, es wären jetzt 1200 Leute auf den Like-Button pushen. Das schaffen wir eh nicht mehr. Das LLFT beendet demnächst den Dienst. Was ist das denn? Eine Schiebebank. Eine Schiebebank. Ja. Wir können Bänke schieben. Im Garten von fremden Leuten. Bin halt erst vor 5 Minuten gekommen. Er schreibt schon gute Nacht. Der Arme. Gerade ist vor 5 Minuten reingejoint. Es tut mir sehr leid. War der offen? Ich dachte, der wäre offen. Alter, ich habe wirklich Scheibe eingeschlagen. War nicht ich? War nicht ich? Ja Leute, es ist auf jeden Fall, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich, äh, das ist ein Typ, ne? Geil. Wir sind dann höchstwahrscheinlich, ähm, morgen wieder, bzw, ja doch, morgen. Ist ja 29 Uhr irgendwas gerade. Und dann, ja. Machen wir auf jeden Fall, dann wieder weiter, ne? Schauen wir mal. Oder wir, oder ich, ich weiß nicht, ob ich morgen, bzw heute, ja, morgen dann da bin, weil ich vielleicht Videos-Rekorden gehe. Mal schauen. Kann so sein, dass ich sogar Videos-Rekorden gehe. Boah, Alter, wie schön es hier aussieht, ne? Hier möchte ich wohnen. Das ist ein schönes Haus hier. Ist hier schon vergeben. Es ist ja auch gar nicht vergeben. Aber da will ich wohnen. Schickes Haus. Also Leute, ähm, Zeug für alle, die jetzt das reingeschalten haben. Wir sehen uns dann bis wahrscheinlich dann vielleicht übermorgen. Ich schaue vielleicht mal, ich hätte morgen wirklich, ähm, dass ich, ähm, morgen aufnehme oder so. Ich brauche auch mal eine Zeit, dass ich mal aufnehmen kann. Ich konnte die letzten Tage nie aufnehmen, weil ich jetzt immer gestreamt habe. Muss ja halt gucken. So, aber jetzt will ich, Leute, liebe hier draußen, alle, die noch am Start waren, wir sehen uns dann vielleicht übermorgen oder vielleicht doch morgen, ich weiß noch nicht. Und, ja, dann haut rein. Ich verabschiede mich und damit ihr siegst.